Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen zweiten Tag der Tagung. Es sind noch ein paar Plätze frei, vielleicht kommt noch jemand. Aber ich denke mal, wir sollten trotzdem starten, weil wir haben natürlich viel vor heute. Und ich habe mit Freude gehört, dass zumindest in meiner ersten Sektion alle Referenten da sind und dass das Programm auch gefüllt ist. Und wir wollen hier auch fleißig diskutieren. Regierung und Verwaltung im 15. und 16. Jahrhundert, das ist jetzt der Titel unserer Sektion. Was bedeutet das eigentlich im 15. und 16. Jahrhundert für unsere Transformationsprozesse? Mit wem oder durch wen regierte der Fürst im 15. und mit wem oder durch wen im 16. Jahrhundert? Wir reden immer von Institutionalisierung, von Verdichtung seit dem 15. Jahrhundert. Aber seit wann gibt es eigentlich Regierungsinstitutionen, die man auch institutionell nennen kann? So was wie ständige Ratsgremien, Kanzleien mit Sekretären, Kanzleischreibern, Kanzleiknechten, Geschäftsabläufe, Akten, Kammern für die Finanzverwaltung oder gab es vielleicht nur den Kammermeister in seinem Gewölbe? Und wie sah es eigentlich auf der unteren Ebene der Verwaltung aus, die wir heute nicht so behandeln wollen, die aber auch der Betrachtung wert ist? Wer ist denn das Personal? Studierte, gelehrte Räte? Oder vielleicht doch noch der Adlige, gleichzeitig Grundbesitzende Rat? Und wer sucht das Personal aus? Der Fürst? Ist er frei in seiner Entscheidung? Oder was sagen die Stände dazu? Wer wird überhaupt Amtsträger? Wem sind diese Amtsträger verpflichtet? Dem Fürsten persönlich, dem Land, was immer das auch sein mag? Standesgenossen? Oder gleich mehreren, vielleicht sogar benachbarten Fürsten? Folgt die Verwaltung dem Fürst oder bleibt sie ortsfest? Was passiert, wenn der Fürst, wie so häufig, auf Jagd ist? Wie wird dann verwaltet? Und schließlich, wie finanziert sich Verwaltung? Wie finanziert sich der Hof, das Hoflager? Beziehungsweise, wie wird es versorgt? Viele Fragen, aber nur einige Fragen, die sich zu diesem Thema aufdrängen. Und dem Archivar sei auch gestattet zu fragen, wie sich Regierung und Verwaltung schriftlich niederschlägt. Wann beginnt, wo das Zeitalter der Akten? Haben wir gerade letzt auch in unserer Fachhochschule diskutiert. Wir wollen nach Sachsen blicken. Bürokratisierung und Institutionalisierung als Herrschaftsmodernisierung. Sind die Sachsen wirklich weiter als die Brandenburger? Oder aus meiner Sicht als die Magdeburger? Wir kommen zum nächsten Vortrag. Uwe Schirmer ist der Nächste. Er hat mir gesagt, ich soll nicht so viel Vorreden machen. Wir haben auch nicht so viel Zeit. Deswegen ganz kurz einige Worte zu seinem Lebenslauf. Er hat in Leipzig studiert, Staatsexamen gemacht, 94 in Dresden promoviert. Ich glaube, bei Karl-Heinz Blaschke, wenn ich mich recht in Erinnerung habe. Übers Abend Grimma 1485 bis 1548. Also genau die niedere Ebene der Verwaltung. Die war heute nicht ganz so beleuchten. Dann folgte die Habilitation in Leipzig unter dem Titel Kur-Sächsische Staatsfinanzen 1456 bis 1656 Strukturen, Verfassung, Funktionseliten. Ein in jeder Hinsicht gewichtiges Werk, denke ich mal. Und danach kommt etwas, was mich dann immer besonders freut. Also eine kleine Archivstation in der Laufbahn 2006 bis 2009. war er Direktor des Universitätsarchivs Leipzig. Und seit 2009 ist er Professor für thüringische Landesgeschichte am Historischen Institut der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Aber immer noch, glaube ich, mit Kur-Sachsen sehr verbunden. Und ich übergebe das Wort jetzt an Uwe Schömer. Michael, sehr, sehr herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen, meine Herren. Ich möchte meine mir zugewiesene Vortragszeit nicht missbrauchen. Aber ich möchte doch zwei Gedanken aufnehmen, die mir auch abermals sehr aus dem Herzen gesprochen haben. Also zwei Hinweise von Herrn Leitmann und von Herrn Heimann. Einmal Ihre Frage, die Rolle des Fürsten. Das betrifft auch meinen Vortrag. Also ich bin schon drin im Vortrag. Die Rolle des Fürsten, sein Gestaltungswille, wie aktiv oder wie passiv ist er im Normalfall. Also dann 15., 16. Jahrhundert, Pilgerreise, längere Aufenthalte am Königshof, Reichstage, wo man absehen kann, dass das ein halbes Jahr und länger dauert. Dann wird natürlich ein Stadthalter eingesetzt. Und das sind entsprechende, ich habe keine Verträge, aber Urkunden ähnlich. Und das Bemerkenswerte ist, also wenn man diese Arbeitsanweisung des Fürsten an die Stadthalter liest, ich bin jetzt natürlich schon in Chursachsen, also damit auch natürlich in Thüringen, dann könnte man annehmen, die Stände. Die Stände haben sozusagen diesen Arbeitsplan geschrieben. Das ist erstmal die eine Beobachtung. Und dann haben wir den Unfall, so möchte ich es einmal bezeichnen. Und da bin ich in meinem Vortrag einmal genau um 1300 und einmal genau um 1600. 1288 stört Heinrich der Erlauchte, durchaus wirkmächtig. Sein Sohn, Albrecht mit dem wenig ehrenden Beinamen, der Entartete, ist weder körperlich noch geistig gehandicapt. Aber, also ich würde sagen, völlig, auch sozial, völlig untauglich. Und da stürzt dieses Land, also die Markgrafschaft Meißen, Landgrafschaft Thüringen, nicht nur eine dynastische Krise, sondern faktisch, die stehen vor dem Untergang, genau um 1300. Jetzt kann man fragen, warum. Das hängt eventuell mit Herrschaftsverwirklichung und mit Verwaltung zusammen. Und genau 300 Jahre später haben wir etwas Ähnliches. Kurfür Christian I. stirbt völlig überraschend. Sein Sohn Christian II., ich weiß nicht wie viele Jahre alt, 3, 4, 5. Dann haben wir eine Vormundschaftsregierung, das ist ein Ernest Tiener, der regiert genau 10 Jahre in Thurgau. Er versucht, völlig erfolglos, so viel kann man nicht verpassen, er versucht die kursexischen Staatsfinanzen zu ruinieren. Das geht nicht, das ist ein Bond, der ewig fließt. Aber Moment, er regiert nicht, er regiert nicht. Zehn Jahre regiert er nicht und kümmert sich nicht um diesen Christian II. Und dann kommt Christian II. an die Regierung, 16, 1, und ist völlig alkoholkrank. Das ist hochdramatisch. Er stirbt dann an seiner Alkoholsucht. Er erträgt sie tapfer 12 Jahre, 16, 13 stirbt er. Im Übrigen, das ist eben nicht einfach nur ein anonymer Alkoholiker, sondern kein geringer als Shakespeare. Er hat ihn ein Denkmal gesetzt im Kaufmann von Venedig. Was will ich damit sagen? Das Land ist zwischen 1591 und 1612, wird nicht von einem Fürsten regiert. Schaut man sich insgesamt gesellschaftsgeschichtlich Chorsachsen in dieser Zeit an, ausgehend die 90er und Anfang 17. Jahrhundert, dann gibt es keine Zeit, wo sozusagen derartig ruhig, unaufgeregt sozusagen regiert wird. Natürlich eine Außenpolitik in dem Sinne gibt es nicht, das ist auch nicht im Interesse der Stände, aber das läuft und das schmiert. Und das gründet sich natürlich auf eine Verwaltung, die im Prinzip schon in der Mitte des 16. Jahrhunderts voll entfaltet ist. Insofern wäre ich bei meinem Thema, also auf der einen Seite um 1300 so gut wie noch nichts und dann 300 Jahre, 250 Jahre später, also in dem Sinne der frühmoderne Staat, der funktionsfähig ist. Natürlich haben wir auch, lieber Herr Heimann, Ausnahmen. Also das heißt dann Fürsten, die sozusagen diese, die nicht delegieren und die den Kontrollverlust nicht zulassen wollen. Herzog Georg 1500 bis 1539 und dann nochmal Chorfürst August nach 1553. Die meisten von uns haben ja in gewisser Weise auch immer soziale und berufliche Verantwortung. Ich bin ein großer Freund, meine Kollegen und Freunde sind hier mit, sozusagen zu delegieren. Nun macht mal. Und es gibt die Gegenpersonen und das ist Georg und August. Und die kommen sozusagen in diese Verwaltung hinein als Personen, als Fürsten. Also bei Georg geht es noch, aber bei August, ich will nicht sagen, dass die scheitern. Natürlich, August ist dann Protestant, Arbeit als Gottesdienst. Dann hat man eben einen 19-Stunden-Tag in der Verwaltung. Also faktisch, der scheitert. Er merkt es, er kann es dann auch nicht. Also diese Abläufe sind in einem hohen Maße dann schon professionalisiert und das hängt, und das ist jetzt mein Titel, natürlich mit Institutionalisierungs- und Modernisierungsprozessen zusammen. Also nochmal herzlichen Dank auch für die Einladung. Herzlichen Glückwunsch an die Organisatoren. Ich finde, das ist eine exzellente Tagung. Auch die Beiträge zeigen, dass es vorzüglich hier in Berlin natürlich, er ist schon genannt worden, ich möchte ihn ausdrücklich nochmal nennen, der große Otto Hinze, der meines Erachtens eben zu sehr im Schatten von Max Weber steht. Natürlich auch Max Weber. Moraw ist mehrfach genannt worden. Ich möchte einen zweiten nennen, das verbindet uns nun mit Göttingen. Also Ernst Schubert, der ich in der Hinsicht dann eigentlich noch höher setzen würde. Und einen dritten möchte ich nennen, das ist so ein bisschen meine ostdeutsche Vergangenheit, weil viele sind bei ihm in die Lehre gegangen, wenngleich es nicht in Berlin war, sondern in Potsdam, Heinrich Otto Meisner. Also auch der große Mann, nicht nur die Archive, sondern auch was die Verwaltung angeht. Verwaltung, ja, Sie wissen es, Verwaltung ist Herrschaftsverwirklichung. Ja, es geht um die Durchsetzung von Herrschaft, das heißt Umsetzung politischer Strategien, ja, der Fürsten, beziehungsweise seiner engsten Berater. Im Kern ist es Verfassungspolitik und Sozialgeschichte. Also es geht um die Institutionen, ich werde Ihnen dann zehn bis zwölf Institutionen vorstellen. Also natürlich um Verfassungen, also um die Ordnungen, die erlassen werden. Es geht um Normen, es geht aber auch um Brüche und immer wieder dann auch um Reformen. Also dass eine neue Ordnung kommt, die alte wird novelliert. Die Figuren und Akteure, die sind schon mehrfach genannt worden, gehe ich auch darauf ein. Und natürlich die Frage nach den politischen Strategien. Und da sind wir wieder dabei, ist es der Fürst allein, sicherlich im 13. und im beginnenden 14. Jahrhundert noch im hohen Maße. Aber er bekommt ihm dann die Landstände an seine Seite. Und das ist ein produktives und ein kollegiales und kooperatives Verhältnis. Und die reden und bestimmen dann mit. Es ist aber auch, und als die moderne Kulturgeschichte begann, vielleicht vor 30 Jahren, da war ich nicht unbedingt ein Freund davon. Ich bin es immer noch nicht so richtig, aber es ist Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte, ist in meinem Sinne natürlich auch eine Kulturgeschichte. Es geht um Kulturtechniken. Das ist jetzt auch immer wieder gesagt worden, selbstverständlich die Bildung, Schriftlichkeit, Spracherwerb, nicht nur die Muttersprache, sondern da schlägt dann eben die Stunde der Philologien. Es geht im hohen Maße um die Diplomatik. Wir könnten ja selbst mal die Archivare versuchen, eine mittelalterliche Urkunde aufzusetzen. Welche Regeln müssen alle bedacht werden? Und dann, das ist noch nicht gesagt worden, es geht natürlich auch um die Archivierung. Also die Geburtsstunde der Archive oder beziehungsweise der Urkundendepots liegt natürlich im 13. und im 14. Jahrhundert. Ja, die Keimzelle ist meine These, aber das dürfte da auf Konsens stoßen, ist natürlich der Hofrat. Also diese Personen, die den Fürsten umgeben. Und um welche Dinge werden da besprochen? Natürlich Krieg und Frieden, das spielt eine Rolle. Aber genauso, und das ist dann Punkt A und B, das Recht. Ja, es ist nicht nur das Lehnrecht und nicht nur insgesamt eine Rechtsprechung, wenn es um Urteile geht und wenn der Hofrat schlichten soll, Konflikte, vorrangig natürlich oder fast ausschließlich zwischen dem Adel. Und es geht dann natürlich auch in gewisser Weise um die Ressourcen. Denn der Kämmerer, der Kämmermeister, Kämmerer als Hofamt, der spielt eine Rolle, wenngleich nicht so zentral. Und aus diesem Hofrat heraus entwickeln sich dann meines Erachtens zwei kräftige Stränge. Das eine geht eben in den Bereich des Rechts und das andere geht in den Bereich der Ressourcen, in den Bereich der Finanzen, Kommerzialisierung von Landesherrschaft und diese ganzen Angelegenheiten. Und das dritte oder das vierte, wenn Sie sozusagen diese Zentrale haben, den Hofrat mit den Fürsten, mit diesen Personen, Recht und Finanzen, und das können wir in dezentral dann herausragend fassen, in den in Chorsachsen sind es die Ämter, ursprünglich hieß es Vogtei oder Pflege und dann die Ämter. Und dann haben Sie eben auch diese Zweigliedrigkeit. Auf der einen Seite Rechtsprechung, auf der anderen Seite die Finanzen, das ist das große Thema von Christian Hesse, das ist dann sozusagen in Chorsachsen sind es die Schösser. Und hier käme noch etwas Drittes hinzu, dieser Amtmann, der für das Recht zuständig ist, und dieser Schösser eher für die Finanzen, dass die dann eben als Exekutive fungieren, sozusagen, das ist dann die gute Polizei, da werden vor Ort in der Provinz Ideen und Vorstellungen umgesetzt. Die Institution, also Hofrat, ab wann können wir den definieren, ab wann ist es eine Behörde, ist natürlich immer schwierig, aber es kam auch heute der Begriff des Herrschaftswissen. Es sind sozusagen Personenkreise, die eine bestimmte Aufgabe haben, anfänglich um den Fürsten herum und die über ausgesprochenes Herrschaftswissen verfügen. Und wir haben dann natürlich im nächsten Schritt eine Arbeitsteilung. Und dann nicht nur was Rechtsprechung angeht und Finanzen, das geht dann noch in andere Dinge hinein. Sie sehen, ich will nicht so sehr ins Detail gehen, sondern ein bisschen allgemein sozusagen über die kursächsische Verwaltung sprechen, wie sie seit dem 14. Jahrhundert entstanden ist und dann, ich wiederhole mich, in etwa Mitte des 16. Jahrhunderts ausgeformt war. Und da hat man natürlich diesen Pool an Leuten vor Augen, ich habe es noch nicht durchgezählt, es ist sicherlich auch empirisch nicht möglich, aber das sind dann schon, das gibt sicherlich über 1000 Personen, die man dann entfassen könnte in den einzelnen Stellen der Institutionen, also am Hofrat, im Appellationsgericht. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Bevor ich beginne, das vorzustellen, ist für mich die entscheidende Frage, das haben wir auch hier immer wieder diskutiert, welche Kriterien sind notwendig, damit ich überhaupt dort hineinkomme. Damit ich Hofrat werde, damit ich in die Landesregierung komme, damit ich in die Kammer komme, ins Obersteuerkollegium und so weiter und so fort, wie diese Dinge heißen. Da ist als erstes eine Besonderheit und das unterscheidet Chursachsen von Churbrandenburg, zum großen Teil von Churbayern und von Böhmen und anderen Territorien, das ist sozusagen die Reiseherrschaft. Wir haben im Prinzip um 1500 in Chursachsen noch keine fest herausgebildete Residenz. Jetzt kann ich Ihnen, ich könnte es, aber die Zeit fehlt natürlich nicht jetzt die Territorial- und Dynastiegeschichte vorexerzieren, aber es bleibt festzuhalten, es ist auf keinen Fall allein Dresden, wie man man annimmt, und es ist auf keinen Fall allein Weimar oder auch Wittenberg, sondern wir haben immer wieder Brüche. Und das ist wichtig. Also eine Reiseherrschaft, weil natürlich damit auch die in der Entwicklung beginnenden oder einige Institutionen oder Behörden gezwungen sind, mobil zu sein. Und da bin ich bei den Kriterien, die notwendig sind, um überhaupt einen Posten, und das sind hochdotierte Posten, in der Verwaltung zu bekommen. Und da beginne ich mit einem Punkt, Sie werden jetzt schmunzeln, der ist noch nie genannt worden. Da ist die Grundvoraussetzung eben nicht das Latein oder das Cräcum oder wie auch immer, sondern dass sie die absolute Grundvoraussetzung ist, Sie müssen erst mal reiten können. Wir haben einen berühmten Humanisten, Heinrich von Bühnau zu Täuschern genannt, der Stölzner, dem stand eine glänzende Karriere bevor, der ist vom Pferd gefallen, hat sich den Oberschenkelhals gebrochen, damit war die Karriere beendet, weil er nicht mehr reiten konnte. Er hat sich dann humanistischen Sachen gewidmet, das ist dann auch natürlich jetzt im Nachhinein dann sicherlich bedeutsamer und wichtiger, aber das ist sozusagen wichtig. Er muss natürlich reiten können. Fernerhin Leumund, Tradition, Netzwerke. Also ich möchte nicht an die erste Stelle sozusagen eine juristische Ausbildung oder das Universitätsstudium stellen, sondern die Vernetzung. Wie erreicht man das? Das ist leider Gottes erst nachweisbar, so ab den 1480er Jahren, aber dass sozusagen diese großen Männer, die in der Verwaltung sind, die am Hof sind, dass die ihre Zöglinge in den Hof geben. Also am Prinzenhof und ins Frauenzimmer und da sind dann Knaben und Mädchen im Alter um die 10, 12 Jahre und die werden am Hof sozialisiert. Und wenn es ihnen dort gelingt, in diesem Milieuhof Eindruck zu schinden im positiven Sinne, dann können das eventuell interessante Persönlichkeiten werden und dann besteht die Möglichkeit, dass sie einen Posten bekommen. Also durch die persönliche Bekanntschaft. Entscheidend ist mir dabei immer wieder, dass der Prinzenhof, dass sozusagen dann die nachwachsende Generation der Fürsten, also bei Friedrich und Weiß ist es besonders gut, er hat eben mit Staubitz, der natürlich keine Funktion hatte, aber die kannten sich seit ihrer Kindheit und das sind natürlich ganz wichtige Voraussetzungen. Also sozusagen Leumund-Tradition, Netzwerk, Herkunft. Kompetenz sagte ich, also das Reiten gehört dazu, in dem Sinne eine Ausbildung. Es müsste geschrieben werden, eine Geschichte der Hauslehrer im 15. und 16. Jahrhundert oder eine Geschichte der Präzeptoren, welche Lehrer haben wir auf den einzelnen Gütern. Und wenn man sich dann die Leichenpredigten mal anschaut, die wir leider Gottes erst Mitte 16. Jahrhundert einsetzen, da haben wir sozusagen Indizien, dass sie eben auf den Rittergütern Präzeptoren da sind und sozusagen es eine Ausbildung gibt. Man muss nicht zwangsläufig nach Frankfurt oder Wittenberg, was weiß ich, Bologna und so weiter gehen, sondern einfach der klare, Aristoteles würde ich sagen, der klare Menschenverstand. Und natürlich die Zivilisation. Sie kommen dann auf alle Fälle in ein Milieu hinein, der es im hohen Maße zivilisiert. Also da können sie nicht einfach als ein Raubein agieren. Und dann fünftens würde ich natürlich noch nennen Spezialwissen. Das berührt einerseits die Außenpolitik, zum Teil Sprachen. Kollege Flemmeker hat ja dazu eine fulminante Arbeit geschrieben über die kur-sächsische Außenpolitik. Also wenn sie da polnisch-russisch beherrschen, dann haben sie natürlich Standing. Und das ist jetzt eine kur-sächsische Besonderheit. Also wenn sie ein bisschen ein Faible haben für die Metallurgie, für das Markscheidewesen und für den Bergbau, dann kann ihnen auch ein Posten winken. Wenn man, und ob ich das schaffe für den Aufsatz, das wäre ja alles monografisch, wenn man sich dann sozusagen diese Institutionen anschaut, dann geht es um einzelne Fragen. Wie sind sie personell aufgestellt? Sind es vier Personen oder sind es 20? Und da ist eben die Quantität eine Qualität. Wie entwickeln sich die Personenbestände in den Administrationen? Es wird ja immer mehr, es bläht ja alles auf. Was gibt es Reformen innerhalb der Institutionen? Natürlich in der Finanzverwaltung fortwährend und immer wieder. Einmal sind es Krisen, zum anderen sind es Stände. Gibt es Vorbilder? Ein Vorbild gibt es auf alle Fälle, die Hofratsordnung von 1499 in Chursachsen. Der Hofrat als solches funktioniert vorher tadellos. Ich werde einige Beispiele bringen. Aber diese Ordnung von 1499, die kommt von Maximilian, die bringt Friedrich der Weise mit. Welche Rolle spielen landesfremde Funktionäre? Eine höchst untergeordnete Rolle. Also man kann sie greifen. Man könnte jetzt bei den Minkwitzen hier zu Sonnewalde drüber nachdenken, sind es eher Lausitzer, sind es eher Brandenburger oder eher Chorsachsen? Da hätten wir so eine Familie. Es gibt die Familie Riedesel, die Familie Beunenburg aus dem hessischen, die können aufsteigen. Aber ansonsten ist es ein enges Netzwerk, das sich im hohen Maße eben auf die Familiengründe, die im Lande das Sagen haben. Und schließlich natürlich die berühmten Abnabelungsprozesse. Ich deutete es an mit Albrecht, den Entarteten um 1300, wo das sich hinführt. Oder dann eben um 1600 mit Christian II. Wenn es um die Institutionen geht, ist es meines Erachtens auch von höchstem Interesse. Und Sie entschuldigen, dass ich keine PowerPoint-Präsentation hätte. Ich hätte ohnehin nur zwei oder drei Beispiele. Bekommt die Institution, die Behörde ein eigenes Haus. Und Vorreiter, bin jetzt vorsichtig, weil ich mich nicht auskenne. Der Vorreiter ist das Kanzleihaus in Thurgau. Das Kanzleihaus steht vor der Residenz, ist nicht Teil des Schlosses, sondern ein eigenes Haus. Das wird gebaut in den 1530er Jahren. Und wenn Sie sich dieses Haus anschauen, das muss ja gefüllt werden. Und nicht nur mit Akten, sondern auch mit Menschen, dann hat man eine Ahnung und 1530, sozusagen welche Bürokratisierungsprozesse laufen hier ab. Also das ist ein Gehäuse, da kommen locker zwei, drei Dutzend Personen unter. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, und das ist nun die Steiermark, das ist Graz, das Zeughaus. Aber richtig muss es heißen, das Ständehaus. Das wird gebaut 1528 oder 1529. Das hängt natürlich mit den Türken zusammen und mit der unmittelbaren Mobilisierung von Ressourcen seitens der Stände. Und was machen die steiermärkischen Stände? Die bauen sich in Graz einen Palast. Also hier wird gezeigt, anhand dieses Gebäudes. Also wir sind hier die Herren im Lande und nicht du, mein lieber Fürst. Das müsste man meines Erachtens mal systematisch durchgucken. Und ich bin mir auch nicht so sicher, weil gestern kamen die Zeughäuser, ob die Zeughäuser tatsächlich immer nur die Fürsten sind, sondern diese Zeughäuser müssen ja gefüllt werden. Und da sind wir wieder bei den Ressourcen. Und da könnten natürlich die Stände eine Rolle spielen. Als Punkt, ich möchte es nur nennen, Konkurrenzen und Intrigen in diesen Netzwerken, da geht es beinhart zu. Also das ist nicht so ein Freundschaftsspiel wie gestern, 9-0, sondern das ist, wenn Uruguay sozusagen aufläuft, da wird rein, da Blutgrätsche und alles. Und dann natürlich die Institution und der Hof. Also beim Kanzleihaus in Thurgau deutete ich es an, es sind 300 Meter, aber das Haus ist vor der Residenz, vor dem Schloss. Und dann haben wir natürlich Institutionen wie in Chursachsen, die Bergverwaltung, naja, die ist im Freiberg oder in Zwickau und sozusagen weg vom Hof. Und da sehen Sie auch die Personen, die dort tätig sind. Die haben natürlich einen ertragreichen und lukrativen Posten. Allerdings sind Sie eben nicht so nah am Machtzentrum. Das ist und bleibt der Hofrat. Und damit möchte ich Ihnen in fünf Minuten diese Türka nach meiner Ansicht nach, diese zehn Institutionen vorstellen. Also natürlich der Hofrat ist Beginn, ist der Anfang. Teil des Hofrates ist die Kanzlei oder der Kanzler. Der Kanzler nimmt in Chursachsen, soweit ich das einschätze und beobachte, und ich glaube, das kann man auch nachweisen, der nimmt innerhalb des Hofrates eine subordinierte Stellung ein. Er ist nicht Chef des Hofrates, sondern er ist eben derjenige, der die Ideen schriftlich umsetzt, der Urkunden aufsetzt und der verantwortlich ist für das Personal, was sozusagen in den Schriftverkehr geht. Der Hofrat ist lange Zeit mobil. Das ist ein Prozess. Also mit dem Kanzleihaus in Thurgau war natürlich seitens der Ernestiner gedacht, dass jetzt endlich mal Immobilität einzieht. Das ganze Problem Universitätsabschluss der Hofräte, wir sind nur im Hofrat, das spielt eine Rolle. Und in jedem Hofrat haben wir sicherlich ungefähr ein Viertel der Räte mit einem Universitätsabschluss. Zumeist sind das oder fast ausschließlich Juristen. Aber es ist nicht das Entscheidende. Es ist nicht das Entscheidende. Wir haben bei Herzog Georg und dann auch nochmal nach dem Tod von Heinrich den Frommen, also 1541, eine Persönlichkeit Georg von Karlowitz. Die Kirchenhistoriker sind hier unter uns, wird immer wieder gesagt, Georg von Karlowitz konnte nicht lesen und konnte mit Aachenkrach nur seinen Namen schreiben. Aber er war der starke Mann im Hofrat. Das hing einfach mit Herrschaftswissen und mit Kompetenz zusammen. Ja, ich sehe, mir fehlt ein bisschen die Zeit. Jetzt könnte man die Verwaltungsabläufe rekonstruieren. Die sind rekonstruierbar in den 1400 späten 80er und 1490er Jahren. Da hat Hans-Stefan Prater herausragendes geleistet. Er hat die Missivenbücher, die Kopialbücher, Protokollbücher der Ernest Diener sich angeschaut und hat eben gesehen, der Fürst ist überhaupt nicht anwesend. Wir haben eine Gruppe in etwa von acht bis zehn Personen. Davon ist einer hochadlich, also das ist ein Graf von Gleichen. Ansonsten neun Adlige, teilweise mit Universitätsabschluss und die nehmen die eingehenden Schreiben entgegen. Die sind natürlich alle an den Fürsten adressiert. Da wird das Siegel gebrochen, dann wird das bearbeitet. Da wird einer beauftragt, sozusagen das Schreiben zu beantworten. Und das wird alles verschriftlicht. Da haben wir teilweise die Korrekturen. kollegialisch wird das organisiert. Aber da sehen wir auch, wir haben eben einen Experten für die Kure, wir haben einen Experten für Brandenburg, wir haben einen Experten für Böhmen, einen für das Innere und so weiter. Punkt zwei, Entschuldigung, und dazu, zu diesem Hofrat muss gesagt werden, aus diesem Hofrat erwächst dann in der Mitte des 16. Jahrhunderts eine eigene Behörde. Und das ist die sogenannte Landesregierung, ein bisschen verwirrender Begriff, nichts mit heute zu tun. Der bessere Begriff wäre Justizministerium oder Lehnsbehörde. Und die sind verantwortlich, die Landesregierung, für das gesamte Lehnswesen. Und das hatten wir gestern teilweise bei Herrn Schneider. Also die haben in etwa, in etwa über 10.000 Eingänge jährlich. 10.000, da wird natürlich nicht nur neu verlehen, sondern alle möglichen Probleme. Und aus diesem Grund wird sozusagen das rausgeschält oder rausgenommen aus dem Hofrat. Und natürlich dann aus dem Hofrat erwächst der geheime Rat, in den, ich habe dieses Jahr jetzt nicht genau im Kopf, in den 1560er oder Anfang der 1570er Jahre. Allerdings durch Beschluss, das heißt natürlich nicht, dass es so etwas ähnliches wie einen geheimen Rat schon vorher gegeben hat. Punkt 2 wäre dann das Hofgericht. Ein Hofgericht ist spätestens seit 1344. Am Hof haben wir die Hofgerichtsbarkeit. Der Hofrichter ist der Hofrichter, der steht tatsächlich dem Hofgericht vor. Die auf der Schöffenbank im Hofgericht sitzen, sind im Allgemeinen die Hofräte. Also haben wir hier sozusagen nicht das ideale Bild des Magdeburger Rechts, das Exekutive und Jurisdiktion gedrängt ist, sondern das ist hier noch gemeinsam. Immerhin, aus diesem Hofgericht erwächst dann, oder wir haben dann die Hofgerichte im 15. Jahrhundert, nicht unbedingt an einem festen Ort, aber an einem Zentralort in Thüringen, in Gotha oder in Weimar, im Osterland, meistens in Weißenfels oder in Leipzig und in der Mark Meißen. Das wäre dann meistens in Meißen. Und dann, als das Herzogtum Sachsen dazu kommt, natürlich in Wittenberg, haben wir sozusagen vier Hofgerichte und seit 1488 dann ein Oberhofgericht. Mit zwölf Richtern wird genau festgeschrieben, es müssen mindestens vier mit Universitätsabschluss sein, also Juristen, sozial stammen die alle aus dem Adel. Dann wird festgeschrieben, es sollen mindestens vier von der Ritterschaft sein, also in die Schriftsassen, dann haben wir wieder vier Adlige und dann wird gesagt, naja und dann noch vier sozusagen vom Allgemeinen, das können Bürgerliche sein, aber auch Amtssassen. Lange Rede, kurzer Sinn, in diesem Gericht, diese zwölf Plätze werden eingenommen, von zwölf Personen, die Adliger Herkunft sind. Dieses Gericht tagt viermal im Jahr nach der Leipziger Teilung, alternierend immer in Altenburg und in Leipzig. Dieses Gericht ist zuständig für Lehnsrecht und Zivilrecht. Natürlich nicht für Strafrecht. Strafrecht geht den Fürsten und die Verwaltung erstaunlicherweise überhaupt nichts an, dass es Strafrecht ist Sache der Juristenfakultät oder dann der Juristenfakultäten und der Schöfenstühle. Und schließlich, wenn es ums Gericht geht, Dresdner Appellationsgericht. Ich würde mal sagen, im Alten Reich, unter den Territorien, was Einmaliges, 1558 vor Jedermann. Jedermann kann zu diesem Gericht appellieren. Da geht es dann teilweise, es geht nicht um Strafrecht, Entschuldigung, wenn ein Todesurteil droht, müssen Sie nach wie vor an die Juristenfakultät appellieren. Aber die ganzen Auseinandersetzungen zwischen den bäuerlichen Gemeinden und ihren Grund- und Gerichtsherren, also wenn es nicht strafrechtlich ist, sondern das ist in dem Sinne zivilrechtlich, das finden Sie dort. Und dann sehen Sie auch, wie zivilisiert dieses Kursachsen ist und wie mittels Prozesse Konflikte gelöst werden, die im, ich konstruiere, im 12. oder 13. Jahrhundert auf eine ganz andere Art gelöst worden wären. Die Landesregierung erwähnte ich seit 1547 vorrangig für das Lehnrecht. Kammer und Finanzverwaltung halte ich mich extrem kurz, wäre ein eigener Vortrag. Der Kämmerer und Kammermeister ist bis 1470 eigentlich bedeutungslos. Er ist zwar in der Nähe des Fürsten, verwaltet zum Teil die fürstlichen Erträge, aber wir haben das sogenannte Anweisungssystem und aus dem Grund ist er funktionslos. Und das ändert sich dann schlagartig. Ausgangspunkt ist eine ganz schwere Liquiditätskrise, 1470. Und dann haben wir den Landrentmeister und der sozusagen ist dann der ganz starke Mann. Und hier haben wir eine Erscheinung, für ein halbes Jahrhundert ist er bürgerlich. Ja, Jakob Blasbalg wäre besonders berühmt, da ist sogar die Ausnahme, als er stirbt, ist dann seine Frau verantwortlich für ungefähr ein Dreivierteljahr. Apollonia Blasbalg, der erste Finanzminister, die erste Finanzministerin der Welt, sage ich immer wieder, ihre Dienstzeit war 1490, 1991. Und hier kommen die Stände hinein. Das ist jetzt auch ein Prozess, also in den späten 80er und dann in den 90er Jahren. Eine Institutionalisierung einer landständischen Finanzverwaltung haben wir allerdings dann auch erst Mitte des 16. Jahrhunderts, 1447, 1547, 1553, 1570. Und das ist immer wieder verbunden dann mit diesen berühmten Umschuldungsprozessen. Also, dass der Kurfürst von seiner Schuld, es sind dann immer Millionen, nicht Millionenbeträge, es sind meistens immer nur in Gänsefisch nur eine Million, aber sozusagen eine Million übernehmen die Stände hinsichtlich der Tilgung und der Verzinsung. Und damit sichern sie sich die Steuereinnahmen zu, weil natürlich mit den Steuern die entsprechenden Kapitalien verzinst und getilgt werden. Diese Behörde formt sich dann endgültig aus 1570, haben wir acht hochdotierte Stellen. In der Ordnung steht, vier möge der Landesherr besetzen und vier die Stände. Am Ende ist das Obersteuerkollegium komplett und ganz fest in landständischer Hand. Es bleibt im Übrigen auch derartig wirkmächtig nach dem Dreißigjährigen Krieg. Das erklärt dann eine, meines Erachtens, verfassungsrechtliche Eigenentwicklung und eben keinen Absolutismus in Chursachsen. Staat im Staat wäre Bergverwaltung und Münze. In aller Kürze in Freiberg und von herausragender Bedeutung ist natürlich die Münze. Und hier wird gutes Geld geprägt oder eben nicht. Und da haben wir ein Interesse der Stände. Ich meine, es ist ein bisschen schwierig nachzuweisen, aber ich meine neuerdings, das geht so um 1415 los. Zuvor haben wir einen schlimmen Währungsverfall und hier schalten sich dann die Stände ein. Da geht es natürlich auch um Schulden. Und wenn man mit gutem Geld einzahlt, mit rheinischen Gulden oder mit ungarischen Golddukaten oder eben mit Meisner Silbergroschen oder Böhmischen Groschen, dann will man natürlich, wenn man das Geld, die Kapitalien zurückbekommt, da will man nicht entwertete Münze haben. Und so haben, so haben dann indirekt und sukzessive die Stände einen Zugriff, nicht unbedingt auf die Bergverwaltung, aber auf alle Fälle für die Münze. Und die Münze und das Geld, ich glaube, das gilt auch heute, oder zumindest die Wertbeständigkeit, das ist im Gemeinen wohl, das interessiert das gesamte Land. Obersteuerkollegium hatte ich genannt, Oberkonsistorium und Superintendenten. Als Folge der Reformation wird Kollege Michel heute Nachmittag sprechen. Ich weiß, ich muss abschließen und damit hätte ich fast die gesamte Verwaltung durch. Ich habe nichts zum Hof gesagt, Moment, ich habe nichts zum Hof gesagt. Am Hof, im engeren Sinn, haben wir keine Behörden. Wir haben einen Hofmeister und einen Obermarschall. Ich hatte mir aber auch auf die Ohr geguckt, mein lieber Michael. Ja, aber ich mache Schluss. Eine Besonderheit möchte ich doch noch nennen. Die ersten Befehle und Anordnungen, die in gedruckter Form herausgehen. Die erste Ordnung ist 1480 und dann beginnt die Karriere des Buchdrucks oder die Karriere des Drucks von Befehlen und Ordnungen mit beweglichen Lettern. Und das scheint mir, es entsteht bei uns in Jena eine Dissertation, 1480 bis 1560 geht es da. Das scheint mir auch eine kursechsische Besonderheit zu sein. Das in aller Kürze und herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, lieber Uwe. Wir hätten ja noch länger zuhören, die Kräfte bedrohen, ein wenig aus der Zeit zu feiern. Und deswegen bin ich das noch recht schnell zuzuhören. Ja, nur eine Frage. Du hast es sehr schön, wunderbar alles hier dargelegt und das klar gesagt. Aber mich würde jetzt noch interessieren, du hast gesagt, dass die Kanzlei ja vor allem Schriftverkehr und so weiter gemacht hat. Und ich frage mich, bis wann das auch in den anderen, oder ab wann das eigentlich in den anderen Territorien stärker kommt. Ich habe das Gefühl, dass in einzelnen, zum Beispiel Bayern ist mir das aufgefallen, auch in Württemberg, dass die Kanzlei noch sehr, sehr stark Finanzen macht. Und das scheint ja in Sachsen nicht zu sein. Also wenn ich die Kanzlei schreibe, dass die einfach, also jetzt in Württemberg oder so, dass die dann partiell in die Finanzverwaltung gehen. Weil wir haben noch keine Finanzbehörde. Wenn du es ja sagst, ab 1470 oder so mit dem Merkental und so, ist dann eine zentrale Finanzverwaltung da. Und du bist sicher, der mir das erklären kann. Also eine zentrale Finanzverwaltung haben wir in der Tat erst seit 1470. Ja. Und vorher ist das dezentral über die Ämter, beziehungsweise über den Bergbau. Und das Anweisungssystem bedeutet natürlich, dass der Fürst, also einlaufende Rechnungen, oder wenn die Gläubiger kommen, dass die eben verwiesen werden an die einzelnen Stellen im Land, wo die Einträge, wo die Erträge kommen. Und es wurde geleitet oder dann eben die vielen Stellen. Und insofern haben wir eben keine zentrale Behörde. Meine Sachen sind auch, oder nein, ich glaube auch in den anderen Territorien, wie in Bayern, haben wir das ja auch erst seit der Mitte des 15. Jahrhunderts. Also das gesamte Finanzsystem ist, ich würde mal sagen, also in den Territorien des Alten Reiches und darüber hinaus im hohen Maße dezentral im Mittelalter. Herr Schirmer, wenn ich versuche, das, was Sie uns beschrieben haben, auf den Begriff zu bringen, könnte man dann davon sprechen, dass Sie uns skizziert haben, das Auseinandertreten von Regierung und Verwaltung. Denn es entstehen ja, etwas modern vielleicht ausgedrückt, Verwaltungsbehörden. All die Behörden oder Institutionen, die Sie uns geschildert haben, die sozusagen ihre eigenen Sachgebiete oder Aufgabenbereiche haben und die diese Aufgabenbereiche, denke ich, jedenfalls im Allgemeinen nach ihren eigenen Regeln verwalten. Sie sprachen ja, die Unmenge von Lehnsvorgängen an, die in der Landesregierung behandelt werden. Das ist doch etwas zugespitzt formuliert, die Routine des Lehnswesens, die dort abgehandelt wird, die den Fürsten im Grunde genommen gar nicht interessiert, weil da Hunderte oder gar Tausende von Adligen bei einem Regierungsantritt eines neuen Herrn eine neue Lehnsurkunde ausgestellt bekommen. Ich frage mich dann, wo ist die Regierung im Sinne, wo ist der Bereich, in dem die politischen Grundsatz- oder Einzelfallentscheidungen gefällt werden? Natürlich beim Fürsten, wenn man von Ihren Sonderfällen mal absieht, die Sie uns geschildert haben. Und ansonsten bei den Mitgliedern, bei ausgewählten Mitgliedern des Hofrates oder des Geheimrates, ist das sozusagen der Kern der Regierung? Ja. Zweite Frage, ganz kurz. Spielen die Stände für die Zusammensetzung des landesherrlichen Regierungs- und Verwaltungspersonals eine Rolle? Erheben die da Ansprüche? Sie haben gesagt, Landfremde spielen bei Ihnen bestenfalls eine höchst untergeordnete Rolle. Das ist hier in Brandenburg anders. Das ist ein Dauerproblem, das sich in unterschiedlicher Gestalt durch die Jahrhunderte zieht. Und der Merkische Adel besteht dann immer wieder auf seinem Indigenat und er eifert sich darüber, dass der Kurfürst Joachim II. im 16. Jahrhundert einen Landfremden, einen Meißner, bestellt. Was hat dieser Ausländer in Köln zu suchen? So ungefähr. Und dann seit dem frühen 17. Jahrhundert nach der Vereinigung mit den niederrheinischen und mit den preußischen Territorien sagen die Stände, wenn der Kurfürst, lieber Kurfürst, wenn du einen Preußen berufst, dann musst du aber schön darauf achten, dass wir umgekehrt dann auch unsere Leute nach Preußen entsenden können. Ja, in aller Kürze. Also die Stände haben per se und nicht durch Mandat einen Anspruch auf eine Stelle. Nein, selbstverständlich nicht. Aber am Ende greift der Fürst auf diese Personen zurück. Jetzt könnte man Erklärungen anbieten. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in aller Kürze erklären darf, aber wenn man sich vor Augen schaut, die exorbitant hohe Verschuldung der Kurfürsten seit der Mitte des 15. Jahrhunderts, da haben die schon einen Schuldenberg angehäuft von 300.000 Gulden, das ist zumindest ein deutscher Spitzenwert. Und wenn man dann schaut, wer sind die Gläubiger, dann wird man sagen, das sind 100% oder 95% sind es die Stände. Es sind zum Teil die Stadträte, aber die sind natürlich auch landtagsfähig und es ist natürlich der einheimische Adel. Und es gibt auf diese Weise, und ich weiß aber jetzt nicht, jetzt bin ich selber mit mir selber noch im Umklaren, ob sozusagen diese Bindungskraft, ein Kreditvertrag, ob die ausschlaggebend ist. Ich bin der Meinung, und deshalb habe ich Ihnen auch gestern zugestimmt, die ausschlaggebende Bindungskraft zwischen den Ständen und den Fürsten ist der Lehnsvertrag. Und durch die Mehrfachvassalität kann man das unterminieren und das kann verstärkt werden. Das wird verstärkt durch Kreditverträge und das wird verstärkt durch Dienstverträge. Also das ist, Michael ist der Fürst und er bindet uns mit Dienstverträgen. Wir bekommen ein kleines oder großes Salär, wenn es groß ist, sind das 500 Taler oder vorher 500 Gulden im Jahr. Das ist schon etwas und wir müssen dienen. Und wenn Sie sozusagen so eine Abhängigkeit haben über Lehnen, über Dienst, über Kreditvertrag, das kann ich nicht nachweisen, aber das empirische Material ist eindeutig. Und die kommen immer wieder sozusagen aus denselben Netzwerken. Das ist ein Kölner Klüngel. Und auf diese Art und Weise wird natürlich auch den Fürsten außenpolitisch, so würde ich das formulieren, die Hände gebunden. Ich habe Karl-Heinz Blaschke immer sehr verehrt, verehre ihn nach wie vor, aber er brachte dann immer solche komischen Argumente, ja wir Sachsen sind eben zufriedliebend und solchen Unsinn. Nein, das hing mit dieser starken Integration und Einbindung des Adels in das gesamte politische System zusammen. Der Fürst war kaum in der Lage frei zu agieren. Und wenn doch, also Stichwort dann eben reformierte Glauben unter Christian I., das ist mehr als ein Verfassungsbruch, da droht 1488, 1489 die Ständerevolte. Oder andere Beispiele haben wir, also sozusagen die böhmische Krone angetragen wird 1622 und Johann Georg will nach Prag ziehen und will die Krone nehmen und fordert sein Lebensaufgebot auf. Die kommen nicht. Das wir außer Landes ziehen wir nicht. Und mit anderen Worten, ja es wird regiert, aber wenn Sie sich das 16. Jahrhundert anschauen, Schmalkaltische Krieg ist natürlich eine andere Geschichte, dann ist der Fürst, der ist sozusagen, der ist gefangen im eigenen Land durch seinen Adel oder durch die Stände, ganz wie Sie das erklären wollen. Ich würde gerne nochmal nach Königlichpreußen gucken. Da haben wir ja eine etwas andere Situation, weil wir konkurrierende Fürsten haben. Einmal den Herzog und einmal den polnischen König. Da haben wir mit den Landesordnungen im 17. Jahrhundert so einen Trend, wie soll man sagen, da nochmal im Verwaltungshandeln auch von der Ständeseite her etwas zusammenzufassen. Und ich glaube, es wäre vielleicht wirklich nützlich, jetzt diesen Geheimen Rat und auch das Etatministerium und auch im Herzoglichen Briefarchiv hier bei uns in Brandenburg einfach mal zu gucken, was davon zurückschlägt. Ich glaube, dass das Herzogliche Briefarchiv besonders gut geeignet ist, da nochmal auch auf brandenburgische Betreffel zu gucken. Also für mich ist das jetzt wirklich so ein Moment. Also ja, man hört aus diesem Sachsen, was da eigentlich passiert, weil einfach Ihre Quellenlage mit diesen Amtsbüchern einfach genial ist. Ja, und wir haben auch eine geniale Quellenlage und ich bin jetzt gespannt, was jetzt unsere Archivare dazu sagen. Ja, herzlichen Dank. Ich verstehe das als Kommentierung vielleicht nur einen Satz. Der auch von mir sehr geschätzte Berliner Historiker Paul Hager hat ja ein herausragendes Buch geschrieben, 30er Jahre in Kursachsen und Brandenburg, ein Wettstreit. Das, was er postuliert hat an Thesen, das können wir jetzt wirklich satt empirisch belegen. Und da gibt es eben, dieses Buch hat einen schönen Schlusssatz und der heißt, es ist dann so fast resignierend, natürlich aus brandenburgisch-preußischer Sicht, Paul Hager, Sachsen blieb das gelobte Land der Junker und Pastoren. Die Junker ist klar, die Pastoren ist klar, lutherische Orthodoxie und alles, was dazu gehört. Und mit diesen Hinweisen, es blieb eben dieses Land, und damit wird ja angedeutet, diese natürlich jetzt aus der brandenburgisch-preußischen Sicht, das Primat der Außenpolitik. Und hier würde ich dann eben umgedreht sagen, das Primat der Innenpolitik. Als Kommentar. Ich habe eine reine Interessensfrage, die interessiert, der Umbruch 1547, also Wittenberg-Stapitulation. Entschuldigung, dass ich jetzt so etwas ganz blödes sage. Aber den Kirchenhistoriker interessiert natürlich, dass du hast das geschickt gemacht, indem du von Kursachsen redest. Und wir haben ja dann gewissermaßen ein neues Kursachsen. Ist die Verwaltung da so, also mich interessiert es wirklich eine reine Interessensfrage. Geht das so harmonisch? Übernimmt Moritz da die ernestinischen Ordnung oder fängt der da ganz neu an? Das wäre ja dann nochmal ein echter Umbruch dann sozusagen. Das ist für die alpertinische Linie die Gelegenheit, grundsätzlich zu modernisieren. Ja, wir haben ja im ernestinischen Chorfürstentum in der Tat, ich würde sagen, eben einen Verwaltungs- oder Modernisierungsvorsprung, weil Georg alles selber macht. Das ist ein Kontrollfreak, der traut niemanden. Und bei Johann Friedrich das anders. Und das ernestinische Chor Sachsen erscheint mir moderner. Und das ist eben dann auch der Anlass für die großen Reformen von Kurfürst Moritz. Und da baut er eben zum großen Teil eben auf die ernestinische Vorbilder auf. Vielen Dank für den Vortrag. Sie haben gesagt, dass keine PowerPoint dabei war. PowerPoint ist, um die Leute bei der Stange zu halten. Das brauchen sie nicht. Sie sind quasi ihre eigene PowerPoint, könnte man fast sagen. Aber meine Frage also zieht in die Richtung, ich komme ja auch aus hochmittelalterlicher Chronistik und was die Fürsten alles sein wollen. Sie wollen Richter sein, sie wollen Krieger sein, sie wollen zum Teil auch Verwalter oder Städtegründer sein. Was sie nicht sein wollen, das steht in den Chroniken nicht drin. Man findet sie nie als Finanziers oder Wirtschafter. Das ist eben ein Feld, Karl IV. hat sich dann auch von Nürnberger Patrizian beraten lassen. Und auch Sie hatten irgendwie, was die Finanzbehörden hatte ich, glaube ich, richtig verstanden, dass das eher Bürgerliche waren. Joachim II., das war dann auch der Liebholt, der Jude, der ihn die ganze Zeit beraten hat. Also da hat er sich sozusagen für die Finanziellen, für dieses Klein, 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 sind dann vielleicht die Bürgerlichen doch ganz gut, die dieses Rechnen eben, Kaufleute, nicht? Ja und nein. Die Bürgerlichen sind am Anfang notwendig, also im 15. Jahrhundert, um bei noch nicht so starken Steueraufkommen sozusagen im überregionalen Maße Transaktionen anzusteuern. Also wir haben dann eine Reform 1488, das ist der gesamte Krieg in der Niederlande und da muss sozusagen im überregionalen Maße und bargeldlos alles abgewickelt werden und da kommen nur Kaufleute in Frage. Das ändert sich dann, wie gesagt, in den 20er und 30er Jahren. Dann ist auch die Kammer in oder die Landrentkammer in adliger Hand. Es ist allerdings, so bedeutsam sie ist, es ist von der Personenzahl die kleinste Behörde. Und was wirtschaftliche Aktivitäten angeht, ich will Sie jetzt nicht hier, also vielen Dank für die lobenden Worte, aber ich könnte Ihnen jetzt eine Geschichte erzählen, es ist keine Geschichte, es ist handfest, großartige Aktenbestände. Also Kurfürst August, der beabsichtigte nach 1570, jetzt Achtung, den europäischen Pfeffermarkt zu monopolisieren. Er wollte sämtlichen Pfeffer aufkaufen, europaweit und hat spekuliert auf steigende Preise und das ging natürlich nicht, also konnte kein Embargo in Dresden, die hatten einen gewaltigen Pfeffervorrat, kein Unsinn. Und dann ist ihm dieses Pfeffer, also erst teuer angekauft, die Venezianer, die sind vielleicht vor Lachen nicht in den Schlaf gekommen. Und es ist tatsächlich, also tonnenweise Pfeffer und als er dann eins sah, also das funktioniert nicht, dann ist der Pfeffer verschleudert worden. Und wenn Sie sich die Pfefferpreise anschauen, dann haben Sie in der Tat, ich glaube 77 oder so, da haben Sie auf einmal einen Rutsch nach unten, so wie letztes Jahr oder vor zwei Jahren, als der Ölpreis so runterging. Also in solchen Massen ist Pfeffer auf den Markt geworfen und so weiter und so fort. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe die Ehre und die Freude, Sie durch den heutigen Nachmittag und damit durch den letzten Teil unserer Tagung zu führen. Ich will Sie nicht mit langen Ausführungen zu dem Schwerpunktbereich, der uns jetzt beschäftigen wird, aufhalten. Sie haben dem Programm entnommen. Es werden jetzt kirchengeschichtliche Fragen zum Kirchenwesen des 15. und 16. Jahrhunderts zur Sprache kommen. Ich will Ihnen wenigstens ein paar Sätze vortragen aus dem Konzeptionspapier unserer Tagungsorganisatoren, um Sie ein bisschen wenigstens im Allgemeinen auf das einzustimmen, was jetzt folgen wird. Uns geht es mit der Tagung um das Wie der Transformationsprozesse. Wie gestalteten sich Reformprozesse im Kirchenwesen im 15. Jahrhundert und wie vollzog sich die Reformation? Diese Fragen lassen sich am besten klären, wenn man nach den Akteuren fragt, die diese Transformationsprozesse entscheidend bestimmten. Weil die Transformationsprozesse im Kirchenwesen eng verbunden waren mit dem epochalen Inbruch Anfang des 16. Jahrhunderts, führt die Frage nach den Transformationsprozessen im kirchlich-religiösen Bereich zu den Verquickungen von Religion und Politik, die sich im Zuge der Reformation neu gestalteten. Stärker als bei den anderen Sektionen wird hier darum die Perspektive von unten mit dem Blick von oben kombiniert und der Blick von oben genutzt werden, um aus den Einzelfänomenen das für den geschichtlichen Wandel Wesentliche auszuwählen. Die Geschichte von Religion, Kirche und Frömmigkeit im 15. und 16. Jahrhundert im Mitteldeutschland ist so vielgestaltig und wechselhaft, dass in der Sektion der zeitliche Schwerpunkt der Untersuchung auf den Zeitrahmen von 1485 bis 1555 gelegt werden wird. Dann möchte ich noch einleitend wiederholen, was gestern schon angesprochen worden ist. Gegenüber dem ursprünglichen Programm hat es insofern eine Veränderung gegeben, als Herr Professor Asche aus gesundheitlichen Gründen verhindert ist, wie eigentlich geplant, seinen Vortrag zu erhalten. Und wir freuen uns sehr, dass es uns kurzfristig gelungen ist, mit Herrn Privatdozenten Dr. Stefan Michel einen anderen kompetenten Referenten zu gewinnen. Wir steigen mit dem ersten Vortrag ein, dessen Referenten ich Ihnen kurz vorstellen möchte, Herrn Privatdozenten Dr. Andreas Stegmann. Er hat von 1977 bis 2002 evangelische Theologie in Halle-Wittenberg, in Marburg und in Tübingen studiert und hat das Studium dann mit der ersten theologischen Dienstprüfung abgeschlossen. Es schloss sich an, die 2005 abgeschlossene Promotion an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. Seine von Frau Prof. Dr. Dorothea Wendelburg betreute Dissertation ist dann 2005 erschienen unter dem Titel Johann Friedrich König, seine Theologia Positiva Acro Atomatica 1664 im Rahmen des frühneuzeitlichen Theologiestudiums. Herr Stegmann war seit 2004 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität und hat sich dort 2011 habilitiert im Fach Kirchengeschichte mit einer Arbeit über Luthers Auffassung vom christlichen Leben, einer Arbeit, die auch preisgekrönt worden ist. Nach dem Abschluss des Habilitationsverfahrens erhielt er die Venia Legendi für das Fach Kirchengeschichte und lehrt seitdem als Privatdozent eben dieses Fach an der Humboldt-Universität. Wenn man seine wissenschaftlichen Untersuchungen und Forschungen betrachtet, so ist aus spezifisch brandenburgischer Sicht zu bemerken, um nicht zu sagen begrüßen, dass er sich seit mehr als einem Jahrzehnt mit der brandenburgischen Reformationsgeschichte des 16. Jahrhunderts sehr intensiv befasst hat, dazu eine Vielzahl von Publikationen, von Aufsätzen, von einer Monografie, von einer Quellenedition erarbeitet hat. Ich erwähne sein Buch über die Reformation in der Mark Brandenburg, das 2017 im Jubiläumsjahr der Reformation erschienen ist. Ich erwähne aber insbesondere seine große Quellenedition, erschienen 2020 unter dem Titel die Quellen zur brandenburgischen Reformationsgeschichte aus dem Zeitraum 1517 bis 1615. Ich hatte damals als Direktor des brandenburgischen Landeshauptarchivs die Freude, dieses Vorhaben mit begleiten zu können und mit auf den Weg bringen zu können und meine, dass damit wirklich für die Quellenarbeit eine ganz neue fundierte Grundlage geschaffen worden ist. Herr Stegmann hat darin nicht nur alte, altbekannte Quellen nochmal kollationiert mit der originalen Überlieferung, sondern auch eine erhebliche Anzahl neuer, bislang unbekannter Quellen aus verschiedenen deutschen und außerdeutschen Archiven ermittelt und abgedruckt. Die Reformationsgeschichte des 16. Jahrhunderts, nicht nur in Brandenburg, sondern überhaupt im Reich, mit Martin Luther als dem großen Reformator, ist sein einer großer Forschungsschwerpunkt, aber nicht sein einziger. Sein Interesse gilt überhaupt der neueren Kirchengeschichte, vor allem der Geschichte der evangelischen Kirche. Das zweite Standbein liegt dabei im 19. und im 20. Jahrhundert. Er hat sich dabei sowohl befasst mit der evangelischen Diakonie als auch mit dem Protestantismus in Westdeutschland wie in Ostdeutschland in den Jahrzehnten zwischen 1945 bis 1990. Aber an dieser Stelle hören wir den Reformationshistoriker Stegmann, den ich hiermit das Wort übergeben möchte, zu seinem Vortrag, dessen Titel Sie dort an der Wand sehen können. Bitte schön. Die Mark Brandenburg als notorisches Lieblingsland des lieben Gottes. Diese ironisch getönte, aber durchaus ernst gemeinte Formulierung legte 1886 Theodor Fontane, einer Figur seines Romans Cécile, in den Mund. Die Gottesgabe, die die Mark auszeichne, sei die Vermählung von Sumpf und Sand. Sumpf an und für sich sei nicht zu gebrauchen und Sand an und für sich auch nicht, aber unter Umständen ginge aus der Verbindung beider eine besonders feine Kultur hervor, soeben in der Mark Brandenburg. Diese Vermählung sei für eben diese Mark und natürlich auch für die Menschheit eine besondere Gnade gewesen und die ganze preußische Geschichte sei sozusagen aus diesem Gnadenakt hervorgegangen. Das ist die pointierte fontanische Antwort auf die Frage nach den Ursachen für den Aufstieg Brandenburg-Preußens in der frühen Neuzeit. Göttliche Bestimmung, die sich vermittelt durch Naturgegebenheiten realisiert und zwar als ein himmlischer Gnadenakt unter bestimmten Umständen. Göttliche Bestimmung oder Gnade sind für die Geschichtswissenschaft keine relevanten Faktoren, wohl aber die naturräumlichen Gegebenheiten. Diese sind allerdings ins rechte Verhältnis zu den geschichtlichen Strukturen, Prozessen, Akteuren und Ereignissen zu setzen und die Frage nach dem Aufstieg Brandenburg-Preußens ist darum vor allem mit Blick auf die Geschichte zu beantworten. Auffällig ist, dass diese Frage nur selten Interesse findet und dass die Antworten auf sie wenig befriedigend ausfallen. Stichwort sich groß hungern. Die Forschung begnügt sich vielfach damit, den Aufstieg Brandenburg-Preußens nachzuerzählen und dabei der Selbstsicht der Protagonisten zu folgen, für die sich der Erfolg als eine Mischung von Glück und Genie versteht. Die Frage danach, ob strukturelle Gegebenheiten eine Rolle spielten und welche davon wichtig sind, wird dagegen kaum gestellt. Und der Blick schweift selten bis in das späte Mittelalter zurück. Dabei dürfte die Perspektive der longue durée nicht ganz unerheblich sein. Dass ich meinen Beitrag mit diesen Überlegungen beginne, deutet darauf hin, dass ich die Transformation im märkischen Kirchenwesen vom 15. zum 16. Jahrhundert nicht bloß als sektoral beschränkte Veränderung mittlerer Tragweite betrachte. Vielmehr haben wir es hier mit einem Umbruch zu tun, der schlechterdings grundlegend ist für die neuzeitliche Geschichte der Mark Brandenburg. Mein Beitrag behandelt darum zweierlei. Zum einen die Veränderungen des märkischen Kirchenwesens im Zuge der Reformation, zum anderen deren Bedeutung für die Kirchen- und die Landesgeschichte. Da es nun im Rahmen dieser Tagung mehr um die Transformationsprozesse geht, behandle ich diese natürlich ausführlicher und beschränke die Behandlung ihrer landes- und kirchengeschichtlichen Bedeutung auf einige knappe Schlussbemerkungen. Was die Transformationsprozesse angeht, habe ich mich entschieden, nicht den Verlauf nachzuzeichnen, sondern den Ausgangs- und den Endpunkt zu umreißen. Um den Wandel der kirchlichen Verhältnisse vom 15. zum 16. Jahrhundert zu erkennen, empfiehlt es sich, den Entwicklungsstand zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten zu vergleichen. Dass mit Blick auf die kirchlichen Verhältnisse die Reformation einen tiefen Einschnitt markiert, dürfte unstrittig sein. Zu vergleichen sind also die Vor- und die Nachreformatorischen Verhältnisse. Was die Mark Brandenburg angeht, empfiehlt sich zum einen der Blick auf die Zeit um 1500, als in der Regierungszeit von Kurfürst Johann Cicero und den ersten Jahren der Herrschaft Kurfürst Joachims I. das spätmittelalterliche Kirchenwesen seine abschließende Gestalt erhielt und eine Frömmigkeitsblüte erlebte. Und zum anderen der Blick auf die Zeit um 1570, also zwei Generationen später, als in der Endphase der Herrschaft Kurfürst Joachims II. das konfessionelle Luthertum sich in der Mark etabliert hatte. Was den Verlauf der Transformation betrifft, also quasi die Strecke zwischen diesem Anfangs- und diesem Endpunkt, kann ich gerne in der Diskussion noch mehr sagen. Also etwa zu den unterschiedlichen Phasen, in denen man etwa diesen Verlauf gliedern könnte, und zu den unterschiedlichen Akteuren und ihrem Gewicht in den einzelnen Phasen. Schauen wir uns zuerst das brandenburgische Kirchenwesen um 1500 an. Sich die Fülle der brandenburgischen Quellen zur Kirchengeschichte des späten Mittelalters zu vergegenwärtigen, bedarf es mehr als ein paar Vortragsminuten. Ich beschränke mich darum auf eine einzige Quelle, die ich kurz vorstelle und von der ausgehend ich einen knappen Überblick über das brandenburgische Kirchenwesen um 1500 gebe, der sich in drei Punkten mit den Strukturen, den Akteuren und den Aktivitäten beschäftigen wird. Die erste Quelle führt uns in das Jahr 1489. Der erste Druck der gesammelten Synodalstatuten für das Bistum Brandenburg. Das einzige vollständig erhaltene Exemplar findet sich heute in der Universitätsbibliothek Breslau. Sie sehen es an den Stempeln ursprünglich aus der Universitätsbibliothek Frankfurt. Die Viadrina wurde ja die Oder hinauf nach Breslau verlegt, zusammen mit ihrer ganzen Bibliothek, weshalb die alten Viadrina-Universitätsbibliotheksbestände heute eben in Breslau einzusehen sind. Bei den Statuta Synodalia handelt es sich um eine Sammlung älterer und neuerer kirchlicher Erlasse, die gesammelt und mit einer fortlaufenden Kapitelzählung von 1 bis 40 versehen wurden. Sie enthalten die seit dem Hohen Mittelalter erlassenen und revidierten rechtlichen Rahmenregelungen für die Kirche und vor allem für die Amtsverwaltung der Pfarrer. Von der Sakramentsverwaltung über das Eherecht bis zum alltäglichen Verhalten des Klerus. Das ist wirklich ein ganz bunter Strauß von unterschiedlichen Regelungen, der sehr interessante Einblicke nicht nur in die Kirchen, sondern vor allem auch in die Kulturgeschichte gibt. Die Pfarrer mussten diese Synodalstatuten kennen und auch zur Hand haben, weshalb man sie im 15. Jahrhundert eben auch in Druck verbreitete und nicht immer nur neu abschrieb. Wenn man sie aufmerksam liest, geben sie tiefen Einblick in die kirchliche Wirklichkeit dieser Zeit. Zur aufmerksamen Lektüre gehört natürlich auch, dass man sie mit anderen Quellen verbindet und die Normvorstellungen nicht einfach für die Wirklichkeitsbeschreibung hält. So muss man die Synodalstatuten im Verbund mit den Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts vielfach gedruckten liturgischen Büchern wie den Missalia oder Previaria lesen, die die Kernvollzüge kollektiver und individueller Frömmigkeit kodifizieren. Urkunden, Akten und Sachzeugnisse reichern unser Bild vom spätmittelalterlichen Kirchenwesen weiter an. Ich kann an diesem Punkt nicht in das Lamento einstimmen zu sagen, wir haben einfach zu wenig Quellen, sondern wir haben fast eher zu viele Quellen und zu wenig Leute, die sich darum kümmern. Ich möchte nun dieses Bild ganz grob zeichnen und ich bin deswegen einfach so oberflächlich, weil das sich natürlich an allen möglichen Stellen, etwa bei Dietrich Kurze, viel besser nachlesen lässt, als ich es hier jetzt erzählen kann. Was die organisatorischen Strukturen angeht, ist als erstes die Eigenständigkeit der Kirche zu betonen. Zwar war sie eng in das Ganze der mittelalterlichen Gesellschaft eingebunden, aber sie gab sich ihre eigenen Regeln und sie verwaltete sich selbst. Die Brandenburger Synodalstatuten belegen das eindrücklich. Es handelt sich um Vorgaben, die sich die Kirche selbst gibt, und zwar ohne Beteiligung der Territorialobrigkeit. Innerhalb dieser spätmittelalterlichen Kirche, die sich selbst verwaltet, nun sind drei Organisationszusammenhänge zu unterscheiden. Die Diözesen, das Klosterwesen und die örtliche Pfarrgemeinde. Das Kurfürstentum Brandenburg gehörte zu mehreren Diözesen, von denen drei ihren Bischofssitz in der Mark hatten und die man insofern als Landesbistümer betrachten kann. Brandenburg, Havelberg und Lebus. Auch in der Mark nutzten die Diözesanbischöfe im 15. Jahrhundert ihre Jurisdiktions- und ihre Lehrvollmacht vermehrt, um die kirchliche Wirklichkeit dem religiösen Ideal anzunähern. Das ist eine ganz typische Entwicklung, die seit dem hohen Mittelalter einsetzt. Dass man nicht nur die großen Normen hat, wie sie etwa die frühmittelalterlichen Bußbücher kodifizieren, sondern sie nun auch umsetzen möchte. Neben dem diözesanbischöflichen Organisationszusammenhang stand das Klosterwesen. Die meisten Klöster und Konvente, die sich auf dem Land oder in den Städten fanden, gehörten zu denen in der ganzen Welt des lateinischen Christentums tätigen Orden und sie waren grundsätzlich unabhängig von den Diözesen und Pfarrgemeinden, wenn natürlich auch vielfältig mit ihnen verbunden. Während in anderen Regionen das Klosterwesen im 15. Jahrhundert neu an Ausstrahlungs- und Anziehungskraft gewann, bildete es in der Mark einen zwar selbstverständlichen, nicht aber wirklich innovativen Teil des kirchlichen Organisationsgefüges. Die Organisationsform aber der Kirche, die für die meisten Menschen die größte Bedeutung hatte, das war die Pfarrgemeinde vor Ort. Zu ihr gehörten neben der Pfarrkirche und dem Pfarrklerus, zumal in den größeren Städten, zahlreiche weitere Einrichtungen und Organisationen, K-Lande, Bruderschaften, Hospitäler oder Schulen. Es ist also ein großer, weit verzweigter Organismus. Aus mittelalterlicher Perspektive eigentlich überflüssig, aber mit Blick auf die Folgezeit wichtig ist die Bemerkung, dass die Märkische Kirche um 1500 Teil der vom Papst geleiteten römischen Kirche war. Rom war zwar weit weg und die lokale Kirche agierte in vielerlei Hinsicht ziemlich eigenverantwortlich, aber Bekenntnis, Gottesdienst und Frömmigkeit entsprachen doch den Normen der Pfarrkirche, so dass etwa ein Italiener, der nach Brandenburg kam, wusste, wie hier Gottesdienst gefeiert wird und wo er die Beichte ablegen kann, um das Sakrament zu empfangen. Mein zweiter Punkt, die Akteure. Was die Akteure angeht, spielte der Klerus natürlich eine führende Rolle, vor allem die Bischöfe mit ihrem Verwaltungsapparat und die Pfarrer mit ihren Vollmachten. Typisch für das mittelalterliche Kirchenwesen ist, dass die kirchlichen Führungsverantwortlichen keine religiösen Leitfiguren und Impulsgeber waren. Auch in der Mark Brandenburg nicht. Zwar waren viele von ihnen gebildet und fromm und gaben in ihrem Lebenswandel wenig Anstoß, aber sie taten sich doch schwer, mit den hohen Erwartungen der Menschen an die Kirche angemessen umzugehen und deren religiöse Sehnsüchte aufzugreifen. Also wenn sie etwa nach Franken gehen oder nach Schwaben, gibt es da leitende Geistliche, die das sehr viel besser können, mit dieser religiösen Welle des späten Mittelalters umzugehen und auf ihr gewissermaßen zu surfen. Das Verhältnis des Klerus zur Gemeinde war weithin konfliktfrei, ohne dass das für die mittelalterliche Gesellschaft konstitutive gegenüber der Duo genera hominum aus dem Bewusstsein rückte. Zum Klerus gehörten auch weitere Gruppen, die aber wenig Gestaltungsmacht hatten, etwa die zahlreichen Altaristen sowie die Mönche und Nonnen. Das Semireligiosentum, also etwa die Beginen, das in anderen Regionen im 15. Jahrhundert große Bedeutung gewonnen hatte, fand sich in der Markbrandenburg kaum. Das ist ganz interessant, das stoppt quasi in Magdeburg. Und östlich von Magdeburg gibt es dann keine Beginen mehr oder Brüder vom gemeinsamen Leben. Auch die Laien waren wichtige Akteure. Dank des Patronates hatten sie entscheidenden Einfluss auf die kirchlichen Verhältnisse vor Ort. Das gilt natürlich vor allem für den Adel. In Städten lag ein Teil der kirchlichen Selbstverwaltung in ihren Händen, die sogenannten Kirchherren. Durch ihre Abgaben finanzierten sie den kirchlichen Betrieb und ihren Stiftungen und Spenden setzten sie eigene Schwerpunkte. Nicht immer aber wurden die Laien ihrer Verantwortung gerecht. Niederadel wie Stadtbürgertum betrachteten die Kirche manchmal mehr als Verfügungsmasse und machten sie ihren ökonomischen und politischen Interessen dienstbar. Das aber war eher der Ausnahmefall. In welche Richtung das laikale Engagement für die Kirche wies, zeigt der wichtigste Laie, den wir überhaupt haben, nämlich der Landesherr. Die brandenburgischen Kurfürsten des 15. Jahrhunderts förderten die Kirche auf vielfältige Weise. Im Gegenzug erwarteten sie, dass die Kirche ihr Bemühen um die Festigung der Landesherrschaft stützte. Es war ein Geben und Nehmen, von dem beide Seiten profitierten. Auch wenn der Kurfürst bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts seinen Einfluss auf die Kirche steigern konnte und es zu einer Territorialisierung des Kirchenwesens kam, wie es Dietrich Kunze unübertroffen präzise formuliert, kann man doch noch nicht von einem landesherrlichen Kirchenregiment sprechen. Der dritte Punkt meines Überblicks, die Aktivitäten. Entscheidend für das märkische Kirchenwesen sind nun nicht die Organisationsstrukturen und die Akteure, sondern das kirchliche Leben, in dem sich der christliche Glaube Ausdruck verschafft. In der Mark Brandenburg finden wir all die kollektiven und individuellen Frömmigkeitsvollzüge, die das westliche Christentum des späten Mittelalters kennzeichnen. Auch hier zeigte sich die spätmittelalterliche Frömmigkeitsblüte, deren Spuren bis heute erhalten sind. Gottesdienste, fromme Stiftungen, kirchliche Kunst, Wallfahrtswesen, die beeindruckenden Kirchenbauten, religiöse Literatur, Universitätstheologie. Die Liste ließe sich leicht verlängern. Mochte diese Frömmigkeitsblüte auch nicht ganz so prächtig ausfallen wie andernorts, so wurde sie doch auch nicht überschattet von religiöser Devianz, Kirchenkritik oder Kirchenreformbemühungen. Das gab es da und dort auch, aber es ist in der Gesamtsumme einfach zu vernachlässigen. Das märkische Kirchenwesen fiel im Gesamten etwas bescheidener aus, war dafür aber auch weniger von Spannungen durchzogen. Was lässt sich als Fazit dieses Überblickes festhalten? Um 1500 war nicht mehr zu merken, dass ein Großteil der Mark Brandenburg erst im hohen Mittelalter christianisiert worden war. Die kirchlichen Verhältnisse waren dieselben, wie sie in ganz Mitteleuropa herrschten. Angesichts der Rückständigkeit des Landes verwundert es nicht, dass die kirchlichen Verhältnisse nicht ganz so weit entwickelt waren wie andernorts. Entscheidend war, dass die Entwicklung so weit fortgeschritten war, dass auch in der Mark die Idee von der Christianisierung des Christentums, wie es Jean de Lumeau einmal formuliert, mit Resonanz rechnen konnte. Die Reformation, die sich in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts entwickelte, entstand nicht aus einer Krise der spätmittelalterlichen Kirche, sondern eben aus ihrer Frömmigkeitsblüte. Allerdings nicht dort, wo das spätmittelalterliche Christentum seine höchste Kultivierung erreicht hatte, etwa in Italien oder in Frankreich, sondern dort, wo der Abstand von Anspruch und Wirklichkeit noch spürbar war und eine weitere Vervollkommung erreichbar erschien. Nicht ohne Grund entstand die Reformation im Verglichen mit Süd- und Westeuropa immer noch rückständigen Deutschland, und zwar in den Regionen, die im 15. Jahrhundert in einen politischen, ökonomischen und kulturellen Aufholprozess eingetreten waren, in den mitteldeutschen Territorien und in den süd- und norddeutschen Städten. In der Mark-Brandenburg dagegen fand die Reformation anfangs nicht denselben Widerhall wie in den frühen Zentralregionen der Reformation, die ich gerade aufgezählt habe. Springen wir zum Ende dieses Prozesses in das Jahr 1570 oder, um das Jahr der Quelle zu nennen, 1561. Zwischen den Anfängen der Herrschaft Kurfürst Joachims I. um 1500 und dem Ausklingen der Herrschaft Joachims II. 1570 liegen nicht nur zwei Generationen, sondern einer der bewegtesten Zeitabschnitte brandenburgischer Geschichte. Die Reformation bedeutete einen Umbruch, der von der Religion ausgehend das ganze Leben tiefgreifend veränderte und einen neuen Entwicklungspfad für das Land eröffnete. Ich könnte jetzt im Einzelnen ausführen, welche Phasen es da gegeben hat und welche Akteure in diesen Phasen eine Rolle gespielt haben, aber wie gesagt, wenn Sie das interessiert, sage ich gern in der Diskussion noch etwas dazu. Nur kurz, obwohl die Anfänge der Reformation mit der brandenburgischen Hausmachtpolitik zusammenhängen und sich im südlichen Teil des Bistums Brandenburg abspielten, zu dem Wittenberg ja gehörte, wurde die Mark Brandenburg bis in die 1530er Jahre nicht in den Strudel der kirchlichen Erneuerung hineingezogen. Erst mit dem Tod von Joachim I. und dem Regierungsantritt seiner beiden Söhne wurde nun auch die Mark evangelisch. Zwischen 1535 und 14 wurde die Reformation eingeführt, in der von Markgraf Johann beherrschten Neumark etwas früher als in der von Joachim beherrschten Kurmark. Das Ereignis, das den symbolischen Beginn der Reformation im Kurfürstentum Brandenburg markiert, ist das erste offizielle evangelische Abendmahl, das Kurfürst Joachim II. am 1. November 1539 empfing. Seit der zweiten Hälfte der 30er Jahre entstand dann in enger Anlehnung an die Wittenberger Reformation eine reformatorische Landeskirche mit einer lutherischen Konfessionskultur. Vergleichen wir nun diese reformatorische Landeskirche hinsichtlich der Strukturen der Akteure und des kirchlichen Lebens mit der spätmittelalterlichen Papstkirche in der Markg. Ich verzichte dabei jetzt darauf, zwischen Joachim und Johann zu unterscheiden, weil das in der grundsätzlichen Entwicklung eben diesseits und jenseits der Oder in derselben Weise vor sich geht. Auch hier nun eine Quelle, die tieferen Einblick in das märkische Kirchenwesen gewährt. Vergleicht man sie mit den Brandenburger Synodalstatuten von 1489, dann zeigt sich, dass die Reformation tatsächlich einen Bruch bedeutete. Bei der Quelle handelt es sich um die 1561 zusammengestellte geistliche Polizei-Visitations- und Konsistorialordnung für das Kurfürstentum Brandenburg. Diese Ordnung ergänzte die territoriale Kirchenordnung von 1540, die vor allem Lehre und Gottesdienst regelt und sie enthält zahlreiche Regelungen zur Organisation und Gestaltung des kirchlichen Lebens. So regelt die geistliche Polizeiordnung etwa die kirchliche Organisation. Personal, Finanzen, Gebäudeunterhaltung, die Pflichten der Gemeindeglieder und übrigens auch die Pflicht der lokalen Obrigkeiten zur Oberaufsicht über das Kirchenwesen. Die Visitations- und die Konsistorialordnung regeln die Kirchenaufsicht und das Kirchenrecht. Also vor allem im letzten Drittel ist es vor allem ein Kirchenrechtsbuch, diese Ordnung von 1561. Diese nur handschriftlich überlieferte Ordnung dürfte in den 1560er Jahren tatsächlich Verwendung gefunden haben, denn sie wurde 1573 zur Grundlage für die gedruckte Visitations- und Konsistorialordnung, die zusammen mit der 1572 gedruckten revidierten Kirchenordnung für Jahrhunderte die kirchliche Rechtsordnung für die Mark Brandenburg bildete. Das sind also quasi diese beiden Bücher und im Kern eben eines dieser beiden Bücher ist diese handschriftliche Ordnung, die bis ins 18. Jahrhundert hinein das Kirchenwesen der Mark regulieren. Auch bei dieser Quelle gilt es, dass sie zusammen mit anderen Quellen gelesen werden muss, um ein wirklichkeitsgetreues Bild der kirchlichen Verhältnisse zu vermitteln. Auch hier kann ich das nicht weiter ausführen und beschränke mich auf den kurzen Überblick in drei Punkten. Was die organisatorischen Strukturen angeht, so ist die Kirche nach wie vor, vor wie nach der Reformation selbstständig und verwaltet sich selbst. Weiterhin weist sie die Doppelheit von Pfarrgemeinde und bischöflichem Aufsichtsamt auf, jetzt allerdings mit einem gänzlich neu gefassten Ordnungsrahmen und erheblichen Veränderungen im Einzelnen. So wurden die Diözesanbischöfe mit ihrer Verwaltung ersetzt durch Superintendenten und Konsistorium. Aber der Superintendent ist ja einfach der lateinische Episkopus. Das heißt, da ist das bischöfliche Amt erhalten geblieben, nur in anderer Form. Das Klosterwesen wurde zwar nicht aufgelöst, verschwand aber bald. Und der Landesherr hatte, halb gezwungen durch die Reformverweigerung der Papstkirche, halb getrieben von machtpolitischen Interessen, die Aufsicht über das gesamte Kirchenwesen übernommen. Joachim II. war allerdings nicht der Summus Episkopus, sondern allenfalls ein Notbischof. Sein nunmehr etabliertes landesherrliches Kirchenregiment belies der Kirche ihre Selbstständigkeit und Selbstverwaltung, ergänzte aber sie durch die in seinem christlichen Glauben gründende Mitverantwortung des Herrschers für die Kirche. Die kirchliche Verbindung zum römischen Papsttum brach ab. Dafür gehörte die Mark Brandenburg zum werdenden Luthertum, das in der näheren und weiteren Umgebung des Landes nun dominierte. Mit dem Hinweis auf die neue Rolle des Landesherrn im Organisationsgefüge sind wir bei den Akteuren. Neben dem Landesherrn spielte weiterhin auch der Klerus eine wesentliche Rolle, nun aber in Gestalt des evangelischen Pfarrerstandes, der sich grundsätzlich vom mittelalterlichen Klerus unterschied und ein ganz neues gesellschaftliches Segment bildete. Zahlenmäßig war die Gruppe der frühneuzeitlichen Geistlichkeit viel kleiner, als die des spätmittelalterlichen Klerus und auch weit homogener. Aber die Betonung der Verkündigung gab dem evangelischen Pfarrern neuartige Bedeutung und großes Gewicht. Auch die Laien waren weiterhin wichtig. Ja, sie hatten durch die Reformation an Bedeutung gewonnen und bestimmten das kirchliche Leben vor Ort weiter entscheidend mit. Also etwa der Passus in dieser Ordnung über die Pflichten der lokalen Obrigkeiten zeigt ganz schön, wie stark die Laien eingebunden sind in die lokale Kirchenverwaltung. Man muss gerade sagen, der Pfarrer hat fast weniger zu sagen als eben die Kirchherren. Die Reformation hatte auch die häusliche Frömmigkeit aufs Neue belebt, was neben der Kirchengemeinde der zweite wichtige Aktionsraum der Laien war. Ein aufschlussreiches Zeugnis für die laikale Mitverantwortung ist, wie gesagt, diese geistliche Ordnung, die Einblick in die Verhältnisse der unterschiedlichen Akteure zueinander gibt und zeigt, dass es in der Kirche weit mehr als den Landesherren und die Pfarrer gab. Die Reformation verendete auch das kirchliche Leben tiefgreifend. Das religiöse Koordinatensystem veränderte sich und das hatte Auswirkungen auf die kollektive und individuelle Frömmigkeit. Die 1540 erlassene reformatorische Kirchenordnung macht deutlich, worum es in der Kirche geht. Um die Zugeignung des Christusheils in Wort und Sakrament und die Einübung des sich daraus ergebenden christlichen Lebens. Bekenntnis und Lehre wurden in enger Anlehnung an die Wittenberger Reformation umgestaltet. Viele nutzten nun Bibel, Katechismus und Gesangbuch, die drei Grundbücher des lutherischen Christentums, die etwa auch in Frankfurt gedruckt wurden. Maßgeblich für das Alltagsleben wurden die neuen religiösen Normen, die nicht nur das Verhalten beeinflussten, sondern auch langsam in die Mentalität der Menschen hineinsanken. Dieser Wandel vollzog sich natürlich nicht schlagartig, quasi mit dem 1. November 1939, sondern er erstreckte sich über Jahrzehnte. Aber die Vorgaben waren seit der zweiten Hälfte der 30er Jahre klar. Sie wurden allgemein akzeptiert und es gab keine Kritik und erst recht keinen Widerstand gegen die kurfürstliche Religionspolitik. Die Christianisierung des Christentums, die in der spätmittelalterlichen Kirche angelegt war, vollzog sich durch die Reformation und zwar auch in der Mark Brandenburg. Das märkische Kirchenwesen sah um 1570 ganz anders aus als um 1500. Dass es sich um einen Umbruch handelt, gilt gerade auch, wenn man sich vergegenwärtigt, dass es neben dem Diskontinuitäts auch ein Kontinuitätsmoment gibt. Als Kurfürst Joachim II. 1571 starb, sah er sich nicht als Verfechter großer Neuerungen, sondern als Bewahrer der ehrwürdigen kirchlichen Tradition. Und das sah nicht nur er so, viele andere fanden auch, dass die Reformation eigentlich kein Umbruch war, sondern die konsequente Fortführung dessen, was das Mittelalter immer schon gewollt habe. Dass die Reformation, was die Kirche betrifft, ein epochaler Umbruch war, ist schwerlich zu bestreiten. Ich würde mich aber trotzdem freuen, wenn es jemand von Ihnen täte. Da die Religion in der alteuropäischen Lebenswelt von so zentraler Bedeutung und eng mit der gesamten Lebenswirklichkeit verbunden war, lässt sich dieser Umbruch auch nicht sektoral begrenzen. Die traditionelle Reformationsgeschichtsschreibung hat nicht Unrecht, wenn sie mit dem kirchlichen Umbruch ein neues Zeitalter heraufkommen sieht. Das gilt nun eben auch für Brandenburg. Die Reformation hat dabei nicht nur kirchengeschichtliche Bedeutung, indem sie nämlich das Gefüge von kirchlichen Strukturen, Akteuren und Aktivitäten verändert, sondern sie wirkte viel weiter. So beförderte sie die Konsolidierung der landesherrlichen Macht im Innern entscheidend, beförderte die Hausmachtpolitik der Hohenzollern und eröffnete neue Möglichkeiten der Machtpolitik im Reich. Im 16. Jahrhundert beginnt sich von Brandenburg aus ein neuer Raum zu bilden, in dem der Aufstieg Brandenburg-Preußens zur europäischen Großmacht beginnt und die Reformation trägt Entscheidendes dazu bei, diesen sich bildenden Raum zu formen. Der kirchliche Wandel in der Mark Brandenburg also lässt sich in zwei Punkten zusammenfassen. Die Reformation war ein Umbruch und sie hatte weitreichende Wirkungen. Die Beschäftigung mit der Reformationsgeschichte ist darum ein wichtiges Kapitel aus der Geschichte von Gottes notorischem Lieblingslande. Ich will damit nicht von Thanes anfechtbare Behauptung, die ganze preußische Geschichte sei sozusagen aus diesem Gnadenakt der Vermählung von Sumpf und Sand hervorgegangen, die durch die ebenso anfechtbare Behauptung ersetzen, diese preußische Geschichte sei nun aus der Reformation hervorgegangen. Das überlasse ich den nationalprotestantischen Festrednern des Jubiläums von 1889. Aber ich will doch die Frage stellen, ob dieser Umbruch nicht größere Aufmerksamkeit verdient und ob die brandenburgisch-preußische Landesgeschichtsforschung sich nicht vermehrt den strukturellen Voraussetzungen und damit der longue durée zuwenden muss. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Stegmann, für Ihre Ausführungen, für Ihren Vortrag. Sie haben mir als Moderator die Freude angetan, dass Sie am Ende nochmal pointiert Ihre Kernthesen hervorgehoben haben, sodass es sich für mich erübrigt, an dieser Stelle nochmal eine Zusammenfassung dem Publikum darzubieten. Stattdessen darf ich gleich die Diskussion eröffnen und bitte Sie um Ihre Beiträge. Frau Eckmann. Sie haben hier auch hingewiesen auf das Reformationsjubiläum von 1517 und da hatten wir in Potsdam eine sehr, sehr gelungene, in meinen Augen sehr gelungene Ausstellung mit einem guten Katalog, der das Territorium Brandenburg verglichen hat mit Litauen, mit Preußen, also mit Nachbarregionen, was die Reformation angeht. Vielleicht könnten Sie uns noch ein bisschen schärfer konturieren, was es jetzt eigentlich ausmacht, dass eben diese starke Wirkung ist, worin sie eigentlich bestanden hat, in welchen einzelnen Punkten, das wäre das eine. Und das andere ist die Frage nach dem Defizit. Was geht verloren? Ja, jetzt machen wir es jetzt mal einfach mal. Ich bin katholisch, ich mache das jetzt mal aus dieser anderen Perspektive. Und mich würde jetzt einfach interessieren, wenn da ein guter Prediger ist und der ist verheiratet und die singen alle schön in der Kirche und beten zu Hause. Ja, aber es gibt ja auch Menschen, die eben nicht die heilige Familie vertreten, sondern irgendwo alleine gelebt haben, vielleicht auch enteignet worden sind, weil die Säkularisierung zwar hier flacher verläuft, nicht ganz so brutal wie woanders, aber trotzdem ja auch stattgefunden hat. Ja, also ob Sie uns etwas sagen können zu dem, was Herr Kurz für das 15. Jahrhundert ja gemacht hat, indem er die Quellen umgekehrt gelesen hat, was eigentlich aus der Perspektive der Gläubigen möglicherweise auch an Defiziten zu finden ist. Also einmal im Vergleich mit anderen Territorien, wo ist die Besonderheit in der Entwicklung nach hinten hin. Ich weiß nicht, das sind jetzt zwei. Und das andere dann eben Perspektive der Gläubigen, welche Defizite. Ja, was die Potsdamer Ausstellung angeht, kann ich Sie natürlich auf meine Katalogbeiträge verweisen. Ich habe ja zum Beispiel den Einleitungsbeitrag geschrieben über Brandenburg und Preußen. Ich gehe vielleicht auf diese These vom Raum ein. Ich habe mir jetzt gespart, ich habe da eine sehr schöne Grafik dazu, weil ich den Vortrag über Brandenburg-Preußen, Zentralregion der Reformationsgeschichte, es schon mal anderswo gehalten habe. Und Herr Heimann, ich habe auch aufmerksam Ihre Sachen zum Thema gelesen. Ich bin der Meinung, dass Brandenburg keine Zentralregion der Reformation ist, aber durch die Reformation zu einer Zentralregion der neuzeitlichen Kirchengeschichte wird. Dafür ist ganz wesentlich, dass Brandenburg eben ein konservatives Luthertum ausbildet, was ganz wunderbar harmoniert, etwa mit dem albertinischen Sachsen, mit Niederschlesien, mit Preußen, mit Franken, mit Lübeck. Also der ganze nordostdeutsche Raum ist ja geprägt von diesem konservativen Luthertum, diesem liturgisch orientierten Luthertum, diesem Luthertum, was die mittelalterliche Tradition nicht über Bord wirft. Und mitten in diesem lutherischen Bereich, Ostmittel, des östlichen Mitteleuropas, sitzen eben die Brandenburger, die nun auch machtpolitisch gewinnen und diese quasi religiösen Verbindungen nutzen, neue Beziehungen zu schaffen und sich neue Räume zu erschließen. Also ich könnte eine ganz ähnliche Grafik wie Herr Leibitz ihre heute Morgen zeigen. Das sind tatsächlich die Räume, in denen man sich bewegt, also in Richtung zu den Welfen, in Richtung nach Preußen. Aber was mir noch wichtig ist, in Richtung Schlesien. Das ist nicht so sehr auf der politischen Ebene zu sehen, als vielmehr auf der kulturellen Ebene. Schlesien, ohne echten Landesherren, ohne eigene Landesuniversität, orientiert sich ganz stark an das weiter südlich oder abwärts gelegene Brandenburg. Und das ist ein Prozess, der im 16. Jahrhundert beginnt und der fast mit naturmäßiger Logik dazu führt, dass das dann mal preußisch wird, diese Schlesien. Und das ist ganz interessant zu sehen und ich glaube, ich kann es noch nicht wirklich beweisen, dass das ganz wesentlich mit der Reformation zu tun hat. Weil quasi durch die Reformation die Raumbeziehungen neu, ja wie könnte man sagen, strukturiert werden oder neu formatiert werden. Wien und Rom rücken ganz, ganz weit weg. Das ist wirklich hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. Aber Königsberg ist ganz nah. Hamburg ist ganz nah. Breslau ist ganz nah. Und Brandenburg nutzt die Chance dieses 16. Jahrhunderts eben, auch dank der Religion, in diesem Raum jetzt eine wichtige Rolle zu spielen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich sagen würde, die Religion ist der wesentliche Faktor, der das beeinflusst. Ich habe immer Angst, dass ich als Theologe da die Religion zu stark mache. Aber ich würde doch wenigstens sagen, es ist ein ganz wesentliches Vehikel. Wie eben die Brandenburger im 16. und frühen 17. Jahrhundert quasi diese Hegemonialstellung im Elbe-Oder-Raum erringen und festigen. Was die Verlustgeschichte angeht, das ist natürlich jetzt ein sehr stark konfessionell eingefärbtes Problem. Aus der Perspektive der Menschen des 16. Jahrhunderts muss die Verlusterfahrung gering ausgefallen sein. Denn wir haben keine großen Stimmen, die sie beklagen. Wir haben natürlich ein paar altgläubige Kleriker, die sich ärgern. Also Wolfgang Redorfer oder solche Leute, die vor allem in den Domkapiteln sitzen. Aber wir haben keine breite Widerstandsbewegung und auch nicht einmal großkritische Stimmen. Die kritischen Stimmen sind eher von der anderen Seite. Warum orientieren wir uns nicht viel stärker etwa am ernestinischen Sachsen? Das ist ja der eigentlich progressive lutherische Territorialstaat. Und viele gucken eben, weil sie in Wittenberg studiert haben, auf die Ernestiner und sagen, Brandenburg bleibt zurück hinter dem, was möglich ist. Von daher ist es schwierig, nach Defiziterfahrungen im 16. Jahrhundert zu fragen, dass der moderne Katholizismus, der Mark, der ja sowieso ziemlich schwach auf der Brust ist, an dem Punkt natürlich immer gerne fragt, ob nicht irgendetwas verloren gegangen ist, an das man sich erinnern sollte. Kann ich verstehen. Aber ich höre Herrn Höhle sehr gerne zu. Ich glaube ihm nur nicht ganz, dass das, was er dann immer präsentiert, wirklich das ist. Was man als Verlusterfahrung verbuchen müsste, also etwa der Verlust des Klosterwesens oder die internationale Weite, die eben die Papstkirche hat oder dieses Ernstnehmen der gezählten Frömmigkeit, der veräußerlichten Form, der kollektiven Frömmigkeitsform, der Prozession und diesen Dingen, kann ich immer nur kontern, das wusste die brandenburgische Affirmation auch. Und sie hat quasi mal das Gute behalten und das Problematische abgestoßen. Frau Schuchert. Herr Stegmann, ich würde Ihnen voll und ganz zustimmen, wenn Sie sagen, dass für die Zeit vor der Reformation noch einiges an Arbeit zu tun ist und dass da auch noch Quellen zu erschließen sind. In dem Zusammenhang möchte ich nur zwei Dinge ansprechen. Zum einen die Quellen des Vatikanischen Archivs, da gibt es ja bisher nur im Wesentlichen zwei Aufsätze mit Registen aus den Lateranregistern und das erschöpft das Material natürlich überhaupt nicht. Und in dem Zusammenhang ist es schade, dass nun zu hören ist, dass das Repertorium Germanicum in der bisherigen Form mit dem Jahr 1492 nun beendet werden soll. Das heißt also genau in dem Moment, wo es spannend wird sozusagen, erst mal aufhören wird in der Erfassung neuen Quellenmaterials dort in Rom. Der zweite Punkt, und das ist jetzt eher etwas Positives, Sie haben selbstverständlich Herrn Kurze, also Dietrich Kurze erwähnt und ich möchte darauf hinweisen, dass der wissenschaftliche Nachlass von Herrn Kurze sich im Landesarchiv Berlin befindet, dass er auch erschlossen ist und dass es dort eine Materialsammlung gibt für eine geplante Edition von Quellen zur Kirchengeschichte der Mark Brandenburg im Mittelalter. Das heißt, es sind Transkriptionen verschiedener Texte, also Synodalstatuten und, und, und. Alles, was er finden konnte, da ist viel Arbeit schon getan und bevor man für solche Dinge, also Kirchengeschichte der Mark Brandenburg im späten Mittelalter ins Archiv geht, sollte man auch im Landesarchiv anfragen und schauen, ob nicht Transkriptionen, zumindest Rot-Transkriptionen, dort schon da sind, die dann die weitere Arbeit erleichtern könnten. Ja, was Dietrich Kurze angeht, kann man nicht genug unterstreichen, dass das wahrscheinlich der größte Landeshistoriker war, den wir in den letzten Jahrzehnten hatten und dass die Anstöße noch längst nicht abgegolten sind. Also ich bin stolz darauf, dass ich ihm einige Jahre lang gegenüber sitzen durfte bei den Vorstandssitzungen des Vereins für Berlin-Brandenburgische Kirchengeschichte und miterleben durfte, wie er quasi Wissenschaftspolitik machte. Die andere Sache mit dem Vatikanischen Archiv, ich weiß nicht, ob wir da so traurig sein müssen. Also ich war selber in Rom und habe versucht, die reformationszeitlichen Quellen zu den brandenburgischen Bistümern mir mal anzugucken, aber ich bin schon allein daran gescheitert, dass es halt keine gibt. Also das Problem ist, Sie haben in den alten Verzeichnissen Skedario Garampi oder alten eben Verzeichnissen, gibt es natürlich Urkundenhinweise auf Überlieferung aus dem frühen 16. Jahrhundert, aber das ist größtenteils nicht mehr erhalten. Und dann bricht es halt in den 15er, 30er, 40er Jahren schlagartig ab. Es ist klar, es gibt dann keine Verhandlungen mehr mit Rom, wo das eine Rolle spielt und es setzt dann erst wieder im 17. Jahrhundert ein, quasi als die diplomatische Korrespondenz der Hohenzollern mit Rom geführt wird. Und da haben wir eine Überlieferungslücke. Ich bin jetzt nicht der Experte, ich habe mir halt die Findenhilfsmittel angeguckt und ein paar Akten bestellt, ich kann es nicht genau sagen. Aber ob das so ertragreich ist, im Vatikanischen Archiv zu suchen, weiß ich nicht. Was ich interessant fand, ist... Sie müssen in den Subblickenregister reingehen. Entschuldigung, Sie müssen in den Subblickenregister reingehen. Da finden Sie. Also selbstverständlich für die Zeit vor 1540. Aber es ist gar keine Frage, dass da Material zu finden ist, bloß es ist halt mühsam. Man kann, es gibt ja dieses schöne Bon mot, man kann im Vatikanischen Archiv nicht suchen, man kann nur finden. Also ich habe versucht zu finden, ich habe dann vor allem in den Fürstenbriefen gearbeitet, in den Germania-Akten, in den Akten zum Tridentinischen Konzil und da auch einiges gefunden. Aber ich wollte es noch sagen, ertragreicher fand ich eigentlich die Bibliothek. Die Handschriftenbände, die in der Bibliothek liegen, wo eben viele Briefwechsel und solche Sachen eben kodifiziert sind und auch in manchen stadtrömischen Bibliotheken. Also Bibliotheker, Valenzialianer oder so, liegen auch interessante eben Nachlässe, könnte man sagen, wo ich jetzt mehr gefunden habe, aber gut, was kann man in ein paar Wochen Rom-Recherche halt rauskriegen. Das ist das, was ich für mein Quellenbuch, was ich da für Herrn Neidmann gemacht habe, eben mir angeguckt habe. Herr Hesse, ich weiß nicht, hatten Sie sich eben gemeldet oder war das eine unbeabsichtigte Handbewegung? Vielleicht in eine andere Richtung. Sie haben diese Synodalordnung erwähnt und wenn ich jetzt das nahegelegene Basel anschaue, ist das eigentlich ein ganz wichtiger Bestandteil von Reformen und die da um 1500 da eingeführt werden mit dem Bischof und was dann interessant ist, sind diese Akten dann, also oder auch die im Offizialat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, angesiedelt, wenn die dann rumgehen in den Kirchen und festhalten, was eben nicht da ist und was da ist und so weiter. Was haben Sie da in Brandenburg? Wo man eben die Wirklichkeit, sagen wir mal so, die Akteure vor Ort ein bisschen überprüfen kann. Das eine. Und das zweite ist, was mich interessieren würde, wie steht es um den Kirchenbauboom um 1500 hier? Also die Überlieferung der Landesbistümer Brandenburg, Havelberg und Lebus ist nicht besonders gut. In Brandenburg haben wir den großen Vorteil, dass das Kapitelsarchiv noch erhalten ist, das also in Brandenburg selber liegt und auch eingesehen werden kann und ziemlich gut erschlossen ist. Das hilft schon mal ein gewaltiges Stück weiter, aber nichtsdestotrotz sind eben die Akten der bischöflichen Kanzleien größtenteils eben verschwunden, bis auf das, was eben in den staatlichen Zentralarchiven davon noch nach dem Übergang der Bistümer unter der staatlichen Verwaltung eben aufbewahrt wurde. Sodass es nicht ganz leicht ist, anhand der archivalischen Akten Bistumsgeschichte zu schreiben. Man muss dann eben die Quellenrecherchen ausweiten, auf etwa auf Drucke, die ich jetzt erwähnt habe, Brandenburg, in der Mark Brandenburg werden relativ früh diese Statutenbücher, Breviaria, Missalia auch gedruckt und eben verbreitet und man hat dann andere Akten und vor allem auch Sachzeugnisse, auf die Sie auch hingewiesen haben, die man angucken muss. Eine der wichtigsten Sachzeugnisse sind natürlich Kirchengebäude, wobei die Zeit um 1500 für den Kirchenbau jetzt keine Hochzeit ist. Also die großen Bau oder die eindrücklichen spätmittelalterlichen Kirchen, etwa St. Marien in Stendal oder so, das sind Bauzeiten zwischen 1350 und 1450. Natürlich noch Bauzeiten die noch in spätere Mittelalter und die frühe Neuzeit hineinreichen, zum Teil werden noch in der Reformationszeit spätgotische Kirchen fertig gebaut, aber im Wesentlichen ist Mitte des 15. Jahrhunderts quasi die Backsteinlandschaft Brandenburgs da. Also es gibt keine großen, entscheidenden, wichtigen oder wegweisenden Neubauten mehr zu dieser Zeit. Hans Dieter? Vielen Dank und unabhängig davon, ob Sie meine Literatur gelesen haben oder nicht, ich freue mich darüber, in der Sache selber und im Anliegen der Tagung frage ich noch einmal nach. Dass ein evangelischer Kirchenhistoriker darauf Wert lädt, eine Bruchssituation zu unterstreichen, ist mir nachvollziehbar. Die Frage ist nur, wie tief, wie intensiv kann der Historiker, der sozusagen nicht diese unmittelbare kirchliche und konventionelle Bindung mit sich bedringt, damit umgehen. Und insofern noch einmal, was ich herausgehört habe, ist an einer Seite der Kontinuitätsfaktor und der hohe Aspekt, den Sie auch, den hohen Wertschätzung, den Sie in dem Fall der Frömmigkeit, Intensität des späten 15. Jahrhundert zugeschrieben haben. Das wirkt auch fort, wenn ich Sie richtig verstanden habe, die Stichwort evangelische Innerlichkeit, das sind ja Faktoren, die ja im Grunde in der Privatfrömmigkeit des 15. Jahrhunderts ausformuliert worden sind. Das Zweite, wo ich nochmal den Faktor Kontinuität stärker unterstreichen möchte, wäre in der Tat, ich würde den Faktor Widerstand gegen die Durchsetzung oder die Einführung höher bewerten, als Sie es angesprochen haben. Stichwort, ich denke, dass man damit, also auch in dem Fall, die Widerstandssituation mit der Einführung der Reformation an bestimmte reformatorische und auch ökonomische und soziale Interessen des späten 15. Jahrhunderts stärker andöcken könnte, als Sie es sozusagen herausgestellt haben. Die dritte Bemerkung war eben, dass mit der Frömmigkeit eben auch zusammenhängt, dass ich Zweifel habe, ob man in der Tat so scharf wie Sie es unterstrichen haben, den Beginn einer entsprechenden evangelischen Konfessionskultur mit dem Jahren etwa 1540, 1570 einsetzen könnte. Ich würde da ein anderes Erklärungsmodell bevorzugen, eher von frühen konfessionellen Milieus und damit sozusagen stärker gruppenspezifische Effekte in den Vordergrund zu stellen, als solche harten Zersuren, wie Sie sie gerade formuliert haben. Ja, ich mache es vielleicht mal einem ganz konkreten Beispiel. Ich habe die Corona-Zeit dazu genutzt, vier Pestaufsätze zu schreiben, die sich nur auf Brandenburg bezogen haben und die jetzt, einer ist schon erschienen, ist eher eine Misszelle, aber die drei großen Schiffe, die da aufs Papier geflossen sind, erscheinen jetzt dann. Und ich habe mir einfach angeguckt, wie ist man im 15. und 16. Jahrhundert mit der Pest umgegangen in Brandenburg. Und interessant ist eben, wir haben Quellen aus dem späten Mittelalter, wie aus der frühen Neuzeit, die an ganz vielen Punkten einander ähneln. Die Pest ist eine Gottesstrafe und wir müssen sie überwinden durch korrektes religiöses Verhalten, sprich durch Buße. Und das ist unisono über den Epochenbruch der Reformation hinweg. Interessant ist aber nun, wie nach 1540 eben das, was Buße bedeutet, ausgedeutet wird. Wie Buße verstanden und praktiziert wird. Und da merkt man eben den Umbruch. Dass das, was etwa der Frankfurter Medizinprofessor Judokus Willig, der um 1550 die ersten, auch über Brandenburg weit hinaus wirkenden Pesttraktate schreibt, als Buße vor Augen stellt, etwas sehr, sehr viel anderes ist als der kurfürstliche Arzt Konrad Schwestermüller, der das 1486 in dem ersten brandenburgischen Pesttraktat, den wir haben, eben vor Augen stellt. Das ist ganz typisch mittelalterliche Bußtheologie, wie Sie sie eben bei Gabriel Biel oder sonst wem nachlesen können. Und bei Judokus Willig, keinem Theologenmediziner, ist es eben das, was die Wittenberger Reformation sagt. Jetzt könnte man natürlich sagen, Schattnicks, die wollen beide Buße und haben beide so ein religiöses Konzept. Wenn wir quasi die religiösen Inhalte auf Null setzen und aus der Rechnung rausnehmen, dann ist es doch ähnlich. Das kann man in der Tat machen. Man kann quasi die religiöse Eigenlogik oder die religiöse Inhaltlichkeit möglichst runterdimmen, dann kommen tatsächlich ganz langfristige Strukturkontinuitäten raus. Dann sind wir bei Dietrich und im alteuropäischen Zeitalter, wo ich mich da auch schwer tue, zu sagen, wo liegt denn nun der Bruch? Und ich kann eben nur darauf insistieren, dass für mich als Historiker und für die Beteiligten der damaligen Zeit die Wahrheitsfrage nicht ganz unwesentlich war. Und dass damit Weiterungen verbunden sind, die ich nicht einfach auf Null setzen kann. Oder ein anderer, Konstantin Fasold, der das in meinem sehr schönen Aufsatz eben deutlich gemacht hat, warum er die Reformation nicht als Umbruch empfinden kann. Also da gibt es ja einige und das ist quasi die Kernfrage, die wir uns auch in dieser Tagung stellen müssen. Sind das, was wir beschreiben, alles kleinräumige, wenig weitausstrahlende Veränderungen im Plural, die kleinschrittig ein historisches Kontinuum bilden? Oder gibt es da im Kontinuum der kleinen Veränderungsschritte nicht auch manchmal große Brüche? Und also meine pointierte These ist, die Reformation ist so ein großer Bruch, der ganz folgreich ist. Während ich bei der Sektion 1 bis 3 ehrlich gesagt das Gefühl hatte, da ist kein Bruch da. Das sind alles Kontinua, die zwar die ein oder andere Schwelle aufweisen, aber da ist nicht eigentlich zwischen 15. und 16. 100 Weltbewegen das passiert, oder? Frau Brockwelt. Also den Bruch sieht man, wenn man zurückguckt. Und ich glaube nicht, dass die Personen, die diese Zeit erlebt haben, jetzt wirklich, also auch gerade, wenn wir jetzt fragen, die Gläubigen auf dem Lande, so, was haben die davon gemerkt? Haben die das als Bruch in ihrem Alltag wahrgenommen? Die eigentliche Spezialistin für die Visitationsprotokolle Brandenburg sitzt ja vor mir. Ich bin, ich kenne jetzt nur ein bisschen die für das Herzogtum Preußen. Und diese Visitationsprotokolle sind ja entstanden, die gibt es auch schon vor der Reformation, die ziehen sich bis ins 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert. Also immer eine Besichtigung vor Ort mit einem unterschiedlich zusammengesetzten Gremium und es guckt sich mal so an, wie läuft das denn da jetzt auf dem Lande oder in den Städten, gibt es ja in den Städten auch. Und wenn man sich das jetzt für Preußen anguckt, bei den Visitationen, da ist ein enormes Bemühen spürbar, eben für die Gläubigen möglichst wenig Bruch spürbar werden zu lassen. Da ist auch eine ganz große Großzügigkeit in der Praxis der Gottesdienste, weil man ja am Anfang auch noch gar nicht die dafür ausgebildeten Pfarrer hat, die 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 neue Lehre wirklich dann rüberbringen können. Also da ist tatsächlich, das nimmt durchaus Raum ein zu sagen, wie können wir das jetzt zwar so machen, wie wir es für richtig halten, aber wie können wir es auch eben nicht als Bruch für die Gläubigen wahrnehmen lassen. Und das war glaube ich eben auch nochmal eine Frage nach den Quellen. Diese Visitationen haben ja auch immer ganz viel mit Kirchenvermögen zu tun. Also da wird Kirchenvermögen erfasst. Und in diesem Vermögen oder fehlendem Vermögen, also die Kirche, die ist so kaputt, die müssten wir jetzt aber dringend mal aufbauen, das ist ja so eine Negativquelle dann eigentlich auch für den Bau. Oder eben auch sehr schön, was hat denn jetzt der Pfarrer da vor Ort, wie sieht dessen Realität aus mit seinen zwei Büchern, einer Kuh und einem Acker, der da gerade voll Wasser steht oder so. Also das sind tolle Quellen. Aber also ich frage Sie auch, Herr Steckmann, was mir so gefehlt, ich habe nirgendwo mal eine Reaktion gefunden darauf, dass der Gottesdienst jetzt in Deutsch gehalten wird, weil das wird schon gemacht von Anfang an und soweit ich weiß. Und ist da mal irgendwie eine Spiegelung, findet man in den Quellen eine Spiegelung oder ich frage Frau Schorath vor mir. Darf ich gleich weitergeben? Okay, da Sie mich direkt ansprechen, also die brandenburgischen Visitationsakten sind sehr gesprächig in puncto Kirchenvermögen und Verwaltung dieses Vermögens und sehr wenig gesprächig in theologischer Hinsicht. Das ist natürlich schade auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn Konflikte erscheinen und die kommen zur Sprache, dann drehen sich die Konflikte eben um das Kirchenvermögen und um die Verwaltung des Kirchenvermögens und ob die gut oder schlecht funktioniert. In theologischer Hinsicht wird eigentlich in den frühen Visitationsakten, also aus den 1540er Jahren gar nichts gesagt und in denen aus den 1570er Jahren da sind die Visitationsabschiede für die brandenburgischen Städte ziemlich Stereotyp und da heißt es dann immer der Kurfürst will, dass in seinen Landen eine gewisse Harmonie, eine Harmonie Unterquedam herrsche und die Visitatoren gucken dann, ob diese Harmonie, also diese Einheitlichkeit und die Rechtgläubigkeit der Untertanen gewährleistet ist durch die jeweilige städtische Obrigkeit und da korrigieren sie eigentlich höchst selten, sondern äußern sich meistens erfreut, dass die Untertanen rechtgläubig sind und gut, wenn da mal der eine irgendeine kleine praktische Abweichung zu erkennen gibt, dann wird das vielleicht vermerkt, aber das sind dann so irgendwelche abergläubischen Praktiken in ein oder zwei Dörfern, also mehr ist das nicht. Insofern Harmonie und Konfliktfreiheit auf der theologischen Bühne, ja, obwohl ich natürlich sagen würde aus der Kenntnis wiederum anderer Quellen, es gab natürlich auch innerhalb der Lutheraner Konflikte zum Beispiel über das Abendmahl, wie das zu verstehen sei und da haben sich sogar zwei Hofprediger am brandenburgischen Hof mal bis aufs Messer befädelt, also buchstäblich wurde da wirklich das Messer gezogen, weil die beiden Herren sich in puncto Auslegung des Abendmahls nicht einig waren. Also das Luthertum ist eine in sich sehr plurale Konfession, das möchte ich gar nicht leugnen und in sich auch sehr konfliktbereit. Wo ich mein Fragezeichen setze, ist der Quellenwert von Visitationsakten. So wertvoll sie sind, wenn sie mal da sind, man muss doch sehr vorsichtig mit ihnen umgehen und man muss sie eben in ein Gefüge anderer Quellen einbetten und gucken, was dann da als Summe herauskommt. Nur ein einziges Beispiel, die Sache, dass nun das Abendmahl mit Kelch und Brot gefeiert wird, das ist ein symbolischer Einschnitt, dessen Tragweite man sich gar nicht weit genug vorstellen kann. Das sieht man allein daran, dass die Papstkirche die Kelchkommunion nach 30 Jahren länger wirklich energisch bekämpft. Das ist also wirklich ein ganz großer, starker Umbruch, deswegen habe ich auch diese Abendmahls-Szene am 1. November 1939 erwähnt, die in einer Weise eben mit dem Mittelalter abschließt, wie wahrscheinlich keine Kirchenordnung oder keine Visitation die Differenz hätte markieren können. Wie gesagt, man kann mir dann wieder entgegnen, das ist wieder diese religiöse Inhaltlichkeit, wer weiß, was bei den Leuten davon angekommen ist. Ich würde es nicht unterschätzen, wenn man in der Dorfkirche sitzt, der Pfarrer ist verheiratet, er liest eine Lutherpredigt vor, wir feiern das Abendmahl mit dem Kelch, also der wird mir nicht nur vor die Nase gehalten, sondern ich darf wirklich daraus trinken. Ich würde sagen, Brandenburg war reif für die Reformation und die Reformation hat in Brandenburg ziemlich eingeschlagen. Was anderes geben meiner Meinung nach die Quellen, die wir zur Zeit kennen, nicht her. Aber wie gesagt, wenn andere Quellen zu Tage kommen, bin ich gerne bereit, meine Meinung zu äußern, zum Beispiel die Judizialkwellen, die ja auch im Geheimstaatsarchiv liegen. Aber wenn man mal die Prozessakten durchguckt, zum Beispiel zu Malefiz-Sachen, zu Fluchsachen oder solchen Sachen, sind religionsgeschichtlich wenig ergiebig und gehören eben, was das meiste angeht, ins 17. Jahrhundert. Und man kann aus ihnen den einen oder anderen Einzelfall von Teufelsbeschwörern oder von religiöser Devianz oder was es da nicht alles gab, auch rauslesen. Aber wir haben eben keine strukturelle Verweigerung gegen Reformation oder keine strukturell anderen Entwicklungspfade innerhalb des reformatorischen Kirchenwesens. So, jetzt liegen mir noch zwei Wortmeldungen vor von Frau Heckmann und von Herrn Scholz. Ich schlage vor, so zu verfahren, dass Sie beide jetzt Ihre Fragen direkt hintereinander stellen und dass Herr Stegmann dann geschlossen antwortet. Und da wir gut in der Zeit liegen, bitte ich trotzdem oder gerade deswegen um etwas kürze. Ja, eine Besonderheit ist ja dieser Konfessionsspruch, also dass man bei der Konfirmation eben einen Bibelspruch nimmt und den über sein Leben stellt. Gibt es da irgendeinen Quellenkorpus, wo wir hier in Brandenburg da ein bisschen fündig werden, damit man einfach so ein bisschen von dieser Individualisierung, also des Einzelnen, gegenüber dieser neuen Form der religiösen, der Religion oder der Konfession, also was gespiegelt findet. Das war die eine Idee zu dieser Frage, die von da drüben kam und die andere Idee war, ob man über das Kirchenlied, also wie es da aussieht. Denn wir haben in den letzten Jahren, gerade in der Handschriftenforschung, eine ganze Reihe von Beobachtungen gemacht, die vielleicht auch da noch hilfreich sein können. Ich möchte noch gerne auf einen anderen Punkt hinweisen, der jetzt vielleicht so noch gar nicht so ganz deutlich herauskam, dass es doch eine gewisse Sattelzeit für die Reformation in Brandenburg gegeben hat. Wir haben die Protokolle, die Visitation 1540 und die Reformation in den Nachbarterritorien lief da schon eine ganze Weile und wir haben auch gewisse Anhaltspunkte, dass reformatorische Gedanken Anklang gefunden hat. Wir wissen nur sehr, sehr wenig über diese Zeit zwischen 1525 und 1540, was in den Gemeinden stattgefunden hat. Und insofern ist es natürlich schon interessant zu sehen, dass die Visitationsprotokolle hier versuchen natürlich auch wieder herzustellen, geistlichen Besitz, die Ausstattung, die möglicherweise zwischendrin auch verloren gegangen ist. Und das müssen wir auch berücksichtigen, dass möglicherweise hier ein Bruch ist, in diesen Jahren auch eine Entfremdung von der Kirche vor entstanden gegangen ist, die man versucht dann nach 1540 irgendwo wieder einzufangen. Die Frage ist eben, also ich glaube Ihnen nicht so ganz, dass die Reformation nicht so einen großen Anklang gefunden hat, würde ich dazu sagen. Ja, ich habe mich ja bewusst um die Frage herumgedrückt, wie nun die einzelnen Phasen zu bestimmen sind. Bewusst herumgedrückt, weil ich zu wenig Zeit hatte, aber ich kann ja ein paar Takte dazu sagen, obwohl es natürlich stimmt, dass es ein bisschen schwer zu durchdringen ist, die Finsternis. Aber wenn wir zum Beispiel die Spandauer-Kämmerei-Rechnungen angucken, die erhalten sind, die man auch einsehen kann, ist es doch ganz interessant, was offensichtlich in Spandau schon Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre möglich war. Es ist ja die Frage, ob da nicht evangelisches Abendmahl mit Wein gefeiert wurde. Also das ist so ein Indiz dafür, dass an der Basis Dinge schon lange ins Rutschen gekommen sind und zwar vor allem in der Altmark, in der Niederlausitz und in den großen Städten. Je weiter man nach Osten kommt und nach Norden, naja, nach Osten vielleicht nicht, aber doch, je weiter man nach Nordosten kommt, sagen wir es mal so, also die Uckermark, die nördliche Neumark ist nicht so weit in der Entwicklung vorangeschritten. Es gibt eine ganze Reihe Indizien, ich habe die auch versucht in meinem Quellenbuch so ein bisschen zu sammeln und zu sichten, aber es ist nicht wirklich viel und es ist eigentlich zu wenig, ein richtiges Phasenmodell daraus zu machen, die diese Reformationsforschung ja für Territorien, die quellenmäßig besser belegt sind, auch tut. Was die Individualisierung der Frömmigkeit angeht, so findet man, wenn man die Kirchenordnung von 1540 aufschlägt, einen Teil über die Firmung. Die Firmung ist also weiterhin ein Ritus, ganz klar kein Sakrament mehr, das wird ganz offen gesagt. Ich habe aber keinerlei Quellen dazu gefunden, ob tatsächlich gefirmt wurde nach 1540 und wie diese Firmungen vor sich gingen. Ich habe ein bisschen das Gefühl bei der 1540er Kirchenordnung, dass da viele zeremonieller Ballast mit geschleppt wird, der dann in der Wirklichkeit des Kirchenlebens keine große Rolle mehr spielt, allenfalls an einzelnen Orten noch. Von daher, ich halte diese Kirchenordnung, die ja immer ein bisschen als konservativ verschrien ist, für relativ progressiv, vor allem, wenn man eben in Betracht zieht, dass vieles scheinbar konservativ gar nicht in die Wirklichkeit umgesetzt wurde. Was sehr wohl in der Wirklichkeit ankam, das war der Kirchengesang. Jetzt wieder nicht irgendwelche allgemeinen Beispiele, Frankfurter Gesangbücher oder so, sondern ein konkretes Beispiel, die Pest. Die Pest, die in Brandenburg eben auch im 16. Jahrhundert mehrfach wütete und auf die nicht nur die Pestschriften von Jodokus Willig, dem Frankfurter Mediziner, reagierten, sondern auch eine ganze Reihe von Pestliedern und Pestliederbüchern. Also die habe ich alle ausfindig gemacht oder zumindest die, die ich hier habe finden können und auch schon publizistisch ein bisschen verwertet. Es gibt also regelrechte kleine Pestbüchlein, Liederbüchlein, die man eben mit sich trägt und dann in dieser Pestbedrohung sinkt, weil man ist ja zu Hause eingeschlossen, auf jeden Fall eingemauert und muss die Krankheit irgendwie durchstehen und braucht dann eben Hausfrömmigkeit. Es gibt auch andere Medien, also etwa Predigten, Stefan Pretorius und Salzwedel macht eben Predigten, die man in Hause nehmen kann, gedruckt mit Bibelsprüchen, um sich zu Hause trösten zu können, wenn man nicht mehr in den Gottesdienst gehen darf, weil man krank ist. Und genauso gibt es eben auch Liedgut und das ist eben ganz interessant, das sind Vertrauenslieder, das sind Bußlieder und sind ganz, ganz viele Lieder, die eben auch vertraute Texte, etwa von Rechtfertigungsliedern gesungen werden. Und daran kann man sehen, an diesem kleinen Beispiel, dass diese evangelische Liedkultur in Brandenburg eben auch eingewurzelt ist. Ich kann jetzt nicht quantifizierend sagen, wie viel, aber ich kann sagen, natürlich, es geht weit über Habermann hinaus. Das ist der Punkt. Also es gibt viele oder viele Pfarrer, die auch eine Pestschrift schreiben, hängen einfach hinten dran ein Pestgebet oder ein Pestlied. Ganz offensichtlich, damit die Leute damit etwas in die Hand kriegen, was sie in der Quarantäne eben den Kopf oben behalten lässt. Und so ist eben mein Eindruck, wenn ich die Quellen lese, das sieht alles verdammt nach dem aus, wie es in Schlesien läuft oder wie es in Sachsen läuft oder wie es in Württemberg läuft, Brandenburg ist eigentlich kein Sonderfall. Weder von der zeitlichen Einführung der Reformation, noch von ihrer inhaltlichen Ausgestaltung. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ohne große, ohne viel Zeit mit einer neuen Vorrede zu verlieren, möchte ich Ihnen ganz kurz unsere nächsten Referenten vorstellen, Herrn Dr. Uwe Volwaczny. Er hat neuere und neueste Geschichte, mittelalterliche Geschichte und Politikwissenschaften in Jena und in Tübingen studiert, hat dieses Studium 2012 mit einem Magisterexamen erfolgreich abgeschlossen. Dann hat er sich seiner Dissertation, seinem Promotionszuhaben vorzugewandt, das er schließlich 2019 abgeschlossen hat. Ein Vorhaben, das von Professor Matthias Asche betreut worden ist. Ich glaube, Herr Volwaczny, ich kann sagen, Sie sind Herrn Asche von Tübingen nach Potsdam gefolgt. Jedenfalls an der Potsdamer Universität ist ihre Dissertation angenommen worden. Eine Arbeit zur lutherischen Oktodoxie und zum konfessionellen Pragmatismus. Kurfürst Joachim Friedrich von Brandenburg zwischen Dynastie, Territorium und Reich. Das ist der Titel der Arbeit, die sich im Augenblick, wie Sie mir eben gerade sagten, im Druck befindet, sodass doch in, wenn nicht in den nächsten Wochen, so doch in den allernächsten Monaten mit dem Erscheinen zu rechnen ist. Sie haben dann die Archivarslaufbahn eingeschlagen, sind 2018 zunächst für das Archivreferendariat des Höheren des Wissenschaftlichen Archivdienstes am Geheimstaatsarchiv Preußischer Kulturbesitz angenommen worden, haben es erfolgreich abgeschlossen nach dem Marburger Aufenthalt und sind jetzt wieder in Dahlem tätig und in die Forschungsaufgaben und die Organisation der Forschungsaufgaben des Hauses besonders eingebunden. Das Thema Ihrer Dissertation habe ich erwähnt. Sie haben mittlerweile sich auf diesem engeren und weiteren Feld weiter bewegt, also sich insbesondere auf die brandenburg-preußische Geschichte des 16. und 17. Jahrhunderts konzentriert. Als Vorstandsmitglied der Historischen Kommission zu Berlin kann ich natürlich mit Freude vermerken, dass Sie für unsere 100 Schlüsselquellen Beiträge geliefert haben oder in Aussicht gestellt haben und auch an dem Lexikon Brandenburgikon der Brandenburgischen Historischen Kommission sind Sie ebenfalls beteiligt. Ihr heutiger Vortrag ist dem Erzstift Magdeburg gewidmet. Ich wage mal die Vermutung, dass da Ihr Joachim Friedrich irgendwo im Hintergrund steht oder Auslöser des Themas gewesen ist, denn er war ja vor 1598 nun lange Zeit, jahrzehntelang Erzbischof von Magdeburg. Sie werden uns jetzt ein Referat halten zu dem Thema Subjekt, Primat, Objekt, das Erzbistum Magdeburg zwischen Dynastisierung und Reformation. Sie haben das Wort für die nächsten 30 Minuten. Lieber Herr Neidmann, vielen Dank für die einführenden Worte. Und Sie haben es auch mir schon einiges vorweggenommen. Da bin ich Ihnen dankbar. Wie Sie sagten, bin ich jetzt nicht der Fachmann für die Geschichte des Erzbistums Magdeburg, sondern kommen eher aus der Brandenburger Ecke, eher aus dem 16. und aus dem 17. Jahrhundert. Von daher wird das jetzt hier kein Referat von einem Fachmann für die Geschichte der magdeburgischen Geschichte. Aber ich bin in meinen bisherigen Studien ja auch immer natürlich an die Grenzen des Erzbistums vorgestoßen und auch in das Erzbistum hinein. Das hat sich natürlich nicht vermeiden lassen, gerade mit dem Kurfürstin Achim Friedrich, der aber in diesem Vortrag leider keine Rolle spielen darf, da er ja erst 1566 Administrator wurde und das ja leider nicht in den Zeitrahmen passt. Aber ich verstehe halt diesen Vortrag auch die nächsten Minuten als eine Art Werkstattgespräch, das schlaglichtartig einzelne Punkte erläutern will und auch Impulse dann für die kommende Diskussion geben will. Der Titel dieses Werkstattgesprächs ist nun Subjekt, Primat, Objekt und dieser ergibt sich aus den verschiedenen Rollen, die das Erzstift eingenommen oder auch zugewiesen bekommen hat. So haben die Vertreter des Erzbistums Magdeburg für sich einen besonderen Vorrang, nämlich das Primat unter den deutschen Bistümern postuliert. Natürlich beanspruchten auch weitere Erzbistümer, Primas Germaniae zu sein und da keine wirklichen kirchenrechtlichen Kompetenzen mit diesem Titel verbunden waren, war er eigentlich nicht mehr als ein Ehrentitel. Aber dennoch gibt er natürlich Auskunft über das Selbstverständnis. Andererseits ließen sich mit diesem auch weltliche Rechte unterstreichen, wie der zeitweise Vorsitz auf der Reichsfürstenbank des Reichstages oder die erheblichen Direktionsrechte im niedersächsischen Reichskreis. Im Zuge der langen Linien der Geschichte werden die mittel- und norddeutschen Bistümer aber auch oftmals als Objekte der Begierde beschrieben, um deren Vereinnahmung und Dynastisierung sich verschiedene Fürstenhäuser im steten Wettstreit bemühten. In einer retrospektiven historischen Zwangsläufigkeit mussten diese dann natürlich auch irgendwann eingezogen werden. Wir hatten es schon gehört, diese sogenannte Verlustzone. Andererseits waren die Hochstifter auch Subjekte von Handlungen, also Akteure, die sich beispielsweise aktiv für Bischöfe einer bestimmten Dynastie entschieden oder auch aktiv aus einer Dynastie herauswählten. Dem Hause Hohenzollern kam im Erzbistum und Erzstift Magdeburg innerhalb dieser Gemengelage von Ansprüchen und Erwartungen eine besondere Rolle zu, die sich, so viel kann ich wohl schon verraten, nicht in einer besonderen Rückständigkeit ausdrückte. Das Erzstift Magdeburg nimmt nun in der Zeitenwende um 1500 und insbesondere in der Geschichte der Reformation eine bedeutende Rolle ein. Schon früh fasste die Reformation in diesem für die Reichs- sowie Kreisebene bedeutenden Erzstift-Fuß und vermochte es, gegen den oberigheitlichen Willen zur dominierenden Konfession und zum innerterritorialen Konfliktpunkt zu werden. Die Altstadt Magdeburg avancierte gar zu einem Zentrum der Reformation, womit es sich dann auch im krassen Gegensatz zur Stiftoberigkeit befand. Während das Domkapitel und die Erzbischöfe Albrecht V., Johann Albrecht sowie Friedrich der Reformation noch gegnerisch gegenüberstanden, folgte dann mit Siegesmund von Brandenburg ein Förderer der protestantischen Lehre als Erzbischof nach. Das Erzstift war bei seinem Amtsantritt zwar schon fast zur Gänze evangelisch, nun war die Reformation aber auch oberigheitlich legitimiert und schritt mittels mehrerer Visitationen sowie der öffentlichen Verlautbarung des neuen Konfessionsstandes auf dem Augsburger Reichstag von 1566 rasch voran. Genau, aber nochmal von Anfang an. Wir hatten hier... Dem Erzbistum Magdeburg wurden bei seiner Gründung mehrere Bistümer als Suffragane unterstellt. Zu diesen zählten neben den sogenannten sächsischen Landesbistümern Naumburg, Merseburg und Meißen auch die sogenannten brandenburgischen Landesbistümer Havelberg und Brandenburg und später dann auch Lebus. Bereits hier lässt sich eine Parallele zwischen Sachsen und Brandenburg in Bezug zu den Magdeburger Suffragane erkennen, nämlich bei den Bestrebungen, diese zu dynastisieren und mittelbar zu machen. So gelangten die Bistümer Merseburg und Naumburg 1561 bzw. 1664 durch die Besetzung des Bischofsstuhles mit Alexander von Sachsen in die Hände der Vertiner. Meißen gelang durch den Verzicht Bischof Johanns IX von Haugwitz 1581 an Chursachsen. Und auch den brandenburgischen Hunshollern gelang es, die Bischofsstühle der Bistümer Havelberg 1552, Lebus 1555 und Brandenburg 1560 mit einem Sprössling ihres Hauses zu besetzen. Formal bestanden die drei Bistümer bis zum Jahre 1598 fort. Die Vereinigung der bischoflichen Tafelgüter mit dem landesherrlichen Besitz erfolgte indes bereits 1571. Dieses Datum beschreibt jedoch nur den vorläufigen Endpunkt langwierigerer Bemühungen. Bereits vorher hatten die brandenburgischen Landesbistümer ihre im Mittelalter angesammelten Rechte und Privilegien, mithin ihre reichsfürstliche Stellung gegenüber den in Brandenburg regierenden Markgrafen teilweise eingebüßt. So ließen sich die drei brandenburgischen Bistümer bereits durch Kurfürst Friedrich I., der von 1414 bis 1440 regierte, auf den Reichstagen vertreten, insbesondere bei der kaiserlichen Steuer- und Geldforderung. Im Jahre 1521 wehrten sich die Bischöfe von Brandenburg und Havelberg sogar gegen die Zuziehung zur Zahlung von Reichssteuern und verwiesen auf die Kurfürsten. Kurfürst Friedrich II., ihm gelang es nun im Jahre 1447, sich das Nominationsrecht für alle drei brandenburgischen Bischofsstühle vom Papst verbriefen zu lassen. Das angestammte Wahlrecht der Kapitel wandelte sich daraufhin zu einer Akklamationspflicht. Und natürlich beriefen sich auch die kurfürstlichen Nachfolger auf dieses Privileg. Mit diesem Dynastisierungsprozess hatten die brandenburgischen Hunzallern also bereits lange vor der Reformation erhebliche Einflüsse auf die Diözesen erhalten. Im 16. Jahrhundert erschienen die brandenburgischen Bischöfe als dann mehr als landsässige Prelaten und weniger als reichsunmittelbare Fürsten. Und auch im Sächsischen gelang es, die Hochstifte in eine Zwischenstellung zwischen Reichsstandschaft und Untertanschaft zu bringen. Seit der Gründung, und jetzt nochmal zurück zum Erzbistum an sich, zum Erzbistum Magdeburg, dort ist es seit der Gründung des Bistums den Erzbischöfen gelungen, ein umfangreiches Territorium auszubilden, das Magdeburger Erzstift, das wir hier kreulich unterlegt sehen. In diesem regierten die Erzbischöfe nicht nur als Kirchenfürsten, sondern auch als weltliche Landesherren. Bereits um 1500 war knapp die Hälfte des Magdeburger Diözesangebiets zu Stiftsgebiet umgewandelt worden, wobei der weitaus größte Teil des Stiftsgebiets außerhalb des eigenen Diözesangebietes lag. Der reiche erzstiftische Besitz und die mit der Erzbischofswürde verbundenen Einflussmöglichkeiten auf der Ebene des Reichs und des niedersächsischen Reichskreises weckten natürlich Begehrlichkeiten, die über eine bloße Versorgung nachgeborener Fürstensöhne hinausgingen. Sowohl das Haus Hohenzollern als auch das Haus Vettin waren daher bestrebt, Angehörige der eigenen Dynastie auf den erzbischöflichen Stuhl wehnen zu lassen. So stammten alle Inhaber der Magdeburger Erzbischofswürde des ausgehenden 15. sowie des 16. Jahrhunderts aus einem der beiden konkurrierenden Häuser. Hier scheint Brandenburg im interregionalen Vergleich die Nase vorne gehabt zu haben und mit der Säkularisation des Erzstifts im Jahre 1680 zu seinen Gunsten auch auf das richtige Pferd die richtige Strategie, den richtigen Prozess gesetzt zu haben. Doch die Abfolge der einzelnen Amtsinhaber erscheint nur auf den ersten Blick als geradlinig. Vielmehr waren die jeweiligen Wahlentscheidungen alles andere als ausgemacht. Das Magdeburger Domkapitel hatte sich seit der Gründung des Erzbistums erhebliche Rechte gesichert. Neben dem Recht der freien Vermögensverwaltung oder dem Konsensrecht bei Steuererhebungen, Krieg und Frieden oder der Koadjutorenwahl verfügte das Domkapitel auch über das Recht der Bischofswahl. Es ist daher von Interesse zu wissen, wer im Magdeburger Domkapitel saß und welche Konfessionen sie hatten. In der älteren Literatur wurden die einzelnen Wahlentscheidungen noch oftmals damit begründet, dass Domherren aus bestimmten Familien stammten. Hier lohnt sich also ein genauer Blick. Von den nachweislich 59 Magdeburger Domherren aus der Zeit von 1450 bis ca. 1550 stammten. 28 aus magdeburgischem Stiftsadel, 13 aus märkischem Adel, 7 aus sächsischem Adel, 6 aus anderen Territorien und 3 konnte ich nicht genau zuweisen. Hier hat sich also nicht ein mehrheitlich brandenburgisch gesinntes Domkapitel stets für Vertreter des Hauses Hohenzollern entschieden. Und die dann tatsächlich wiederholt getroffenen Wahlentscheidungen für einen Vertreter des Hauses Hohenzollern dürfen auch nicht überinterpretiert werden. Bereits Ernst von Sachsen hatte erreicht, dass das Magdeburger Domkapitel im Jahre 1498 den Prinzen Friedrich von Sachsen zum Coadjutor mit Nachfolgericht gewählt hatte. Friedrich starb jedoch bereits im Jahre 1510 und damit drei Jahre vor der angestrebten Amtsnachfolge. Nach dem Tode Ernst im Jahre 1513 trat dann nun Albrecht von Brandenburg die Nachfolge im Erzbischofsamt an. Nicht ohne Unterstützung in Form von erheblicher Schmiralien seitens seines Bruders, des Kurfürsten Joachims I. Für die päpstliche Bestätigung brachte Joachim I. auch nochmals 20.000 Gulden auf. Mit der Wahl Albrechts trat nun zum ersten Mal seit dem Askania Erich im 13. Jahrhundert wieder eine personelle Verbindung der Mag mit dem Erzstift ein. Moritz von Sachsen ließ sich indes nicht davon abbringen, das Erzstift Magdeburg an sein Territorium zu binden, da es um diese Stifte und uns also gelegen, dass unsere beiderseits Lande aneinanderstoßen, auch zum Teil gemengelt liegen. Hierbei versuchte Moritz von Sachsen, sich die notorische Geldverlegenheit Erzbischof Albrechts zunutze zu machen. Es kam zu Verhandlungen, nach denen Albrecht die weltliche Regierung an Moritz übergeben würde, wenn dieser die fälligen Reichssteuern bezahle und Albrecht eine jährliche Rente von 5.000 Gulden erhielte. Doch bereits im Jahre 1523 wurde Johann Albrecht von Brandenburg-Ansbach als ein fetter Kardinal Albrechts zum Koadjuter mit Nachfolgerecht in Magdeburg gewählt. Entgegen dem zwischen Herzog Moritz von Sachsen und Erzbischof Albrecht geschlossenen Vertrag folgte Markgraf Johann Albrecht auf den magdeburgischen Erzstuhl nach. In der Regelung der Nachfolge Johann Albrechts nun wieder traten sich die sächsischen und brandenburgischen Ambitionen erneut entgegen. Moritz von Sachsen hätte gerne erneut eine Absprache zur Nachfolge getroffen, doch war er auf die Waffenhilfe Kurfürste Achims II. im Krieg gegen seinen ernestinischen Vetter Johann Friedrich angewiesen. Der Preis für die brandenburgische Hilfe war die Abrede von Aussich, mit der Moritz von Sachsen in die Hohenzollernsche Sukzession in Magdeburg einwilligte. Auch das Domkapitel konnte von Joachim II. überzeugt werden. Am 8. März 1547 den Markgrafen Friedrich zum Koadjuta zu ernennen. Markgraf Friedrich hatte sich im Gegenzug aber dazu verpflichtet, ein Albertiner zu seinem Koadjuta mit Nachfolgerrecht zu ernennen. Nach dem Tode Erzbischof Albrechts wurde Markgraf Friedrich von Brandenburg im Jahre 1550 dann durch das Domkapitel zum Erzbischof gewählt. Da er zu diesem Zeitpunkt erst 17 Jahre alt war, übernahm das Domkapitel vorerst die Regentschaft. Erst 1552 konnte Friedrich als dann die Regierung antreten. Doch bereits wenige Monate nach seinem Regierungsantritt verstarb Friedrich, ohne dass er wie zuvor vereinbart einen Albertiner zu seinem Koadjuta ernannt hätte. Das Domkapitel hatte nun über den Nachfolger Friedrich zu befinden, was die Abrede gegenstandslos werden ließ. Da das Magdeburger Kapitel noch überwiegend von Altgläubigen besetzt war, zog es es vor, dem Bruder des verstorbenen Erzbischofs zu wählen, nämlich Markgraf Siegesmund von Brandenburg. Noch 1552 wurde der erst 14-jährige Siegesmund von Brandenburg durch das Domkapitel zum Erzbischof gewählt und bereits im Jahre 1554, nach der Erklärung seiner Volljährigkeit, trat er die Regierung an. Natürlich ist er nicht der lupenreine Protestant gewesen, da kommen wir aber später nochmal zu. Im folgenden erneut ausbrechenden Ring um das Erzstift Magdeburg versuchte Moritz von Sachsen die Wahl des fünften Brandenburgers in Folge erneut zu verhindern. In Ermangelung jungen Nachwuchs konnten beide Kurlinien nur je einen einzigen Prinzen als Bewerber aufstellen, den sechstischen Kurprinzen Christian sowie den brandenburgischen Kurprinzen Joachim Friedrich. Bereits als Siegesmund noch lebte, versuchte Joachim II. sein Enkel durch das Magdeburger Domkapitel zum Kuadjuta Siegesmunds wählen zu lassen. Diesem Plan trat August von Sachsen jedoch entschieden entgegen. August gewann dabei die Unterstützung des Magdeburger Domprobstes Wilhelm Böcklin von Böcklinsau. Dieser entwickelte einen Teilungsplan, wonach Sachsen unter anderem die Stadthalle und Umgebung, Giebichenstein sowie die Stadt und Grafschaft Querfurt erhalten sollte. Brandenburg hingegen wurden Jüterburg, das Kloster Zinner und weitere Teile des nördlichen Erzstifts zugesprochen. Für den Rest des Erzstifts sollte ein unverheirateter Mann eingesetzt werden. Hierbei dachte Böcklin von Böcklinsau natürlich zweifelsohne an seine eigene Person. Joachim II. von Brandenburg und August von Sachsen wurden als Schutzherrin des dann verkleinerten Landes vorgesehen. Auf diesem Plan basierend folgten dann Verhandlungen zwischen Joachim II. und August. Doch bevor es hier zu einer festen Vereinbarung kam, verstarb Erzbischof Siegesmund. Das Domkapitel hatte nunmehr eine ordentliche Wahl vorzunehmen. Am dessen Ende entschied es sich mit dem Markgrafen Joachim Friedrich erneut für einen Vertreter des Hauses Hohenzollern. Diese Wahl sollte nicht nur für die Reformation des Erzstifts erhebliche Auswirkungen haben, sondern mit dem Magdeburger Sessionsstreit und der Blockade des Reichskammergerichts auch auf das gesamte Heilige Römische Reich. Dies liegt aber schon zu weit in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und damit außerhalb des auf dieser Tagung gestatteten Zeitraums. Ich möchte mich daher noch mal noch etwas genauer der Reformation in Magdeburg zuwenden. Das Kardinal Albrecht als Erzbischof von Magdeburg und Mainz sowie als Bischof von Halberstadt in einem besonderen Verhältnis zum Martin-Luther-Stand ist hinlänglich bekannt. Das Erzstift Magdeburg wurde im Folgenden zu einem Schlüsselterritorium der Reformation. Bereits im Jahre 1521 wurden Mönche und der Klerus der Altstadt Magdeburg belästigt und es wurde gegen reformatorische Predigten eingeschritten. Besonders stürmisch wurde das Jahr 1524. Auf Bitten reformatorischer Kreise kam Martin Luther in die Stadt und predigte in der Kirche des Augustinerklosters. Noch 1524 wurden alle sechs in der Altstadt ansässigen Pfarrkirchen reformatorisch, während die drei Stiftskirchen und die Klöster der Dominikaner, Franziskaner und Prämostranser katholisch blieben. Erzbischof Albrecht V. und mit ihm das Domkapitel versuchten indes, das Vordringen der Reformation zu verhindern. Sein Kampf gegen die neue Lehre war jedoch stets vom Kompromissen geprägt. So verfolgte er während der Bauernunruhen im Jahre 1525 gegenüber den Städten Magdeburg und Halle eine nachgiebigere Politik und verzichtete in einem Vertrag mit der Altstadt Magdeburg auf die Rückgängigmachung der Reformation. Er begnügte sich mit der Garantie des Schutzes der katholischen geistlichen sowie der ungestörten Ausübung des katholischen Gottesdienstes. In den Magdeburger Vorstädten Neustadt und Sudenburg hingegen oder in Halle, wo Albrecht die Gerichtsbarkeit innehatte und eine stärker anti-reformatorische Politik betrieb, konnten sich reformatorische Bestrebungen nicht so schnell durchsetzen. Der Bruder Kardinal Albrechts, Kurfürster Achim II. von Brandenburg, setzte sich der Reformation indes vehementer entgegen und wurde zu einem Haupt der anti-reformatorischen Partei im Reich. In Brandenburg ließ er alle reformatorischen Verlautbarungen verbieten und schritt gegen reformatorische Bestrebungen entschieden ein. Es gelang ihm gemeinsam mit den drei märkischen Bischöfen der Universität Frankfurt und mit den Landständen der Ausbreitung der Reformation innerhalb der Grenzen Brandenburgs in bemerkenswert hohem Maße Einheit zu gebieten. In einzelnen Städten traten zwar kurzzeitig reformatorische Prediger auf, diese wurden aber, wie in Stendal 1530, mit aller Härte unterdrückt. Mit dem Tode Joachims I. und Herzog Georgs von Sachsen verschärfte sich die Lage im Erzstift für Albrecht V. Das albertinische Sachsen wandte sich ab 1539 dem Luthertum zu und auch das Kurhaus Brandenburg sollte sich kurz darauf unter Joachim II. allmählich von der katholischen Kirche lossagen, womit der reformatorische Druck auf das Erzstift weiter zunahm. War mit der Altstadt Magdeburg im Jahre 1524 bereits die größte Stadt des Erzstifts zur Reformation übergegangen, folgten ihr bis 1541 weitere erzstiftische Städte, so Möckern, Loburg, Gentin, Aken und Neuhaldensleben. Im Jahre 1541 verließ Albrecht das Erzstift für immer und wandte sich nach Mainz. Es folgte der endgültige Durchbruch der Reformation am Erzstift Magdeburg. Proteste und Beschwerden seinerseits blieben erfolglos, sodass er im Mai 1542 erklärte, was in unserer Gewalt nicht steht zu wehren, das müssen wir mit böser Geduld wieder unseren Willen ansehen und geschehen lassen. Im Erzstift übernahm nun Maggraf Johann Albrecht von Brandenburg-Ansbach als ein überzeugter Gegner der Reformation die Regierungsgeschäfte. Doch auch er konnte dem Vordring der Reformation wenig entgegensetzen. Schon seine Investitur in Magdeburg wurde ihm durch protestantische Kräfte verweigert. Das Domkapitel musste 1546 sogar aus Magdeburg nach Egeln fliehen. Während Joachim II. in Brandenburg behutsam eine protestantische Landeskirche unter gleichzeitigen Festhalten an Elementen der vorreformatorischen Glaubenspraxis aufbaute, glich das Erzstift Magdeburg einem Failed State. Trat Kurfürst der Achim II. während des Schmalkaldischen Krieges als ein Vermittler auf und wurde von beiden konfessionellen Lagern als Ansprechpartner angesehen, wurde das Erzstift und hier insbesondere die Altstadt Magdeburg zum Ausgangspunkt hunderter protestantischer Druck- und Flugschriften. Erzbischof Johann Albrecht musste aufgrund der Kriegshandlungen nach Würzburg fliehen und das Domkapitel erklärte der Altstadt Magdeburg die Fäde. Erst nach Beendigung des Schmalkaldischen Krieges konnte Johann Albrecht im August 1548 wieder seine Residenz in Halle nehmen. Eine wirkliche Restitution fand jedoch nicht statt, auch da sich die Altstadt Magdeburg dem Augsburger Interim nicht anschließen wollte und ihren offenen Widerstand fortsetzte. Weite Teile des Erzstifts befanden sich nach wie vor unter der Kontrolle der Stadt. Eine Exekution der im Juli 1547 von Kaiser Karl V. gegen Magdeburg erlassenen Reichsacht kam bis zum Tode Johann Albrechts nicht zustande. Die Exekutionsstände, bestehend aus den Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen sowie dem Herzog Julius von Braunschweig Wolfenbüttel, setzten gegen den Willen Johann Albrechts auf Vergleichsverhandlungen mit der Stadt. Während die Verhandlungen noch liefen, verstarb Johann Albrecht 1550 auf der Moritzburg zu Halle. Im Sinne der Abrede von Aussicht wurde mit Friedrich V. der zweite Sohn Kurfürst der Achim II. zum Erzbischof gewählt. Das Domkapitel sowie Kurfürst der Achim II. bemühten sich beim Papst um die Bestätigung Friedrichs. Aufgrund des Übertritts Joachims II. zum Protestantismus wurde ihm diese zunächst verweigert. Nachdem eine brandenburgische Gesandtschaft 1551 auf dem Konzil zu Trient teilgenommen hatte, erhielt Friedrich 1552 jedoch die päpstliche Bestätigung. In der Zwischenzeit eskalierte die Exekution der Stadt Magdeburg. Zu den Belagerern gehörten Kurfürst der Achim II. von Brandenburg, Markgraf Albrecht von Brandenburg-Kohlenbach, Graf Johann Georg von Mansfeld und das Magdeburger Domkapitel. Den Oberbefehl führte Moritz von Sachsen. Da die Belagerung der Altstadt und die heftig geführten Kämpfe zu keinem kriegsentscheidenden Ausgang führten, wurde ein Vergleich geschlossen. Dieser sah zwar eine Kapitulation der Stadt vor, deren Verpflichtungen fielen aber auf Betreiben von Moritz von Sachsen milde aus. So brauchte die Altstadt Magdeburg nach dem Friedensschluss das Interim nicht anzunehmen. Im Gegenzug sollten im Stadtgebiet fünf Klöster restituiert sowie der katholische Gottesdienst im Dom und in den Stiftskirchen gestattet werden. Und auch das seit 1546 im Exil befindliche Domkapitel durfte wieder nach Magdeburg zurückkehren. Die Umsetzung dieser Punkte erfolgte jedoch erst nach dem Tode Erzbischof Friedrichs. Seine kurze Regierungszeit sowie die politischen Umstände versagten es auch ihm, der Reformation entschieden entgegenzutreten. Entgegen der Abrede von Aussicht wurde nun der Halbbruder Friedrichs, Sigismund von Brandenburg, durch das Domkapitel zum Erzbischof gewählt. Sigismund war der erste Erzbischof, der eine protestantische Erziehung genossen hatte und mit Sicherheit kein Verteidiger der alten Kirche war. Doch erst 1566 ließ er auf dem Augsburger Reichstag verkünden, dass er der Augsburger Konfession anhängt sowie, da das Erzstift im Jahre 1555 der Augsburger Konfession anhängt, es dabei gelassen werden solle. Damit wurde die Reformation nun endgültig oberigkeitlich im Erzstift legitimiert. Wie steht es nun um die vielfach postulierte Rückständigkeit der Mark Brandenburg? Bei der Dynastisierung und Mediatisierung der Suffragane des Erzbistums Magdeburg setzte die Mark Brandenburg vielleicht keine Innovationsimpulse, stand seinen fürstlichen Nachbarn aber nichts nach. Ja, war sogar etwas zügiger. Im Wettstreit um das Erzstift Magdeburg hatte Brandenburg ebenso oftmals die Nase vorn und konnte gerade aufgrund der eher zurückhaltenden Reichspolitik in Magdeburg freier agieren. Und während die Reformation in Brandenburg die fürstlichen Zugriffsmöglichkeiten erhöhte, im Zugriff auf die Landesbistümer sogar einen Höhepunkt einer länger andauernden Entwicklung darstellte, schwanden die Handlungs- und Machtmöglichkeiten der Magdeburger Stiftsobrigkeit mit der fortschreitenden Reformation zusehends. Das sind in der knappen halben Stunde die Impulse, die ich für die folgende Diskussion dann zur Verfügung stellen will und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn ich richtig auf meine Uhr geguckt habe, war das eine Punktlandung. Danke sehr dafür, dass Sie diese Vorgabe so hundertprozentig eingehalten haben. Ich darf die Diskussion eröffnen und bitte um Ihre Fragen, Bemerkungen, Anregungen, Kritiken. Frau Heckmann. Ich würde gerne an die Bemerkung von Herrn Stegmann von eben anknüpfen. Der sagte, ja, hier so dieser nordelbisch-ostelbische Bereich, das sei so ein sehr vergleichbares Gebiet, gut lutherisch. Und wenn ich nach Danzig gucke, in Danzig haben wir einen Verlauf der Reformation, wo der eigentliche Streit zwischen den Lutheranern und den Reformierten stattfindet. Wenn wir nach Hamburg gehen, haben wir zwar auch diese guten lutherischen Hauptkirchen, aber es kommt von Holstein und Oldenburg rüber auch einiges an reformiertem, ja, Gedanken gut rein. Es gibt immer wieder auch Prediger, die dann auch wieder vertrieben werden und ähnliche Dinge. Und da wollte ich einfach jetzt nochmal bei Magdeburg nachfragen, wie es da ja mit reformierten Bewegungen aussieht. Sie haben ja jetzt sehr stark, also diesen katholisch-lutherischen Gegensatz stark gemacht für Ihre Darstellung. Wie sieht es aus mit den Reformierten? Also insbesondere vor 1566, also noch alle Administratoren und Erzbischöfe vor Joachim Friedrich. Dabei ist es mir jetzt nicht auffällig geworden, dass dort größere reformierte Gemeinden oder ich sag mal Bewegungen im Erdstift gewesen wären. Also ist mir nichts bekannt. Und auch unter Joachim Friedrich scheint es zumindest im Lande nicht der maßgebliche Konfliktpunkt gewesen zu sein. Dass natürlich bei den Visitationen, die dann durchgeführt wurden, auch immer wieder das als Indiz angesehen werden kann, dass es das gab, ja, dass nach sektiererischen, reformierten, kalvinischen Handlungen und Bestrebungen geahndet und gefahndet werden soll. Aber ich habe dort auch in der Zeit natürlich, weil die Visitationsprotokolle sowas leider oftmals nicht mit aufnehmen, genau bin ich nicht direkt drüber gestoppert. Was oftmals ist, dass die Konkordien-Formel, die ja auch in Magdeburg sozusagen, zumindest örtlich ihren Entstehungspunkt hat, dass das von einigen Pfarrern verweigert wurde, diese zu unterschreiben. Aber wo deren Beweggründe lagen, das geht daraus leider auch nicht hervor. Ob sie jetzt aus reformatorischen, reformierten Beweggründen nicht unterzeichnen wollten oder vielleicht doch eher eine Anhänglichkeit an das Tradierte. Das vermag ich leider nicht zu sagen, aber wir haben ja hier bestimmt auch weitere Fachmänner und Fachfrauen, die sich dort... Das sind Anhänger Philipp Milankstöns, die sagen, wir wollen hier nicht ständig diesen Hauptkorps oder der Kurs, sondern wir wollen einen etwas offenen und Dialogbereit. Genau, ja. So kann man das vielleicht umschreiben. Genau, ja, also das ist ja dann dieser Punkt, ein Philippist zu sein. Und wer Philippist war, der war doch eigentlich schon reformierter. Und ja, 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 ja. Aber genau das war es ja gerade bei Joachim Friedrich. Wer schon auch nur ansatzweise vermitteln will, der ist doch schon verdächtig. Von daher ist das, glaube ich, gar nicht so eindeutig. Herr Peters. Ja, ich habe eine Frage zu dem Problem, welche Rolle spielen denn eigentlich die Adligen im Magdeburgischen? Es gibt ja große altmärkische Geschlechter, die sind ja ein Teil dieses Stifts- und Erzbistungsgebietes. Die Schulenburg und die Asseburg und die Alvensleben, wen es da alles gibt. In ihrem Vortrag, da tauchten immer wieder dann die Erzbeleidung und dies und jenes. Und dann das Domkapitel mal so als globale Institution. Also meine Frage zielt da an, welche Rolle spielen die? Denn wir wissen ja seit einiger Zeit, dass eben während der für die Reformation in diesen Gebieten diese Geschlechter eine ganz wichtige Rolle spielen. Da gibt es so Arbeit von Volkmar, der betont das ganz stark. Können Sie dazu was sagen? Nun habe ich den Vortrag von Herrn Stegmann leider nur die Diskussion zum Schluss gehört. Ich denke in Brandenburg, da hat man immer den Eindruck, da sind das die Kurfürsten, die beiden, die da irgendwie die Fäden in der Hand haben mit ihren Prediern. Und die, ja, die Adien spielen da nicht so eine große, bedeutende, herausragende Rolle. Das wäre ja dann vielleicht, wenn es so ist, ein Unterschied. Und eine zweite Frage, die Klöster im Magdeburgischen und im Halberstädtischen. Das ist auch eigentlich ziemlich interessant im Halberstädtischen. Da erhalten die sich ja ganz, ganz lange, jedenfalls bis zum westfälischen Frieden, altgläubig, katholisch, die allermeisten. Im Magdeburgischen, da werden die meisten doch abgeschafftet. Und zum Teil Stadtklöster, die so ein bisschen ärmlich sind. Haben Sie da eine Erklärung für, dass es da doch relativ unterschiedlich ist? Auch meinetwegen im Unterschied dann zu Brandenburg, wo ja, denke ich mir, die Landesherren relativ schnell die Klöster evangelisch säkularisiert hatten. Ja, das wäre es. Also zum einen zu den Klöstern, es war natürlich Magdeburg. Ich glaube, ich habe, glaube ich, die Zahl im Kopf, im Erzstift waren zu Beginn der Reformation 33, katholische Klöster, und die sind dann ja auch oft natürlich entgegen dem oberigkeitlichen Willen der Reformation, sage ich mal, anheimgefallen. Und das ist ja auch gerade der Unterschied zu Brandenburg, dass die Oberigkeit in Magdeburg oftmals, ja, machtlos war. Und dort ein, natürlich am Anfang ein schneller Prozess stattfand, aber oberigkeitlich legitimiert tatsächlich erst unter dem Administrator Siegesmund. Und dort auch noch nicht in Gänze. In der Wahlkapitulation Joachim Friedrichs, die er 1566 unterschreiben musste, stand noch drin, dass er die Klöster und Stifte in Esse halten solle. Aber auch das hat sich dann ziemlich schnell gewandelt und schon Siegesmund hat bei der ersten Visitation veranlasst, dass diese Klöster keine neuen Novizen mehr aufnehmen dürfen. Also hat sie schon bei seiner ersten Visitation dazu verdammt auszusterben. Aber kein Halberstadt, da ist ja alles ein, die in Halberstadt spielen. Ich habe das, genau, ich habe Halberstadt jetzt auch immer bewusst ausgelassen, alle, fast alle Erzbischöfe waren ja auch Bischöfe von Halberstadt. Die ganze Linie entlang, von der ich hier gesprochen habe, bis 1566. Da trat dann eine Trennung ein, dass ein Wittels, nee, nicht Wittelsbacher, Welfe, genau, ein Welfe dort zum Bischof gewählt worden ist. Und zwar, wenn ich mich recht entsinne, gerade auch aufgrund seiner katholischen Konfession. Also nicht gerade im Gegensatz zu den protestantischen Möglichkeiten in Sachsen und in Brandenburg. Das mag, das wird bestimmt einer der Hauptgründe sein, warum dort die Klöster noch länger in Esse geblieben sind. Aber da verweise ich auch wieder hier auf das Auditorium, da wird es bestimmt noch eine fachmännischere Meinung geben. Und zu den Ständen, die in Brandenburg haben ja gerade unter Joachim I. und die Stände doch verstärkt an einem Strang gezogen. In Magdeburg kann ich das auch nicht genau benennen, wie dort die Stände sich positionieren haben. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass sie eher der reformatorischen Seite anhingen, da diese Machtlosigkeit der Obrigkeit ja wirklich sondergleichend war. Hätten sie sich auf Landstände stützen können, dann wäre der Prozess bestimmt nicht so in dieser beschriebenen Art und Weise vonstatten gegangen. Aber ein entscheidender Punkt war auch tatsächlich immer das Domkapitel. Das Domkapitel, das sich aus dem landsässigen Stift, dem erzstiftischen Adel zusammengesetzt hat. Also hauptsächlich. Es sind natürlich auch immer wieder Familien, die auch immer wiederkehrend aus nicht erzstiftischen Familien kommen. Aber hauptsächlich finden sich erzstiftische Familien darin. Und der Bischof, der Erzbischof hatte aufgrund der Wahlkapitulation auch nicht die Möglichkeit, direkt mit den Landständen in Verbindung zu treten, zum Beispiel über Landtage. Sondern diese mussten immer vermittelt über das Domkapitel stattfinden. Und dass die Landstände im Domkapitel ja saßen, haben sie natürlich darüber auch einen großen Einfluss auf die Landesgeschichte ausgeübt. Also da waren sie schon mit dabei. Also vom Domkapitel, das sich erst 1566 protestantisch nennt und vorher eigentlich noch, soweit ich es gelesen habe, katholisch. Ist es da die Frage? Also an sich, wenn man es über das Domkapitel geht, müssten sie noch eher katholisch gewesen sein, wenn man sieht, wie schnell der Prozess der Reformation stattgefunden hat, dann doch eher im reformatorischen Bereich. Aber wie gesagt, da höre ich gerne auf, würde ich gerne auf das Auditorium auch verweisen. Herr Scholz? Ja, aber quasi eine gewisse Steilvorlage jetzt. Wir müssen jetzt mal gucken eigentlich, und das sollte man auch zusätzlich zu dem, was Sie jetzt eben gesagt haben, noch berücksichtigen. Das ist ein geistliches Territorium. Und das geistliche Territorium hat strukturelle Schwächen natürlich gegenüber vielleicht Brandenburg, was von der Struktur her ansonsten gar nicht so unähnlich ist. Magdeburg hat zum einen eben das Erdstift, die große Stadt, die sie nicht unterkriegen können, im Gegensatz zu Ständer, die dann platt gemacht werden konnten, als die Stadtreformation drohte, können sich Magdeburg relativ früh durchsetzen. Und es hat natürlich eine gewisse Schwäche des Landesherrn, der eben nicht allein Landesherr ist, sondern Landesherrn gemeinsam mit dem Domkapitel ist. Und das Domkapitel, das haben Sie ganz richtig gesagt, das ist im Grunde genommen eine ständische Angelegenheit. Sie haben ja diese schöne Grafik hier gehabt, da haben 50 Prozent Stifts magdeburgische Familien. Das ist natürlich so ein bisschen fraglich dann. Was sind die Schulenburger, was sind die Eifenslebens? Das sind natürlich gleichzeitig auch brandenburgische Familien, weil die in den Altmarkt reinreichen. Im jährig hoher Land, die tendieren alle Richtung Brandenburg. Es gibt eigentlich keinen magdeburgischen Stiftsadel in dem Sinne, sondern das überlappt sich so. Und insofern sind diese Tendenzen vielleicht auch gar nicht so unähnlich. Nur, im Magdeburgischen kann sich der Adel relativ selbstständig halten durch die schwache Landesherrschaft. Und spätestens unter Johann Friedrich, Johann Albrecht, ist die Geschichte eigentlich gelaufen. Also da betreibt der Adel Reformationspolitik und der Landesherr kann nämlich nicht mehr viel entgegensetzen. Was noch ganz typisch ist, denke ich mal, für Magdeburg und für das geistliche Territorium, ist die konfessionelle Uneindeutigkeit. So, und das knüpft daran an, was Sie gerade eben gesagt haben. Wir haben unter Friedrich, unter Sigismund, im halberstädtischen eben auch noch unter Heinrich Julius, dem ersten Welfen, eine konfessionelle Uneindeutigkeit. Das ist so ein bisschen Dissimulation. Die sind teilweise eben schon protestantisch aufgewachsen und geben es aber nicht zu. Heinrich Julius kriegt 1567 die Tensur, fürchterliche Aufregung, um reichsrechtlich als Bischof von Halberstadt anerkannt zu werden. Und deswegen haben wir diese merkwürdige Situation, dass wir eigentlich nicht so richtig wissen, sind die nun protestantisch oder sind die noch katholisch? Und dasselbe Problem haben wir im Dunkelkapitel. Einige bekennen es, andere bekennen es nicht. Und das ist diese merkwürdige Schwankung. Wir haben auch diese große Sattelzeit, die man in Brandenburg auch vermuten kann, nur nicht so stark ausgeprägt. Hier machen die sich ab 1546, 47, ab dem schmalkaldischen Krieg, schätzt sich keiner mehr um irgendetwas, sondern jeder Adlige setzt es so durch, wie es seinem eigenen Gewissen entspricht. Manche werden protestantisch und manche wissen es nicht genau. Und ich denke mal, das ist ganz interessant, hier auch Brandenburg und das Magdeburgische mit der unterschiedlichen Struktur, aber auch den Gemeinsamkeiten zu vergleichen. Und vielleicht, wenn wir das Magdeburgische gucken, sehen wir, wie es in Brandenburg auch hätte laufen können, wenn die Landesherrschaft nicht ganz so stark gewesen wäre. Oder wenn Brandenburg so eine Stadt wie Magdeburg in seinen Grenzen gab. Oder wenn sie eine derart mächtige Stadt hat, die den Landesherrn außen vor halten kann. Genau, also ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein wirklich entscheidender Punkt für die folgende Geschichte beider Territorien. Also das, ich meine, die Maggrafen haben sich ja auch nach Köln dann gesessen, sozusagen rechtzeitig dort interveniert. Aber die Erzbischöfe haben ja auch in Magdeburg gesessen, aber dort nicht geschafft, sozusagen eine stärkere landesherrliche Macht aufzubauen. Ja, aber diese, also eine mächtige, nach Reichsunmittelbarkeit strebende Stadt, das ist natürlich immer ein Stachel im Fleisch, in jedem Landesherrn. Herr Peters, ich bin mal so frech, mich vorzudrängeln mit einer eigenen Frage. Es taucht ja in dem Titel Ihres Vortrages der Begriff Dynastisierung aus. Und ich setze das mal um mit einem etwas anderen Begriff, den Sie an einer Stelle Ihres Vortrages auch benutzt haben. Sie haben ihn allerdings als maßgeblichen Gesichtspunkt, wenn ich es richtig verstanden habe, etwas zurückgeschoben oder zur Seite geschoben. Das ist die Frage der fürstlichen Versorgung. Aber das ist doch in meinen Augen der ganz entscheidende Gesichtspunkt dafür, dass sich Bettina, hier in unserem Fall, im magdeburgischen Fall, Bettina und Hohenzollern um dieses Erdstift kümmert. Es geht doch konsequent und immer, möchte ich mit einigem Nachdruck behaupten, darum, dass nachgeborene Söhne fürstlich standesgemäß untergebracht werden sollen. Sie können ja in der Reichskirche im Allgemeinen seit dem 14. Jahrhundert beobachten, dass die großen Dynastien danach streben, die Bistümer oder Erzbistümer, die sich so in ihrem engeren oder weiteren Umfeld befinden, mit ihren Nachkommen zu besetzen. Und lesen Sie doch mal Albrecht Achilles in seiner Dispositio Achillea von 1473. Was sagt er? Die ersten drei Söhne sollen weltliche Fürstentümer erhalten in Franken bzw. in der Mark Brandenburg. Und was machen wir mit den anderen? Die sollen geistliche Stellen erhalten oder zu erhalten suchen. Und nach Möglichkeit sollen sie irgendwann auf den Bischofsstuhl kommen. Und da ist ja Joachim der Erste nun überaus erfolgreich mit seinem jüngeren Bruder, der ja zunächst 1499, jedenfalls offiziell, gemeinsam mit ihm die Herrschaft ausübt. Aber Joachims Tendenz ging ja offensichtlich dahin, ihn auf Deutsch gesagt loszuwerden, damit er die Alleinherrschaft in der Mark ausüben könnte. Und das hat er ja nun mit beachtlichem Einsatz, auch finanziellem Einsatz, geschafft. Also ich würde meinen, das ganze Problem, das Sie hier ja so schön am Magdeburger Beispiel beschrieben haben, entsteht aus diesem Drang oder soll ich fast sagen, aus dem Zwang der großen Dynastien, ihre nachgeborenen Kinder standesgemäß unterzubringen. Und standesgemäß unterzubringen heißt, ihnen im Grunde genommen eine eigene Landesherrschaft zu verschaffen. Natürlich bringt da die Reformation erhebliche Schwierigkeiten, weil einfach die Möglichkeiten begrenzt werden. Und wenn wir jetzt einfach fürstliche Söhne versorgen wollen mit eigenen Landesherrschaften, dann könnte man das halt auch überall machen. Dann machen wir das mal in Bremen, dann machen wir das mal in Werden, dann machen wir das mal wieder in Magdeburg, dann mal in Halberstadt. Aber das Besondere dahinter ist ja, in einer Dynastisierung eine stete Abfolge auch in den Abfolgen zu bekommen, so wie es Brandenburg glücklich geschafft hat in Magdeburg. Von daher würde ich da schon tatsächlich einen Unterschied sehen zwischen Versorgung fürstlicher Söhne und einer Dynastisierung. Das Endziel ist ja dann, wie zum Beispiel halt auch mit den Landesbistümern, natürlich wurde dann nachgeborene oder auch erstgeborene Fürstensöhne damit versorgt. Und es waren ja auch Herrschaften mit eigenem Stiftsgebiet. Aber wenn es sich die Möglichkeit gab, die zu verändern, dann hat man die halt sozusagen geschluckt. Und das ist dann auch mit den langen Linien, die ich angesprochen habe, sozusagen das Ziel, dem eigenen Territorium zuzuschlagen. Und nur noch zu Sigismund von Brandenburg, wenn ich mich recht entsinne, hat man für ihn sogar versucht, die Krone Polens. Also man hat sich mehrmals... Der Enkel von Sigismund in Jalioni. Ja, also ich habe immer nur gelesen, dass man ihn dort zu den Wahlen und zur Hochzeit vermitteln wollte. Aber dann ist er halt Erzbischof von Magdeburg geworden, dass das nicht ganz so funktioniert hat. Das war der große Plan, dass er in den Polen schon rumkommt. Ja. Bin ich ganz derselben Meinung wie ihr, aber ich will mich nicht ständig vordrängeln. Herr Peters. Ja, ich wollte im Anschluss an das, was Herr Scholz gesagt hat, nur noch mal, was dann zu zwar... Ich denke, man kann eben im 16. Jahrhundert, oder jedenfalls bis weit ins 16. Jahrhundert, gar nicht so ganz, ganz eindeutig sagen, die konfessionelle Eindeutigkeit. Sie haben gesagt, Magdeburgische ist eben konfessionell uneindeutig. Und das entwickelt sich ja auch alles erst. Und Frau Schuchardt, die hat ja schön die Kirchenvisitationsabschiede in der Mark-Brandenburg da in der Hand und gelesen. Und ich habe ab und zu mal in die Sachsen-Alertinischen reingeguckt. Und wenn da ein bisschen was Theologisches auftaucht, außer den Geldern, die man da in den Kirchen nicht findet, oder wie der Pfarrer da gerade was irgendwie macht, dann merkt man, also eigentlich, was da an Theologie und Konfession da ist, das ist so ein Warten durch konfessionellen Nebel. Ja, die wissen, jedenfalls die Bauern in den Dörfern, die ich da zur Kenntnis nehmen konnte, die wissen gar nicht so genau, sind wir nun Katholiken oder sind wir evangelisch. Es gibt ein Kloster, das darf ich hier eigentlich mal, wo ich mal in großem Rahmen nennen, Hamasleben. Und das ist ein katholisches Kloster, das muss, weil es ein Patronat in dem Dorf hat, muss den Pfarrer stellen für die Dorfgemeinde, denn die selber, die feiern ihren Gottesdienst da in der Kirche alleine, die Mönche. Also sie stellen Pfarrer für die Dorfgemeinde. Und der Pfarrer für die Dorfgemeinde müsste eigentlich, weil die Dorfgemeinde so langsam ins Evangelische abdriftet, jemand sein, der eigentlich evangelisch ist oder irgendwie evangelisch in Helmstedt oder wo auch immer studiert hat. Aber was machen sie? Sie stellen ihnen dann einen aus dem Kloster, wahrscheinlich den Ältesten da zur Verfügung. Und der soll denen da irgendwie ein bisschen was erzählen. Jetzt kommt dann der entsprechende, nicht Inquisitor, sondern der entsprechende Visitator. Und der fragt dann die ab, was könnte er denn und was. Und dann heißt es im Visitationsprotokoll, sie haben nichts gekonnt und nichts gelernt. Und sie nehmen das Abendmahl in, ja, weiß ich jetzt nicht, in beiderlei Gestalt, obwohl sie eigentlich, nee, nicht in beiderlei Gestalt, sie nehmen das Abendmahl noch katholisch, obwohl sie sich eigentlich evangelisch fühlen. Ja, naja, also das ist sehr, sehr schwer. Und die Fürsten und die Dynasten, die fangen ja auch gerade erst mal an zu lernen, was ist denn das evangelisch, katholisch, sind ja nicht alles Theologen und hochgebildete Menschen. Die haben andere Sorgen zum Teil, aber weiß ich nicht. So, bloß, dass wir einen Hinweis, bitte. Das lasse ich gerne so stehen. Applaus Eingesprungen sind und möchte zudem nochmal hervorheben, dass sie in Anführungsstrichen wahrlich keine Verlegenheitslösung sind. Denn mit Ihnen lernen wir nun einen wirklichen Kenner der Reformationsgeschichte im Allgemeinen, speziell der sächsischen Reformationsgeschichte im Besonderen kennen. Und das möchte ich dem Publikum mit einem kurzen Blick auf ihren bisherigen beruflichen und wissenschaftlichen Werdegang verdeutlichen. Sie haben von 1994 bis 2001 evangelische Theologie in Jena, Tübingen und Leipzig studiert, haben dann die erste theologische Prüfung bei der evangelisch-lutherischen Kirche in Thüringen abgelegt. Nach Zwischenstationen als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Theologischen Fakultät in Jena sowie als Stipendiat bei einem DFG-graduiertenkolleg geistliches Lied und Kirchenlied interdisziplinär waren Sie dann wie Kar in Thüringen, legten dort 2008 Ihre zweite theologische Prüfung ab. Parallel haben Sie Ihr Promotionsvorhaben vorangetrieben und abgeschlossen. Von 2008 bis 2021 waren Sie dann wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Theologischen Fakultät in Jena sowie Arbeitsstellenleiter an der Sächsischen Akademie Wissenschaften zu Leipzig im Rahmen des Projektes, auf das ich eben gerade angespielt habe, im Rahmen des Projektes Briefe und Akten zur Kirchenpolitik Friedrichs des Weisen und Johans des Beständigen, 1513 bis 1532. Reformation im Kontext frühneuzeitlicher Staatswerdung. 2008 haben Sie sich habilitiert im Fach Kirchengeschichte an der Universität Leipzig, erhielten die Venialegendi für das Fach Kirchengeschichte. Seit diesem Jahr lehren Sie nun als Kirchengeschichte am Institut für Evangelische Theologie an der TU Dresden. Ihr Publikationsverzeichnis ist sehr umfangreich, es hat seinen Schwerpunkt in der Geschichte der Reformationszeit, befasst sich insbesondere eben mit der Geschichte der Wittenberger Reformation sowie darüber hinaus im Allgemeinen mit der Frömmigkeit des frühneuzeitlichen Luthertums. Ich will hier nur erwähnen, herausgreifen aus Ihren Publikationen drei Werke, die, denke ich, nun auch unmittelbar Ihren heutigen Vortrag berühren. 2016 bzw. 2017 sind von Ihnen erschienen, zur Reformation gezwungen. Die Lehre Luthers und die Herren von Gera, Schleitz und Lobenstein. Dann weiter alternative Predigt, Fragezeichen, Beobachtungen zur kur-sächsischen Predigerlandschaft neben Luther, Karlstadt und Münster bis 1525. Und schließlich der Unterricht der Visitatoren und die Durchsetzung der Reformation in Chursachsen. Herr Michel, wir freuen uns auf Ihren Beitrag. Ja, Sie sehen, es kommt ein bunter Vogel zu Ihnen und es wird noch bunter. Ich muss meine Internetseite auf den neuesten Stand bringen. Das Schönste ist, weil Sie hatten gefragt, was geht verloren mit der Einführung der Reformation. Herr Stegmann hat dissimulierend, wie ich finde, geantwortet. Und ich antworte eindeutig nichts, denn Sie sehen, in meiner Person ist lebensfroh geblieben. Erstens das Luthertum und zweitens bin ich seit kurzem erster Vorsitzender der Marienberger Vereinigung für Paramentik. Also ich kann Ihnen auch was über hübsche, bunte, gottesdienstliche Gewandungen erzählen. Aber darüber soll ich heute nicht reden. Kirchenreform. Ich habe den Titel des Vortrags von Herrn Asche bewusst beibehalten, weil ich in der kurzen Zeit nicht in der Lage war, mir selber einen Titel auszudenken. Und Titel ist immer das Schwerste, finde ich. Deswegen habe ich gedacht, wenn ich schon mal einen Titel habe, einen guten Titel, den ich nicht selber gemacht habe, nehme ich den in Absprache mit Herrn Asche einfach und rede über das Thema, über das er geredet hätte. Aber was natürlich jetzt nach dem Titel kommt, ist alles von mir. Der Titel ist Asche. Und mal sehen, ob ich das eingelöst habe, was Herr Asche dann vielleicht darunter verstanden hätte. Da ich denke, dass Sie vielleicht was mit nach Hause nehmen wollen, sich in der U-Bahn nachher noch Notizen machen wollen, was Sie morgen einkaufen wollen, um am Wochenende entsprechend kochen zu können, habe ich Ihnen zwei Landkarten ausgeteilen lassen oder selber mit ausgeteilt. Da können Sie dann sich Notizen noch hinten drauf machen oder Sie gucken Sie sich vorne an. Die sind runterladbar und für den akademischen Unterricht benutzbar. Die gibt es in Leipzig auf unserer Internetseite, Friedrich der Weise und Johann der Beständige, den Briefwechsel. Da können Sie die Karten auch runterladen und benutzen. Wer nach Kirchenreform und Reformation in Chursachsen und ihren Akteuren zwischen 1485 und 1555 fragt, so der lange Fragebogen für unsere Sektion, muss sich mit Friedrich dem Weißen und seinem jüngeren Bruder Johann dem Beständigen auseinandersetzen, die im Zeitraum von 1486 bis 1532 dieses Territorium regierten. An ihrer Kirchenpolitik, die nur im Zusammenspiel mit weiteren Akteuren funktionierte, lassen sich dynastische Kontinuitäten und reformatorische Umbrüche, das böse Wort benutze ich nun noch mal, ablesen. Es soll im Zusammenhang dieser Tagung die Perspektive aus der Sicht der Landesherrschaft stärker eingenommen werden. Also ich passe mich als Theologe an Ihre Fragestellungen und berichte nicht über die Sicht Luthers auf das Ganze, sondern versuche ein bisschen die Sicht der Landesherrschaft einzunehmen. Da ist eine einheitliche Linie der Kirchenreform in den kursächsischen Klöstern, denn das müsste man über Luther hinaus für die vorreformatorische Zeit auch tun oder angrenzender kirchlicher Institutionen wie der Bistümer nicht gibt. Mein erster Punkt, die Regierung der Brüder Friedrich des Weißen und Johann des Beständigen. Nach dem Tod ihres Vaters Ernst 1486 übernahmen die Brüder Friedrich und Johann die Regierung Kursachsens, wie es für sie vorgesehen war. Dabei war klar, dass der erstgeborene Sohn Friedrich Kurfürst werden würde. Der zweite Johann sollte ihn nach dem Testament des Vaters entsprechend unterstützen. Die Kurwürde war erst ein Jahr zuvor in der Leipziger Teilung zwischen den Brüdern Ernst und Albrecht an die Ernestiner gelangt. Die damit verbundene Landesteilung wurde so geschickt vorgenommen, das sehen Sie auf der ersten Karte, dass das Ernestinische und das Albertinische Sachsen weiterhin miteinander verzahnt blieben. Sie haben also diesen grünen Albertinischen Riegel ins Thüringische hinein und dafür die entsprechenden grauen Teile sind das Kurfürstentum der Ernestiner. Friedrich und Johann regierten bis zum Sommer 1513 in großer Eintracht. Uwe Schirmer hat heute früh darauf hingewiesen, dass die Landstände, wenn Friedrich zum Beispiel auf dem Reichstag ist, Dinge übernehmen. Manche Sachen, der lange Aufenthalt Friedrichs am Könighof war auch deshalb möglich, weil Johann noch zu Hause blieb. Also er unterstützt diese Stadthalterschaft. Uwe Schirmer nahm das Wort Stadthalterschaft. Da muss man auch an Johann denken, der also in den 1490er Jahren diese Stadthalterschaft wahrnahm. Friedrich klagte dann aber zunehmend nach 1500 und 1510 über gesundheitliche Probleme und er wollte also diese gemeinschaftlich praktizierte Regierung dann auf ein rechtliches Fundament gestellt sehen. Und deshalb entschieden sich die beiden Brüder für eine Mutschierung, eine Aufteilung der Verwaltungsaufgaben in territoriale Zuständigkeitsbereiche bei Beibehaltung des Gesamtbesitzes, die sie mündlich verabredeten. Sie selbst sprachen von brüderlicher Abrede. Das Ergebnis der Mutschierung hat einen Ausbau der Hofhaltung Johans in Weimar zur Folge, während sich Friedrich vor allem in Torgau und Wittenberg als seinen Hauptresidenzen aufhielt. Oft weilte er aber auch in Altenburg, Kolditz und Lochau. Also um nochmal das zu unterstreichen, die Reiseherrschaft geht sozusagen noch ein Stück weiter. Johann verwaltete ab 1514 Thüringen, das Vogtland und die Pflege Coburg, Friedrich hingegen den Kurkreis und den Meißenischen Landesteil. Für die wenige Jahre später einsetzende Reformation sollte diese Verwaltungsteilung folgenreich sein, weil Johann in seinem Landesteil Prediger oder Theologen wie Jakob Strauß in Eisenach, Nikolaus Hausmann in Zwickau, Wolfgang Stein in Weimar oder Thomas Münzer in Altstädt duldete, die teilweise andere reformatorische Ansätze als Martin Luther verfolgten. Mein zweiter Punkt, Kirchenreform im Übergang zur Reformation. Bereits im 15. Jahrhundert versuchten die Vettiner in Kursachsen in Kirchenfragen einzugreifen, indem sie eine aktive, landesherrliche Kirchenpolitik betrieben. Als weltliche Obrigkeiten beeinflussten sie gezielt kirchliche Angelegenheiten und Institutionen oder reagierten in Einzelfällen. Und das müsste man sich mal überlegen, ob Kirchenpolitik in dieser Zeit nicht eigentlich nur ein Reagieren auf Anfragen ist. Aber das wäre jetzt eine spitze, frage ich mich selber sozusagen an, weil das Quellenmaterial das Aktive, finde ich, oft vermissen lässt. Aber da könnte man nochmal drüber diskutieren. Also das Reagieren in Einzelfällen beispielsweise durch Schiedssprüche. Kaum ein Gebiet des institutionell verfassten Christentums auf den Handlungsebenen Kurie, Bischöfe, Domkapitel, Regular oder Säkular, Klerus sowie Laien blieb von diesen landesherrlichen Streben ausgenommen. Entschieden bemühten sich Kurfürst Friedrich und Johann beispielsweise gegenüber den Bischöfen von Meißen oder zugunsten auch der Stadt Erfurt, also da treten sie mit den Erfurter Stiften in Kontakt, um eine Beschränkung der geistlichen Gerichtsbarkeit und zwar auf allen Ebenen. Einerseits sollten kirchliche Gerichte nur Fälle verhandeln, die unter geistliches Recht fielen. Den Bann zu verhängen, um dadurch rückständige Zahlungen einzutreiben, war demnach ausgeschlossen. Andererseits bemühten sich Friedrich und Johann darum, dass Prozesse gegen ihre Untertanen vor ihren Gerichten verhandelt wurden. Wir hatten vorhin, wir hatten schon gestern mal kurz darüber geredet, ich hatte noch mal für Brandenburg geguckt. Für Brandenburg ist diese aktive Politik, das Bistum Brandenburg, so nicht oder den Bischof von Brandenburg nicht nachweisbar. Das Interdikt Wittenberg 1514, da gibt es mal so einen intensiven Austausch und da sieht man, dass Friedrich die Amtleute losschickt und seine Räte losschickt und versucht, eine Lösung des Interdikts über Wittenberg 1514 auszuhandeln. Ein weiteres Feld, um Kirchenreformen zu fördern, stellte die Klosterpolitik dar. Das ist ein aktives Feld, würde ich sagen. Grundlage hierfür waren rechtliche Konstruktionen wie Vogtei, Schirm und Schutz, das ist heute früh schon angeklungen, die als Elemente weltlicher Herrschaft im Späten Mittelalter üblich waren. Sie rechtfertigten die Schutzfunktion des Landesherrn über die Klöster. In der mittelalterlichen Vogtei hatte ein adlicher Laie ursprünglich die Aufgabe, Klöster oder kirchliche Institutionen in weltlichen Angelegenheiten vor allem vor Gericht zu vertreten. Ab dem 15. Jahrhundert begegneten den Quellen dafür häufiger der Begriff Schirm. Die Schutzfunktion konnte sehr unterschiedlich wahrgenommen werden vor Gericht, mit finanzieller Unterstützung oder militärischem Einsatz. Die Klöster erkannten die Schutzfunktion der sächsischen Kurfürsten in der Regel an und wandten sich entsprechend mit ihren Anliegen zumeist in weltlichen Fällen an sie, wenn also das Schlafhaus der Nonnen eingefallen war oder die Jagdrechte beschnitten wurden. Und das war dann natürlich das Einfallstor, Klosterreformen auch. Natürlich helfe ich euch, aber wir gucken gleich mal auf eure Finanzen und so weiter. Also es sind sehr schöne Prozesse, die da um 1500, 1510, 1515 zu beobachten sind. Gezielt suchten Kurfürst Friedrich und Herzog Johann durch Visitationen, dafür gab es ein päpstliches Privileg, finanzielle Hilfe oder die Einsetzung eines Klosterprobstes, Reformanliegen zu fördern. Ein aufschlussreiches Zeugnis dafür ist das Testament Kurfürst Friedrich selbst, das er vor seiner Pilgerfahrt ins Heilige Land 1493 aufsetzte. Darin ordnete er an, dass er im gerade reformierten Kloster Reinhardsbrunn begraben werden wollte und dass dem Kloster dafür eine entsprechende Spende zu entrichten war, die angefangenen Reformation und heilige Observanz damit zu enthalten, also aufrecht zu erhalten. Sollte die Reform jedoch bei seinem Tod keinen Bestand mehr haben, wollte er im Meißner Dom bestattet werden. Ihren Einfluss auf Pfarreien machten Friedrich und Johann vor allem über das Nominations- und Präsentationsrecht geltend. Dabei versuchten sie, diese Rechte stetig zu vermehren, um Pfarrer ihrer Wahl mit Stellen zu versorgen, mit Fründen entsprechend zu versorgen, als sich zu Beginn der 1520er Jahre, da kommt noch ein weiteres Phänomen dann dazu, als sich zu Beginn der 1520er Jahre die Klagen aus den Gemeinden mehrten, dass die zuständigen Patronatsinhaber keine evangelischen Prediger zulassen wollten, unterstützten die beiden Herzöge diese Forderungen, indem sie durch die Amtleute eine Klärung herbeiführen ließen. Prominent hierfür sind die Beispiele aus Altenburg und Eilenburg im Frühjahr 1522. Das ist deshalb interessant, das ist jetzt bei der Quellenedition herausgekommen. Die beiden Beispiele waren natürlich bekannt, man hat sie aber nie zusammen angeguckt. Es sind nahezu dieselben Räte, die da herangezogen werden und die ziehen auch die gleichen Handlungsstrategien heran, um mit den beiden zuständigen Pröbsten jeweils eine Einsetzung, ja man muss schon sagen, eines evangelischen Pfarrers zu erzwingen. Schließlich soll auf den Punkt der Bistumspolitik verwiesen werden. In der Leipziger Teilung von 1485 hatten sich Ernst und Albrecht in Kirchenfragen auf eine Teilung der Zuständigkeiten geeinigt, an denen man zunächst den Wunsch, wie ich finde, nach Kontinuität in den Beziehungen zu den Bistümern ablesen kann. Dabei erlangten die Ernestiner die Schutzherrschaft über das Hochstift Naumburg, die Albertiner hingegen über das Hochstift Merseburg und gemeinsam wollte man sich die Schutzrechte über das Stiftsgebiet Meißen teilen. Gemäß dieser Regelung vertraten kur-sächsische Gesandte, beispielsweise Bischof Johann III. von Naumburg, auf Reichstagen oder setzten sich gegenüber dem Reich für dessen Anliegen ein, wenn es um Reichsteuern beispielsweise geht. Diese Maßnahmen waren durch die kur-sächsische Schutzherrschaft über das Bistum Naumburg gerechtfertigt. Die Besetzung von Bischofsstühlen mit eigenen Familienmitgliedern war ein verbreitetes Mittel der standesgemäßen Ausstattung nachgeborener Söhne. In diesem Sinne wandte sich am 14. Juni 1515 Kurfürst Ludwig von der Pfalz an Kurfürst Friedrich und Herzog Johann. Er hoffte, dass sie einem seiner jüngeren Brüder zur Würde eines Bischofs von Merseburg verhelfen könnten. Jedoch mussten die Ernestiner diese Bitte abschlagen. Sie waren ja nicht zuständig, sondern die Albertiner. Und außerdem gab es andere Pläne. Hingegen förderten sie die Besetzung des Naumburger Bischofsstuhls mit Philipp von der Pfalz, der bereits Bischof von Freisingen war und 1512 zum Coadjutor des Bischofs von Naumburg bestimmt wurde. Die Ernestiner unterstützten die Wahl Philips, weil sie hofften, durch ihn größeren Einfluss auf das Bistum ausüben zu können. War doch absehbar, dass sich Philipp überwiegend in Freisingen aufhalten würde. Und tatsächlich in der Reformation schnappt die Falle zu, denn die bischöflichen Administratoren in Naumburg haben gegen die kur-sächsischen Visitatoren keine Chance. Sie können da protestieren gegen die Maßnahmen zur Einführung der Reformation, aber es ist kein starker Bischof vor Ort, der dagegen etwas unternehmen könnte. Doch auch für eigene Familienmitglieder, das klang im vorhergehenden Vortrag schon an, suchte man nach adäquaten geistlichen Stellen. Friedrichs jüngerer Bruder Ernst wurde 1476 zum Erzbischof von Magdeburg postuliert und 1489 geweiht. Indem er eine geistliche Laufbahn einschlug, trug er als Landesherr seines Stiftsgebiet zum Ausbau des politischen Einflusses der Ernestiner und als Bischof zur Steigerung des Ansehens der Wittinischen Dynastie bei, besetzte er doch den Bischofsstuhl des Primas Germanie und war Administrator des Bischofs Halberstadt. Also wirklich eine bedeutende Stellung. Sein früher Tod im Jahr 1513 hatte zur Folge, dass der ernestinische Einfluss auf eines dieser, der wichtigsten Bistümer im Reich erlosch, dessen Stiftsgebiet zudem das Kurfürstentum Sachsen im Nordwesten arrondiert hatte. Eine ähnliche Laufbahn war für den drittgeborenen Sohn Kurfürst Ernst Albrecht vorgesehen, der 1480 zum Kuradjutur des Mainzer Erzbischofs gewählt und 1482 tatsächlich Erzbischof wurde. Jedoch starb er bereits 1484 vor der Bischofsweihe, sodass sich die ernestinischen Hoffnungen auf die Besetzung zweier bedeutender Bischofsstühle schon so früh am Ende des 15. Jahrhunderts wieder zerschlugen. Ich war heute früh total begeistert. Ich freue mich auch, Herr Hesse, Sie mal persönlich kennengelernt zu haben, von ferne zumindest. Ich habe Ihren Namen so oft in Weimarer Akten gesehen, dass Sie hoffentlich jetzt meinen, meinen, ja, seinen auch. Seinen auch. Und da steht jetzt noch ein Dritter, aber das ist egal. Deswegen vielleicht freut Sie jetzt mein dritter Punkt auch. Drittens, erfahrene Verwaltungs- oder Funktions- heute früh genau zugehört. Vielleicht reden wir lieber von Funktionseliten. Wir müssen uns da nicht streiten, ob es Verwaltungs- oder Funktionseliten sind. Drittens, erfahrene Verwaltungseliten. Kirchenreform und Reformation wurden aber nicht nur von den beiden Fürsten, wir reden ja auch über Akteure, und deswegen ist dieser Punkt mir wichtig, von den beiden Fürsten vorangetrieben, sondern lagen zu großen Teilen in den Händen erfahrener Funktions- oder Verwaltungseliten, wie gebildeter, das haben wir auch schon gehört, Amtmänner und Schosser. Sie sorgten für eine Herrschaftsverdichtung, indem sie politische Entscheidungen im gesamten Territorium durchsetzten. Reformen wurden in Kursachsen aber nicht nur auf kirchlichem Gebiet gefördert, sondern auch in der Verwaltung des Kurfürstentums. Und da möchte ich nochmal auf die Hofratsordnung, die heute früh schon erwähnt wurde, von 1499 zu sprechen kommen. Sie wurde nach königlichem Vorbild in Kraft gesetzt, die einen ständigen Informationsfluss an die Höfe Kurfürst Friedrichs und Herzog Johanns gewährleistete. Und gerade diese Hofratsordnung durch diesen Informationsfluss, der Amtmann oder Schosser berichtet an den Hof und dort guckt man sich dann die Probleme an, stellt Fragen oder gibt eine Antwort, wie das zu lösen ist, sorgt dafür, dass wir in Kursachsen eine vorzügliche Überlieferung, selbst für kleinste Reformationsereignisse haben, weil diese Hofratsordnung eben zu einer funktionierenden Entwicklung, einer funktionierenden Verwaltung, wenn Sie so wollen, beitrug, die, wenn ich es richtig verstanden habe, tatsächlich bis 1547 wunderbar funktioniert hat. Also Amtleute und Schosser sorgten dafür, dass die Regierungsgeschäfte kontinuierlich vor Ort umgesetzt wurden. Ab dem ausgehenden 15. Jahrhundert standen vornehmlich ein adlicher Amtmann, das haben wir heute auch schon gehört, und ein juristisch gebildeter Schosser dem Amt vor. Gerade das Amt des Schossers genoss einen hohen Stellenwert. In der Verwaltungshierarchie war er doch für die Einnahme von Steuern zuständig, die einmal im Jahr jährlich gegenüber dem Rentmeister abgerechnet werden musste. Das ist für Sie nichts Neues. Für die Reformationsgeschichte ist das interessant, weil man über Finanzen natürlich auch Reformation betreiben kann, indem man gut informiert ist. Also in dem Moment, als es zur Visitation kommt, weiß der Hof relativ gut Bescheid, zumindest über die Finanzen der Klöster. Das kann man definitiv nachweisen. Amtmänner wurden herangezogen für diplomatische Missionen als Hofrichter oder zur Klärung lokaler Streitigkeiten und dann eben auch zur Klärung lokaler geistlicher Streitigkeiten. So genossen vor allem die Amtmänner von Altenburg, Weimar, Grimma und Zwickau, Sebastian von Kötteritsch, Friedrich von Thun, Hans von der Planitz, der Name ist Ihnen vielleicht geläufig, im Zusammenhang des Reichsregiments vertritt er da. Also das unterstreicht nochmal das, was Uwe Schirmer heute früh gesagt hat. Hans von der Planitz war ein hochgebildeter, zivilisierter, du hast das Wort zivilisiert genommen, Mensch, der dann eben auch im Reichsregiment die kursächsischen Interessen angemessen vertreten kann und da auch mit römischen Legaten entsprechend diplomatisch reden kann, hört sich den Kram an und gibt ihn weiter und antwortet dissimulierend freundlich. Ja, schöne Quellen, schöne Quellen. Während der frühen Reformation in Kursachsen sind einige Verwaltungseliten bekannt, die in besonderer Weise für Anliegen Martin Luthers eintraten. Das ist eine Sache, die man in der Biografie Luthers gerne übersieht. Ohne diese Verwaltungseliten wäre sicher manches nicht zustande gekommen. Darauf will ich aber so jetzt gar nicht eingehen. Ich will Ihnen mal noch drei Namen nennen. Michael von der Straßen, der Geleitsmann seit 1510 in Borna. Früh begeisterte er sich für die Theologie Martin Luthers 1522. Als Luther von der Wartburg zurückkommt, übernachtet er in Borna im Hause Michaels von der Straßen und schreibt dort dann seinen berühmten Brief. Friedrich, ich komme zurück nach Wittenberg, mach dir mal keine Sorgen, stell dein Anliegen. Ich paraphrasiere sehr frei in Gott. Ich tue das ja letztlich auch. Da einige seiner Einkünfte, von der Straßenseinkünfte aus dem Albertinischen Sachsen kamen, musste er sich in den 1520er Jahren mit Einbußen zufrieden geben, da Herzog Georg von Sachsen Zahlungen aus seinem Herzogtum in das Kurfürstentum untersagte. Und so wandte sich von der Straßen 1530 mit der Bitte um ein freigewordenes Lehen im Georgenstift Altenburg an seinen Landesherrn, Kurfürst Johann von Sachsen. Sein Anliegen begründete er unter anderem damit, Zitat, dass sich Martinus leer anhängig. 1520 muss Anark von Wildenfels in kursächsische Dienste getreten sein. Rasch errang er das Vertrauen des Kurprinzen Johann Friedrich. So förderte er in Weimar die Reformation, indem er sich für den reformatorisch gesinnten, aber gespangengesetzten Franziskaner Johann Feuth einsetzte, den er dann aus dem Franziskanerkloster rausholen kann in Weimar und als Prediger und späteren Pfarrer in seine Herrschaft Ronneburg holte, wo Feuth noch vor dem Beginn des Bauernkriegs eine Kirchenordnung verfasste, die ihre reformatorische Orientierung nicht verleugnen konnte. Ab 1525 setzte sich Wildenfels für ein Bündnis mit Hessen ein, das schließlich in den Schmeikaldischen Bund mündete. Und ein letztes Beispiel, der Name muss heute fallen in diesem Zusammenhang, ist natürlich der Jurist Gregor Brück. Zwischen 1521 und 1528 wirkte er als kur-sächsischer Kanzler, nachdem er dieses wichtige Amt 1529 vielleicht auch aufgegeben hatte. Das fand ich heute früh interessant, Herr Hesse. Es könnte wirklich sein, dass er vom Hofdienst überlastet war. Das fand ich einen schönen Gedanken, weil mir ist unklar, warum er das Amt niederlegt. Er nannte ihn Kurfürst Johann zum Rat von Haus aus. Und in dieser Funktion ist er wirklich das juristische Schwergewicht der Kursachsen, weil diesen Panzerschwerwagen, Georg von Brück, den schieben die ab dem Zeitpunkt in jede reichspolitische Verhandlung, sei es Nürnberger Anstand oder sonst was, in Sachen des Schmeikaldischen Bundes, immer wenn man wirklich stehen bleiben muss und nicht weiter von seiner Position abrücken darf, dann schicken die Gregor Brück, also seine komfortable Position als Kanzler, tauscht er letztlich mit dieser undankbaren vielleicht, aber auch interessanten Position Rat von Haus aus. Und da kann man das bestätigen, was Sie sagen, er wird also in reichspolitischen Religionsverhandlungen immer vorangeschickt. Mein vierter Punkt, ich schreite voran und die Zeit rennt auch, die frühe Reformation im Kurfürstentum Sachsen. Übrigens, Herr Verkammer, ich arbeite Ihre fünf, Ihre Punkte, Ihre Fragen ab, so gut es mir gelingt. Die theologischen Einsichten Luthers, die seit 1518 durch seine Schriften und Predigten, die er verbreitete, also Öffentlichkeit war heute früh in der Diskussion schon mal genannt worden als Stichpunkt, sorgten für eine Zuspitzung der Frage nach Reformen und Reformierbarkeit der Kirche selbst. Glaubte Luther anfänglich noch, den Papst gegen kirchliche Missstände in Schutz nehmen und ihn sowie die Bischöfe beispielsweise über die Ablasspraxis informieren zu müssen, änderte sich die Lage bald. Luther musste einsehen, dass sich die römische Kurie nicht reformieren lassen wollte. Konsequent griff er nun auf Grundlage der Ergebnisse seiner exegetischen und kirchengeschichtlichen und was weiß ich Studien, also seiner reformatorischen Theologie, die spätmittelalterliche Frömmigkeit und Kirchlichkeit an, und hier haben wir den Bruch letztlich. Buße, Messe, Amtsverständnis, Schriftauslegung, Obrigkeit, Rechtfertigungslehre. Kein Gebiet der Theologie schloss Luther aus seinem Denken aus, also es ist wie so ein Hefeteig, der dringt immer weiter von einem Punkt zum nächsten vor. Aber sperrte sich die Kirche gegen notwendige Reformen, mussten eben die weltlichen Obrigkeiten helfen, schließlich waren sie nach Luthers Auffassung ebenfalls im priesterlichen Stand vor Gott. Durch das Auftreten Luthers wurde auch die kur-sächsische Kirchenpolitik vor neue Herausforderungen gestellt, die so bisher nicht bestanden hatten. Es entstand eine ab 1518 bis dahin nicht dagewesene Dynamik. Seit dem Sommer 1518 unterstützte Kurfürst Friedrich den Wittenberger Theologieprofessor Luther durch eine konsequente Politik, die gegenüber der Kurie auf einem rechtmäßigen Verfahren bestand. Kurfürst Friedrich beteuerte dabei stets, dass es ihm als Laien nicht um ein Eingreifen in den Prozess oder theologische Fragen ginge, die er nicht beurteilen könne. Er sei an einem ordnungsgemäßen Verfahren interessiert, in dem Luther konkreter Irrtümer überführt wurde. Diese Politik firmiert heute in der historischen Forschung unter dem Schlagwort der Lutherschutzpolitik. Im Hintergrund, das will ich nochmal andeuten, also Akteure ist ja eines unserer Leitfragen, bemühte sich beispielsweise Georg Spallatin um diese Politik, indem er einerseits sehr genau die Aktivitäten im Reich verfolgte. Wir haben eine ganze Reihe wunderbarer, so kleiner Notizzettelchen, die offensichtlich Friedrich zugespielt wurden, wo immer so neue Sachen übermittelt werden. Dem Kurfürsten beriet er entsprechend, da haben wir auch einige schwer zu datierende Aufgabenlisten, so kommt das Thema und das und das muss dabei beachtet werden. Und regelmäßig für die Weiterleitung von Anliegen Luthers eintrat, also auch der Gegenweg, die Briefe an Friedrich laufen, alle über Georg Spallatin. Vor allem juristisch und diplomatisch geschulte Verwaltungseliten mussten diese Politik dann letztlich umsetzen. Das sehen wir in Augsburg, da kommen Juristen und beraten gegen Kayetan, das sehen wir in Worms, da schläft er sogar mit den Juristen in einer Herberge. Da ist der Austausch also relativ dicht. Eine Verbreitung seiner Gedanken wäre wahrscheinlich ohne diese Politik schwer dann ab 18, 19, 20, 21 möglich gewesen. Ab 1518 wurden nicht nur in Kursachsen Luthers Gedanken rasch aufgegriffen und weitergetragen. Als weitere Akteure von Kirchenreform und Reformation traten nun Prediger auf. Das will ich nur am Rande erwähnen. Dagegen wehrten sich dann, also ich merke an der Uhr, ich muss ein bisschen schneller machen, die Prelaten auf dem Landtag 1523, weil die sagen, die Amtleute unterstützen hier die Prediger zu. Der, die durchs Land ziehen zu Übergangsphänomenen, kann ich da noch mal was sagen, das kürze ich. Mein fünfter Punkt, und das ist eigentlich wichtig, die Neustrukturierung des Kirchenwesens nach dem Bauernkrieg. 1525 stirbt Friedrich der Weise und wir finden in der Kanzlei in Weimar wie ein Regierungsprogramm, eine Liste mit Dingen, die abgearbeitet werden müssen. Und diese Liste arbeitet Johann und die Verwaltung, wie auch immer man sich das vorstellen mag, tapfer ab. Da stehen Dinge drauf, Hofgericht und Bergwerke, Münze, aber eben auch Prediger, Eindämmung von Predigt, die nicht hingehört. Und auch der Gottesdienst kann man dann zeigen, 1526, als Luthers deutsche Messe kommt, lässt sie Johann kaufen und an die Ämter als Muster für eine gute Messe verteilen. Also das scheint ein planmäßiges Handeln ab 25 dahinter zu stehen. Johann wandte sich nicht gleich allen Anliegen zu, er musste von Luther manchmal auch etwas erinnert werden. So kommt es zur Einsetzung im Dezember 26 einer Visitationskommission, die ab dem Sommer 27 durchs Land zieht und Visitationen macht. Und hieraus, das muss ich noch sagen, entsteht dann der Unterricht der Visitatoren im Herbst 1527 unter Beratung von Juristen, Verwaltungseliten und Theologen. Und man einigt sich darauf, das kann man in unserer Edition schön sehen, Frau Plaha und Joachim Bauer und ich haben den Text addiert, dass da Artikel, also alles, was landesordnend ist, wird ausgeschlossen und in die Drucklegung geht ein rein theologischer Text, der dann Elemente einer Kirchenordnung möglicherweise enthält. Neu, Uwe Schirmer hat es heute früh gesagt, ist das Amt des Superintendenten, das durch diesen Unterricht der Visitatoren und durch diese Visitation ab 27 geschaffen wird. Und hier auch interessant, die ersten Superintendenten und die Kreise der Superintendenturen decken sich mit Ämtern. Heute früh hat Uwe das schöne Wort Exekutive genommen, also der Superintendent achtet darauf, dass Frau Franke ordentlich predigt am Sonntag und wenn das nicht passiert, kann der Superintendent nichts machen, aber er schwärzt sie an beim Amtmann und der kommt dann und dann wird es nicht lustig. 1529 kommen die Katechismen Luthers, also Luther unterfüttert das mit so einer Art Laienbibel. Interessant, 1529 lässt Philipp von Hessen eine Bibel drucken, die Kursachsen machen das nicht für die Gemeinden, die sagen Unterricht der Visitatoren, Deutsche Messe, kleiner und großer Katechismus, das reicht. 1539 kommt dann ein Konsistorium und 1531, wenn Sie so wollen, dazwischen noch eine Vermahnung gegen Gotteslästerung, also das kommt nochmal, das ist so ein spätmittelalterliches Moment, wenn Sie wollen, und 1532 die Sequestration, wozu die Landstände drängen. Sechstens ein Ausblick und dann haben Sie es geschafft. Kirchenreform und Reformation hatte bis 1532 im Kurfürstentum Sachsen viele Akteure. Nach dem Tod Kurfürst Friedrichs 1532 wurde sein Sohn Johann Friedrich neuer Kurfürst. Er setzte diese eingeschlagene Politik seines Vaters fort, Allerdings wurde deutlich, dass mit dem Fortschreiten der Reformation eben neue Institutionen geschaffen werden müssen. 1539 das Wittenberger Konsistorium, Ehegerichtsbarkeit, Pfarraufsicht, also die Umwandlung bischöflicher Rechte. Beim Superintendenten geht das ja schon los, der hat bischöfliche Rechte. Jetzt das Konsistorium, kriegt weitere bischöfliche Rechte, Ehegerichtsbarkeit, geht es weiter. Ein interessantes Modell, über das wir hier gar nicht weiter reden können, ist die Einsetzung Nikolaus von Amtsdorf 1541 bis 46 zum Bischof von Naumburg, also der Versuch, das Bischofsamt für die Wittenberger Reformation zu bewahren. Nach der Gefangennahme Johann Friedrichs in der Schlacht bei Mühlberg und der Wittenberger Kapitulation 1547 führten seine drei Söhne die Politik ihres Vaters in seinem Sinne, naja nicht immer, er mault auch, fort. Weimar wurde fortan die Hauptresidenz und hier will ich enden, Es entstand so etwas wie ein reformatorisches Sonderbewusstsein bei den Ernestinern, wonach die Ernestiner die ersten Förderer der Reformation Luthers gewesen waren und dieses Bild prägte fortan das Selbstverständnis und die Memoria der Ernestiner. Das hat beispielsweise zur Folge, dass es erst 1626, wenn ich richtig sehe, die erste ernestinische Kirchenordnung gibt dazwischen. Es reicht, Deutsche Messe und natürlich was aus Kursachsen, also aus Albertinien sozusagen kommt. Ich habe schon ein bisschen die Diskussion mit Ihnen angefangen und freue mich, wenn Sie die mit mir jetzt fortsetzen. Dann erspare ich mir jegliche Zwischenbemerkung und rufe die üblichen Verdächtigen auf. Frau Heckmann. Ernestinische Sonderbewusstsein ist schön. Reformator, Reformander, fangen wir mal in Basel an. Ja, und ich würde gerne auf eine andere Linie ziehen. Und zwar auf die Linie, die Herr Heimann ja uns so ganz bekannt gemacht hat mit dem Klosterbuch, nämlich der Orden. Im Archiv für Reformationsgeschichte, dem schönen Organ, wo man miteinander spricht und miteinander streitet, gab es vor einer Reihe von Jahren einen Beitrag über die Franziskaner, die sich in Jüterbock mit den Reformatoren auseinandergesetzt haben. Und die hatten auch schon einige Reformen hinter sich. Nämlich mit Blick auf Martin, dahin oder daher, also Observanz, dann ist das nochmal auseinandergegangen. Also da gab es eine Reformerfahrung, ja, beim, ich sag das mal, beim Gegner. Und Sie haben uns jetzt dargestellt, ja, wie das eben aus der Perspektive des Landesherrn, der Verbindung mit dieser neuen, sich institutionell sehr schnell entwickelnden Kirche ist. Die Militia Christi, das ist ein Phänomen, das ja von beiden Seiten in irgendeiner Weise beackert worden ist. Und mein Eindruck ist eigentlich, dass diese Militia Christi vor dem Hintergrund des Humanismus auf der evangelischen Seite einen, ja, etwas mehr nach außen gehenden, ja, Begriff gewinnt, während sie eigentlich der spirituelle Kern, ja, von der katholischen Seite vertreten worden ist. Und ja, da wollte ich einfach mal von einem erfahrenen, ja, Reformations, ja, Menschen was zuhören. Also zu dieser Debatte Franziskaner, Landesherr, ernestinische Selbstbewusstsein. Also die Franziskaner werden von Friedrich und Johann tapfer gefördert, überall wo sie Niederlassungen haben. Aber die wollen sich in der Reformation einfach nicht bekehren, sozusagen. Und da gibt es, also da gibt es in Weimar ja entsprechende Auseinandersetzungen mit dem Hofprediger Stein, die letztlich darin münden, dass die, dass man ihnen, also die dürfen theoretisch sogar bleiben. Also auch nach dem, nach dem Bauernkrieg hätten sie gerne bleiben wollen. Aber die Franziskaner, das ist nun gerade ein schwieriges Thema, die wollen eben, wollen Franziskaner bleiben, während Benediktiner sagen, naja, gut, dann gehen wir halt in ein Sammelkloster nach Gotha mit den Augustinern, die da sind. Und ja, manche von denen werden Handwerker, andere werden Pfarrer. Aber die Franziskaner nicht, die ziehen aus Chursachsen aus. Das Phänomen können wir in Zwickau zeigen, in Torgau zeigen. Und diese Geschichte mit dem Miles Christi, natürlich sind die Lutheraner auch Miles Christi, auch in spiritueller Sicht, also es ist ein beliebtes Motiv, die kämpfende Kirche an evangelischen Altären dann im 17. Jahrhundert, wie es in der Reformation aussieht, ob die mit dem Bild in dem Moment was anfangen können, ob die das so nach außen, wie Sie das darstellen, da wäre ich vorsichtig, bin ich zurückhaltend. Ja, aber die singen doch von der Wahrheit. Oder, Herr Stegmann, würden Sie das anders ausdrücken? Haben Sie eine Idee dazu? Also ich möchte ja nur an Johannes Briesmann erinnern. Johannes Briesmann, Franziskaner aus Wittenberg, wird dann, geht treu, weil der Landesherr eben alle Franziskaner der Stadt verweist, geht in sein Heimatkonvent Cottbus, predigt dort evangelisch. Erste evangelische Predigt in Brandenburg, die wir schriftlich greifen können und muss dann nach Preußen gehen. Und was schreibt er dort oder was verfasst er dort? Zum Beispiel die berühmten Floskuli. Und das ist im Grunde eine Kurzfassung von Luthers Freiheitsschrift, die eines einschärft, nämlich ein ganz stinknormaler Christenmensch ist Familienvater und hat eine Arbeit und sonst was. Aber er muss sich halt verdammt nochmal anstrengen, so zu leben, wie Jesus das gewollt hat. Und da haben Sie den Franziskaner, der aus Wittenberg über Brandenburg nach Ostpreußen kommt und ihm diese Militia Christi ganz stark einprägt. Der Begriff selber kommt nicht vor. Aber natürlich dieses Drängen, quasi dieser franziskanische Ärmst. Und die Forschung hat das ja auch herausgestellt. Die Reformation schafft die Klöster mitnichten ab, sondern sie macht aus dem Leben eines jeden Christen ein klösterliches Leben. Das ist der Punkt. Dass das nicht klappt, ist was anderes. Aber der Anspruch, den Luther hat, ist nicht, das Mönchtum abzuschaffen, sondern das Mönchtum zum Leben aller Christen zu machen. Also wenn Sie so wollen, da haben Sie eine Transformation von Frömmigkeit aus dem Kloster in die Welt einerseits und aber eben auch eine völlig neue Frömmigkeit, die des Familienvaters, der ja seine Arbeit vor Gott sozusagen. Es ist eine Schöpfungsordnung, die erfüllt die Schöpfungsordnung. Der Franziskaner im Kloster halt leider nicht. Das geht noch weiter, wenn Sie Albrecht ansehen, der als Bischof seiner eigenen Kinder in der Dynastie auftritt. Also wenn Sie Albrecht ansehen in Preußen, der als Kinder seiner eigenen Dynastie auftritt. Das ist wirklich dieses sich Brechen von, wie soll man sagen, Traditionen und Werten, die plötzlich ein ganz anderes Gesicht gewinnen. Das ist für mich auch so ein ganz faszinierendes Phänomen eigentlich. Und ich freue mich, dass das eben ja auch in Sachsen. Ja, weitere Bemerkungen? Ja, ich möchte noch mal den Vergleich zu Brandenburg ziehen. Ich denke, man hat in diesem Referat sehr schön gesehen, was es alles in Sachsen gab, was es eben in Brandenburg nicht gab. Den höheren kirchlichen Entwicklungsstand, die stärkere Differenzierung der Gesellschaft, die viel stärkere Beteiligung der mittleren Ebene. Bernd Hamm hat mal einen sehr schönen Aufsatz geschrieben, Reformation von unten, Reformation von oben. Und ist der Alternative dadurch entflohen, indem er gesagt hat, das Entscheidende ist gar nicht von unten oder von oben, sondern die mittendrin. Die Stadtschreiber, die Amtmänner, die Theologen, die Funktionseliten, die die Reformation machen. Und die haben wir halt in Brandenburg in viel, viel geringerem Maße als etwa in Kursachsen. Und das finde ich ganz interessant eben. Und Brandenburg hat aber dann den Vorteil, dass alles, was die Kursachsen über 20 Jahre lang ausprobiert haben, dann ganz schnell einführen kann. Und das bringt eben dann auch den Aufholprozess in Brandenburg in Gang, dass die in den 40er Jahren ganz schnell übernehmen, was in Kursachsen ausprobiert wurde. Ein Beispiel, 39 kur-sächsische Konsistorialordnung, 43 kur-brandenburgische Konsistorialordnung, die quasi 1 zu 1 übernommen ist. Und das geht ja dann so weit, dass die Kursachsen am Ende die brandenburgische Konsistorialordnung quasi zurückfordern, weil sie ihre eigene Urschrift verloren haben. Das heißt, da haben wir so Austauschprozesse. Man kann sehen, es ist ein Glück, dass die Kursachsen so viel besser aufgestellt waren, weil die Brandenburger dann die Chance hatten, von ihnen zu lernen. Nehmen die den Unterricht der Visitatoren, das wollte ich gerne noch wissen. Frau Schuchert, nehmen die den, jetzt mache ich es wie im Seminar, ich rufe auf. Nehmen die den, das wollte ich gerne wissen. Sie sind mir in der Pause immer entflohen. Den Unterricht der Visitatoren, benutzen die den hier zu den Visitationen? Es wird zumindest nicht erwähnt oder darauf angespielt. Also in anderen, nehmen sie, in Ansbach wird er genommen und in Hessen, da gibt es auch Spuren, in Norddeutschland. Bitteschön. Ja, vielen Dank, Herr Michel. Ich fand das sehr, sehr erhellend. Insbesondere, glaube ich, können wir auch noch mal daraus ziehen, aus Ihren Ausführungen ziehen, dass es viele Strömungen für Reformansätze gegeben hat. Und ich möchte Herrn Stegmann jetzt nicht generell widersprechen, aber natürlich können wir das schon auch in der Mark-Brandenburg vorher beobachten. Alle diejenigen, die als Heretiker verfolgt worden sind, die dürfte man durchaus auch in so eine größere reformatorische Strömung mit einordnen. Und jemand wie Matthias Döring beispielsweise, der ist ja offensichtlich gerüstet, auch theologische Streitfragen dann im Sinne seines Landes sozusagen mit zu diskutieren. Worauf ich aber bei Ihrem Vortrag hinaus wollte, ist die Frage nach der geistlichen Gerichtsbarkeit. Mir scheint das nicht unwesentlich zu sein, dass man da versucht, eine Bresche reinzuschlagen. Denn offensichtlich ist ja die Bedeutung der geistlichen Gerichtsbarkeit für die Regelung von Alltagsproblemen, wie sie eben so kleine Kredite mit sich bringen, nicht so unerheblich. Und da kann man doch eine starke Entwebung oder Entflechtung mit kirchlichen Strukturen vorantreiben. Ja, also die gehen gegen die Prokuratoren von Naumburg oder Erfurt oder Meißen auch dann brieflich entsprechend. Die kriegen also knallharte Briefe. Was soll das hier? Also wir verbieten unseren Untertanen zum Gerichtstag zu kommen. Die werden bei uns erst zum Gericht. Komm doch du zu uns. Solche Fälle gibt es. Oder eben die Bezahlungsgeschichten. Nö, sehen wir nicht ein. Wird abgelehnt. Das verläuft dann oft im Land im Sande. Also offensichtlich reicht es aus gegenüber so einem Prokurator. Wenn der Prokurator, wenn ein Kurfürstlicher oder ein Brief aus der Kanzlei, Kanzleibrief da entsprechend eingreift, eintrifft. Und Übergangsphänomene, das ist halt auch schwer. Also wir haben in Thüringen und Fruchtland auch solche Übergangsphänomene. Das wollte ich vorhin nochmal. Das konnte ich nicht erzählen. Da gibt es Gemeinden, die vor dem Aufkommen der deutschen Messen in Straßburg und Nürnberg und sonst was, deutsche Messe feiern bereits. Und das sieht man daran, dass wir heute diese Messbücher im Dorf bei Gotha und im Dorf bei Plauen noch haben. Da hat der Priester einfach das Lateinische durchgestrichen und den Text eben entsprechend selber ins Deutsche übersetzt. Und das sind eben Dinge noch vor. Also es ist nicht der Luthertext oder irgendwas anderes, sondern das sind eigene Übersetzungen, um mit den Bauern, mit der bäuerlichen Gemeinde, das klingt vielleicht besser, den feiern zu können, sozusagen. Herr Schirmer. Herr Stegmann, herzlichen Dank für Ihre Entgegnung und euer Ehren sei gestattet, ich entgegne und mahne einen überregionalen Vergleich an. Also natürlich sind die Städte wichtig und all das, was sie sagten, aber gelegentlich wird eben vergessen, wir leben in einer durch und durch ländlichen Gesellschaft. Auch Chursachsen mit seinen circa 30 Prozent Einwohnern, die in Städten wohnen. Und wenn Sie sich die Städte auch in Chursachsen anschauen, die Masse, das sind Städte mit 2000 Einwohnern und weniger und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, jetzt sozusagen diese Sicht des Landes. Und da ist meines Erachtens interessant und jetzt korrespondiert Chursachsen oder das östliche Chursachsen im hohen Maße mit Brandenburg. Ich habe vor Jahren, und das ist auch publiziert worden, mal versucht, und das ist mehr als ein Versuch, einfach zu schauen, wie sieht es aus in den Stadt- und Dorfkirchen und wer hat die Patronatsherrschaft inne. Begonnen habe ich das Coburger Land und das Eichsfeld, also tief im Westen, sozusagen seit Bonifatius, fest in der Hand der alten Kirche. Und dort besitzt der Niederadel oder der Adel, jetzt Niederadel, maximal 10 Prozent der Patronate von allen Kirchen, 10 Prozent Patronatsherrschaft. Die restlichen Kirchen gehören den Stiften, den Klöstern, Landesherren und so weiter und so fort. Ich mache es mal, im Coburger Land sieht es ähnlich aus. Umso weiter man nach Osten kommt und die Saale und die Elbe ist tatsächlich dann eine Grenze. Umso weiter man nach Osten kommt, umso höher wird der Anteil der Patronate, Patronatsherrschaft beim Adel. Wir haben Spitzenregionen, das Furtland, das Altenburger Land, meine Heimat, das ist Südraum Leipzig. Da liegen, da liegen, sind 70 Prozent aller Patronate, sind in der Hand des Adels. Und diese Niederadeligen sind es, wir haben die indirekte Einführung der Reformation durch den Altenburger Landtag, 23, und diese Adeligen sind es, die es ermöglichen, dass in ihren Kirchen evangelisch gepredigt wird. Und nun wäre meine, und das ist natürlich dann das Land und da ist es eine Massenbewegung. Natürlich wird irgendwann die Reformation durch die Bildung der konfessionellen Blöcke, also Schmalkaltische Bund und so weiter, wird es eine Machtfrage. Und das kann alles wieder auch nach hinten kippen, das ist mir vollkommen klar. Aber wenn man jetzt einfach mal sagt, wir schauen uns sozusagen eine Bewegung in den 20er Jahren an und wir bilden einfach mal willkürlich eine Zäsur mit der Bildung des Dessauer Bundes oder Schmalkaltischen Bundes, ist mir egal, was wir machen, aber wir schauen uns diese Zeit an. Dann haben wir in der Tat eine tiefe Bewegung von unten, also sozusagen die wird getragen durch die Gemeinden und wird ermöglicht durch die Patronatsherren, Klammer auf, durch den Niederen Adel. Und insofern bedarf es meines Erachtens keiner gelehrten Juristen, es bedarf keiner Stadtschreiber und so weiter und so fort. Und diese alte These, also es ist eine städtische Erscheinung, ja das ist natürlich richtig, aber ich wiederhole mich, wir sind jetzt in dem Jahr 1523, also nach dem Mai 1523 und da beginnt diese Bewegung und so weiter und so fort und Schluss und Aus. Und meine Frage, also als Entgegnung an Sie, also sozusagen das Land und nun wäre meine spannende Frage durch Christoph Volkmann, der wurde ja heute erwähnt, in der Magdeburger Börde sieht es ähnlich aus, also auch einen hohen Anteil der Patronatsherrschaft beim Niederadel, dort haben wir es natürlich noch nicht in den 20er Jahren, aber dann auch relativ schnell und der Adel trägt also sozusagen diese evangelische Bewegung, lang Rede kurzer Sinn, entschuldigen Sie, viel zu lange. Und nun die Frage, wie sieht es in Brandenburg aus? Also ich könnte mir vorstellen, dass in Brandenburg, in den Dorfkirchen, dass die Patronatsherrschaft, die liegt beim Adel. Und wenn ich doch irgendwann mal in eine Kirche komme, ich bin selber evangelisch-lutherisch, das ist immer schwierig, die sind alle zugerammelt, landesweit, Katastrophe, aber wenn man doch mal in eine evangelische Kirche kommt hier, dann sieht man, aha, ich sehe eine Patronatsloge, na dann ist mir klar, das war sozusagen eine Adelskirche. Und da wäre dann die spannende Frage, wie hat sich dann der Adel in dieser Frühzeit 20er, 30er Jahre verhalten? Antworten Sie direkt, ja. Ja, ich würde schon sagen, dass die Kursachsen deutlich weiter sind als die Brandenburger und selbst auf dem Lande. Denn wenn wir nach Brandenburg schauen, ist es wirklich schwierig, Niederadel zu identifizieren, der sich aktiv für die Reformation einsetzt oder auch Amtleute oder sonstige kurfürstliche Beauftragte, die sich engagieren für die Reformation, so wie es eben jetzt gerade im Referat doch eindrücklich vor Augen gestellt wurde, früh und intensiv eben, dieses Backing von der mittleren Führungsebene. Was die Patronatsverteilung angeht, haben wir natürlich einen hohen Anteil von Stellen, die von geistlichen Kooperationen verwaltet werden. Die gehen im Zuge der Reformation größtenteils über an den Kurfürsten, zum Teil, wenn sie in Städten liegen, sind die Stadträte, die sich diese Stellen unter den Nagel reißen. Wir haben da natürlich eine ganze Zahl von Stellen, die quasi in städtisches Patronat übergegangen sind im späten Mittelalter, im Zuge eben des Bemühens der Stadtkommunen, wobei dann zum Teil die Patronatsrechte auch umstritten sind und dann haben wir natürlich den großen Anteil des Niederadels. Aber wenn man sich dann mal anguckt, wie die Adeligen mit ihren Patronatsstellen umgehen, Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts, ist die Quelllage dünn. Man muss im Großen und Ganzen sagen, ohne es im Einzelnen belegen zu können, sie haben mehrenteils verantwortlich gehandelt. Es gibt ein paar böse Buben, also die von Pflanz zum Beispiel in Angermünde, die offensichtlich Schindluder treiben mit ihren Patronatsrechten. Aber es scheinen keine weitverbreiteten Fälle zu sein. Aber ich muss ja auch sagen, vielleicht gibt es andere Leute, die mehr Quellen kennen, was das angeht und mich an dem Punkt auch korrigieren können. Herr Schermer, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, Sie müssen allerdings eben auch berücksichtigen, die ganz anderen Rahmenbedingungen in Brandenburg bis 1535. Da steht ein Kurfürst an der Spitze des Landes, der ganz strikt auf die Abwehr der Reformation drängt und natürlich zu diesem Zwecke die Stände auf seinen altkirchlichen Kurs trimmt. Es gibt entsprechende Landtagsbeschlüsse, also die Verbreitung von Luthers Bibel, also Bibeluntersetzung wird ja beispielsweise untersagt. Wer überhaupt Luthers Schriften in die Hand bekommt, irgendeine lokale Obrigkeit, hat sie natürlich selbstverständlich dem kurfürstlichen Amtmann so schleunigst abzugeben und so weiter. Ja, wie viel Druck und Zwang dahinter steht, ist den Beschlüssen nicht zu entnehmen. Dass unter solchen Umständen man nicht gerade einen lutherischen Prediger zuließt, ist irgendwo nachvollziehbar. Man müsste also dann eigentlich eher die Verhältnisse ab 1535 betrachten. Und da gibt es neben den Städten, die nun ja doch zumindest darauf drängen, lutherische Prediger zuzulassen, auch einzelne Allie, die sich in solchem Sinne äußern. Ist aber keine Massenbewegung. Nochmal, bitteschön. Ja, vielleicht anschließend unmittelbar daran. Selbstverständlich muss man sich die Zeiten nach 1535 angucken. Vielleicht aber auch die Zeit vor 1490, wo es ja offensichtlich zu so einer Phase kommt, in der die Kurfürsten auch versuchen, ihre kirchenpolitischen Zustände sozusagen auf die Reihe zu kriegen, zu ordnen und auch verstärkt gegen Abweichler vorgehen. Ich bleibe dabei, also diese Erscheinungen in der Uckermark, wo es eben irgendwelche Abweichler gibt, die schon auf Deutsch auch Messen feiern und dergleichen, das lässt man sich ja offensichtlich mit dem Argument nicht gefallen, dass diese Leute nicht treuefähig sind. So gehen ja dann diese Prozesse aus. Kann man bei Kurze schön nachlesen. Schön. Dann haben wir es, oder? Darf ich in aller Unschuld doch eine Frage loslegen? Na klar, wir haben doch gar nicht miteinander. Also Herr Stegmann ist ja vorhin so vorgegangen, dass er gewissermaßen die vorreformatorischen Verhältnisse Ende des 15. Jahrhunderts konfrontiert hat mit den in Anführungsstrichen nachreformatorischen Verhältnissen 1561 oder 1572, 1573. In ähnlicher Weise möchte ich Sie fragen, wie ist die Rolle des Landesherrn zu verstehen in seiner Einstellung zu kirchlichen Angelegenheiten, zu den kirchlichen Verhältnissen? Sie haben ja, ich meine damit, dass Sie ja im Eingang Ihres Referates sehr ausführlich die kirchenreformatorischen Bestrebungen der beiden Brüder geschildert haben. Ich habe mich innerlich dabei gefragt, worauf soll das Ganze denn nun eigentlich hinauslaufen? Was ist der Antrieb, den die beiden haben und was ist vielleicht so eine Art Endzustand, der Ihnen vorschwebt? Und dann kommt die Reformation, bringt sozusagen völlig neue Themen in die Debatte mit all den Umwandlungen, die Sie uns beschrieben haben. Was ist da das Ergebnis am Ende? Es gibt ja eben das große Stichwort, den Leibbegriff des Landesherrlichen Kirchenregimentes. Herr Stegmann hat vorhin für Brandenburg gesagt, man kann eigentlich für das 15. Jahrhundert nicht von einem Landesherrlichen Kirchenregiment sprechen, aber nach 1539, 40 mit Sicherheit. Ja, also einerseits, deswegen habe ich die Memoria zum Schluss nochmal genannt. Also es kommt, mir ist das im Grunde egal, wie Sie das nennen, die Kranach-Werkstatt malt vor der Reformation Bilder, auf denen die Kurfürsten links und rechts, Bartholomeus und Andreas, glaube ich ist der andere, hinter sich stehend haben und dann irgendeine Marien-Szene in der Mitte. Wenn Sie da noch weiter gucken, sehen Sie, vielleicht können Sie ja mal spaßensalber den Begriff der Transformation benutzen, sehen Sie dann, dass Sie die Söhne Johann Friedrichs, die drei, und Johann Friedrich mit seiner Frau, die auf das Kreuz schauen. Also dieser Bildtypus wird sozusagen umgewandelt, durchläuft eine Transformation. Also dynastisch würde ich auf alle Fälle sagen, bleiben sich die Ernestiner treu als Förderer einer guten Ordnung. Ich denke, das sind so Dinge, über die man nachdenken muss. Und zur guten Ordnung gehört eben auch das Heil für die Untertanen. Also das scheint mir bei den Ernestinern was ganz Ausgeprägtes zu sein. Und während vielleicht andere Landesherren das nicht ganz so ernst nahmen, bleibt zumindest in der Theorie bei den Ernestinern dieser Topos erhalten, eben auf Kirchenfragen einen besonderen Wert zu legen. Also an der Stelle könnte man vielleicht noch mal ein bisschen weiter denken, ob das an der Stelle vielleicht was dynastisches ist. So würde ich das jetzt erst mal in aller Kürze beantworten. Kann ich jemanden noch zu einem Diskussionsbeitrag reizen? Ich merke, Sie sind ganz erpicht auf die Abschlussdiskussion und auf das Abschlussstatement. Mir ist eben überraschenderweise die Aufgabe übertragen worden, jetzt diese Überleitung irgendwie zustande zu bringen. Heinz-Dieter, ich schrecke ein bisschen davor zurück, dich in derselben Art und Weise wie die anderen hier dem Publikum vorzustellen. Aber wenn du mich dazu aufforderst, will ich das gerne tun. Du bist akademisch in Bochum groß geworden, aus der Schule von Ferdinand Seibt hervorgegangen, mit der Konzentration auf das Spätmittelalter. Ja, dann bist du 1994 auf den Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte hier an der Universität Potsdam berufen worden, hast den bis 2015 innegehabt und befindest dich seitdem im Zustand des unruhigen Ruheständlers. Ich bemühe mich, dir nachzueifern und hast dich in deiner Potsdamer Zeit aber eben nicht nur um allgemeine mittelalterliche Geschichte gekümmert, sondern hast eigentlich versucht, die Themen, die du in diesem Rahmen behandelt hast, auch speziell in Bezug auf die Mark Brandenburg zu behandeln, hast dich, so darf ich wohl sagen, ein bisschen als Vermittler wissenschaftlicher Ergebnisse, landesgeschichtlicher Ergebnisse in die Kulturpolitik des Landes bemüht und hast dich darum bemüht, im Lande, an verschiedenen Städten, im Lande bekannt zu machen oder bewusst zu machen, wieder bewusst zu machen, was denn eigentlich den historischen Reichtum dieses Landes in der Vergangenheit ausgemacht hat. Und das hat uns beide nähergebracht und zu mancherlei gemeinsamen Aktivitäten veranlasst, unter denen ich nochmal das Brandenburgische Klosterbuch besonders hervorheben darf. Und dieser Einsatz hat dazu geführt, dass hier die hiesige Regie dich ausgewählt hat, eine Art Schlusswort zu sprechen. Auf das wir jetzt gespannt sind, auch ohne, dass das Programm eine Überschrift auswirft. Vielen Dank, Klaus, für die großen Freundlichkeiten. Aber ich will es auch ganz knapp machen. Ein Schlusswort steht mir nicht zu. Und das strebe ich auch gar nicht an. Das haben andere sozusagen zu verantworten, das letzte Schlusswort. Aber ich bin sozusagen der Vorletzte, den nach mir, glaube ich, hat Herr Werkhammer oder Elton Franke nochmal das eigentliche Wort an uns zu richten. Was kann ich Ihnen sagen? Herr Werkhammer benutzte eingangs so in dem doch sehr lebhaften Diskussionsgeschehen den Begriff, für das wir tun, des Spiels. Und das gefiel mir recht gut. Und damit komme ich zu diesem Spiel zurück, das auch an den Anfang dieses Spiels, denn inzwischen ist ja eine sehr detaillierte und sehr konzentrierte Diskussion geführt worden. Ich komme sozusagen nochmal auf den Anfang zurück und darf daran erinnern, dass wir, glaube ich, durch die Verantwortlichen hier tatsächlich ein sehr großes Spielfeld erst mal aufgemacht worden ist. Und in diesem Spiel, das dann hier von allen mitgetragen worden ist, bin ich nun wahrlich kein Schiedsrichter. Das wäre ein völliges Missverständnis, wenn man das von mir hier erwarten würde, sondern vielleicht erinnere ich daran, dass ich mich versucht habe, hier an der Diskussion zu beteiligen. Ich sehe mich eher noch oder weiterhin in der Möglichkeit, als Mitspieler Ihnen ein bisschen zu helfen. Und dafür danke ich eben auch, dass Sie mich dazu hier eingeladen haben. Schauen wir nochmal auf das Programm. HIKO 21, so liest man auch dort, ist dazu da, dem Nachwuchs in den Ideen und Fortschritten sozusagen disziplinär-methodisch zu helfen. Um diesem Anspruch auch auf die Anschluss- oder Abschluss- und weitere Diskussionen nachzukommen, bat man mich ein wenig um Hilfestellung. Dabei verbindet mich mit dem Nachwuchs zweifellos erkennbar nicht der Jahrgang. Aber, das darf ich dann doch sagen, die Neugierde, die zweifellos vorhanden ist bei mir an dieser Sache selbst. Und um diese Neugierde noch einmal zu schärfen, darf ich Ihnen meine Gedanken über den Lauf der Vorträge und der Diskussion ein wenig zusammenzufassen. Beginnen wir nochmal an den gästlichen Vormittag, dem großen Aufschlag. Da war der Vortrag von Herrn Göse, aber voraus dann auch nochmal danach gelagert, der Vortrag von Herrn Ferkammer, der uns dann im Grunde jeweils gezeigt hat, die Generalfrage der Tragfähigkeit des begrifflich-methodischen Apparates, den wir zur Verfügung haben. Der Schwerpunkt, der gewollte Schwerpunkt dieser anzuregenden Diskussion galt der Frage nach dem Wie, nicht unbedingt nach dem Was, aber aus dem Wie wurde bald auch ein Wo und aus dem Wie und Wer wurde ein Wie intensiv liefen denn diese ganzen Vorgänge ab? Und Sie haben es auch, Herr Ferkammer, ich darf Sie da persönlich ansprechen, immer wieder angesprochen, es ging Ihnen darum, Mut zu vermitteln und von den Meistererzählungen zu lösen. Das ist sicherlich so der Dreiklang, mit dem ich Sie gestern aufgenommen habe. Und wenn man auf das Tagungsprogramm schaut, Transformationsprozesse, dann bieten Sie uns eigentlich Gelegenheit, ja über zwei Tagungen nachzudenken. Einmal über den methodischen Diskurs, wie weit taugen denn oder tragen denn diese Modelle, die wir uns hier sozusagen angeeignet haben und das zweite ist sozusagen die unmittelbare Sacharbeit an den Quellen, wie schauen denn diese Verhältnisse in der Mark Brandenburg und wie auch immer zu vergleichenden Territorien oder Landschaften aus. Das ist ja auch diskutiert worden. Und Sie haben auch zu erkennen gegeben, es sind Bausteine. Wir sind noch nicht am Ende dieses Bauwerkes. Also um auf diese Diskussion wieder zurückzukommen, und vielleicht generell so viel vorab von meiner Seite. Aus den Vorträgen habe ich kein flammendes Plädoyer, kein flammendes Plädoyer für eine uniform neue Geschichte der Mark Brandenburg oder eines anderen Territoriums, aus dem Begriff des Transformationsprozesses allein herausgehört. Herausgehört habe ich aber sehr wohl ein Plädoyer, jeweils immer angemessen an den Quellen, die wir finden, für die methodische Kompetenz, die ausdrücklich auch ein Landeshistoriker hier immer wieder einbringt, und dafür, dass wir für diese jeweils von uns intendierten Diskurse aufgefordert sind, adäquate Begrifflichkeiten zu finden. Und wenn man da auf diese zwölf Vorträge, glaube ich, haben wir jetzt in diesen zwei Tagen gehört, was für mich alles sehr intensive analytische Sondagen gewesen sind, so würde ich den Begriff mal halten, habe ich daraus auch eine Vielzahl von neuen Begriffen mitgenommen, die sozusagen jetzt noch vor uns stehen, als unser Vokabular oder als unser Handwerkzeug. Und da waren darunter strukturgeschichtliche Begriffe, Stichwort, Sie selber oder Uwe Tress, Stichwort Reformation beziehungsweise Revolution. Am Ende ging es nochmal gerade darum, ist die Reformation sozusagen ein struktureller Begriff, die Revolution kann man auch vielleicht nochmal ansprechen. Auf der anderen Seite stand sozusagen das Vokabularium Modernisierung. Insgesamt haben aber alle diese Begriffe letztendlich das Fortschrittsnarrativ nur durchgespielt. Und in diesem Fortschrittsnarrativ stecken im Grunde der Hinweis drin auf eine Unmenge und Vielfalt von Dynamiken. Und diese Vielfalt von Dynamiken greifen wir vorzugsweise in funktionalen Prozessen. Und für diese funktionalen Prozesse haben wir unterschiedlich, je nach Sachlage, Begrifflichkeiten gefunden, ob das nun Bürokratisierung, Elitenaustausch, Verdichtung jedenfalls oder neue Formen von Vergemeinschaftung, was also auch in der Diskussion gefallen, eine neue Variante von Zentrum und Peripherien. Wissenskulturen war ein anderer und Möglichkeit und deren Transfer in damit Hinweis auf das Verhältnis, ein neues Verhältnis von Nähe und Ferne bedingt durch neue Mobilitäten, sowohl vertikal wie horizontal. Und damit also auch immer wieder die Frage nach Vorläuferkonzepten und einem Konsequenzenverfahren daraus. Und das Ganze wurde jeweils eingebunden in ein großes Zeitkonzept. Ich glaube, die frühesten Daten gingen bis in die Karolinger-Zeit, aber mindestens vom 13. Jahrhundert bis ins 17. Jahrhundert. Und Herr Göse hat das nochmal auf den Punkt gebracht. Ja, eigentlich liegt der Bruch erst im 18. Jahrhundert, Stichwort Absolutismusforschung etc. Das heißt, in all diesen Phänomenen ging es letztlich um Reichweiten. Um Reichweiten, das scheint mir ein zentraler Kategorie zu sein, mit der man weiter arbeiten könnte. Ja, und bei der Reformation, gerade ist in der Sektion, ist es ganz deutlich genordnet, in anderen Sektionen also auch. Ich denke, jetzt was Herr Hesse vorgetragen oder was Herr Schirmer vorgetragen hat. Der Faktor Mensch. Der Faktor Mensch, der sozusagen an den Lebensbedingungen und gesellschaftlichen Bedingungen Interesse hat, dass sie gestaltet werden und möglicherweise damit auch ein Interesse an Sicherheit und Wohlfahrt genießt. Schließlich boten für mich die vier Sektionen so etwas wie Bausteine, aber eben auch wie nur Teilstücke aus einem neuen Puzzle, will ich jetzt mal sagen, namens vielleicht Marktgeschichte oder vergleichende sächsisch-brandenburgische oder sächsisch-schwäbische Geschichte. Wobei ich sozusagen um die Bilder, die Bildmächtigkeit war ja auch hier ein Thema, was wir da gelegentlich zu sehen bekam haben, dass wir es hierbei, mir ist nicht ganz klar geworden, und es ist ein bisschen Kritik auch an der Konzeption der Tagung, wie passen denn diese vier Bausteine oder Sektionen eigentlich inhaltlich zusammen? Mir hat das also teilweise, mag jetzt hart klingen, eine Form von Beliebigkeit, aber die ganze Sektion 1 bis 4 ging immer auch um Adel. Also warum dann nochmal eine eigene Sektion Adel? Ich hätte jetzt auch sagen können, na gut, nehmen wir doch mal die Stadt oder nehmen wir die Agrargesellschaft, war auch ein zentraler Punkt. Also das müsste man vielleicht noch einmal weiter bedenken, auch um zu vermeiden oder sozusagen auch die Botschaft zu vermeiden, diese ganze Geschichte Ende sozusagen, ich bleibe in einem Bild, gleichsam eines Vierecks. Herausgekommen ist für mich eher, um diese Bilder zu benutzen, es geht um ein Vieleck. Das ist das Spannende. Und es ist auch nicht rund. Also diese Vermeintlichkeit, es sei also glatt, Homogenisierung ist, ich finde es eher spannend, auf diese Spitzen zu achten, dass wir hier sozusagen ein Vieleck zu organisieren haben und damit auch diesen Verlauf von Transformationsprozessen jeweils adäquat zu beschreiben. Auf der einen Seite sind wir also aufgefordert, weiter darüber nachzudenken, über diesen methodisch-disziplinären Kurs. Und das Zweite wäre dann der konzeptionelle Diskurs. Wie gestalten wir daraus eine, natürlich eine Landesgeschichte oder eine vergleichende Landesgeschichte oder welche auch andere Konsequenzen daraus wachsen könnte. Aufs Ganze gesehen stellten alle Vorträge mir vor Augen, wie und wie intensiv Räume uns als Erkenntnismittel dienen. Es sind jeweils funktionale Räume, die uns als Erkenntnismittel dienen. Und dabei wurde eben erkennbar, dass wir teilsweise über administrative, politische, territoriale, ganz wenig eigentlich, eher über soziale, kulturelle, konfessionelle Räume uns ausgetauscht haben. Und in dieser Hinsicht schrieben die Referentinnen und die Referenten erstens, für mich jedenfalls, das Konzept von Doing Tarity. Herr Rutz ist da ja momentan groß unterwegs. Dieses Konzept über die Anstrengungen politisch gemeinter Ordnungsbildungen hinaus. Das hat mir ein ganz wichtiger Punkt, aber es wurde nicht sozusagen abgewertet. Es geht einfach nur um eine Wertigkeit, dass wir diese Anstrengungen der politischen Ordnungsbildung diversifizieren können, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Und zum Zweiten stellten die Beiträge für mich letztlich die Intensität, die Intensität von Ausdifferenzierungs- und von Integrationsprozessen als ein strukturelles Merkmal der Entwicklung des 15. und 16. Jahrhunderts, jeweils runtergebrochen auf die einzelnen Landschaften, die wir jetzt hier als Beispiel gehört haben. Und insofern fühle ich mich ermutigt, auch durch die Substantialität der Beiträge hier, darin auch von einer künftigen Matrix oder einer Matrix künftiger Darstellungen zu sprechen. Kurz gesagt, Sie haben Verspätung oder Fortschritt, das sind die Begrifflichkeiten, die vorne auf dem Flyer stehen, durch für mich modulierbare Faktoren von Ausdifferenzierung und Integration ersetzt und dabei nicht Epochen sozusagen definiert, sondern Zustandsbeschreibungen geliefert. Denn wenn wir einen Transformationsprozess haben, dann haben wir ein bestimmtes Ereignis, aber dann beginnt ja erst dieser Transformationsprozess und dann beginnt er möglicherweise auch in eine eigene Wirkungsgeschichte einzutreten. Und in dieser Matrix des Ersetzens von Fortschritt und Verspätung durch Ausdifferenzierung und Integration in einem wechselseitigen Verhältnis, dort sehe ich genau das Stichwort der Andersartigkeit des Mittelalters gegenüber dem, was ansonsten in der Moderne angezeigt ist. Damit zwei Bemerkungen noch. Erstens, wieso Transformationsprozess? Wieso Last und Lust der Modernisierungstheorie? Die Geschichtswissenschaft selbst befindet sich methodisch disziplinär in einem Transformationsprozess. Ich glaube, jeder Historikertag kann sich da sozusagen entsprechend verorten, indem es aber auch darum gilt, das Selbstverständnis dieser Disziplin und damit auch ihr integrativ eingeschlossen, meinetwegen der Landesgeschichte oder der Medivistik im Speziellen oder das Verhältnis von Frühmittelalter auf Mittelalter und Frühneuzeit zu integrieren. Über einzelne Gegenstandsbereiche und Forschungskonzept hinaus ist damit für die Mittelalterforschung, da bin ich jetzt wieder bei meinem Haus, die Frage virulent verbunden, wie aktuell ist denn eigentlich das, was ihr da tut? Also, wie aktuell ist Mittelalter jeweils? Genauer gefragt, woher speist sich der Anspruch der, oder woher könnte sich der Anspruch der Aktualität mittelalterlicher Geschichte jeweils speisen? Ohne dazu hier auf die Diskussionsgeschichte im Detail aufzublättern. Aber, das wäre noch sozusagen nachzutragen, Herr Göse hat, Stichwort Wissenschaftsgeschichte, es nur auf der Seite der vergleichenden Konzeptionsforschung versucht, ein wenig anzuregen, anderes ist da sozusagen noch zu leisten. Und ich will damit für die Tagung herausstellen, dass das Verständnis von Mittelalter in der Moderne und für das Verständnis der Moderne selbst von zentraler Bedeutung ist. Und dieses Verständnis wiederum von Moderne und Mittelalter ist für mich eine zentrale Herausforderung, indem wir in dieser offenen Gesellschaft oder dem demokratisierten Wissen unsere historischen Aussagen adäquat vermitteln müssen. In diesem Spannungs- und in genau diesem Spannungsverhältnis sehe ich letztlich die Programmatik dieser Tagung und des dort auch gesetzten Zeitkonzeptes. Zu den Umständen gehört ferner, dass uns Mittelalter und Modern als traditionelle Chiffren bezeichneter Zeiten und Sachverhalte begegnen und wir sie auch dort nutzen, wo wir noch keine überzeugenden Alternativbegriffe gefunden haben. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mutiger sein, wenn wir schon neue Fragen stellen, dann auch über neue Konzepte dieser Einbindung in Zeitkonzepte zu finden. Und wir haben hier in den Sektionen, der Zeitkorridor war 13. bis 17. Jahrhundert, mal war es 15. und 16. Jahrhundert, dann haben die einen Kolleginnen und Kollegen nur auf das 15. oder stärker auf das 16. Jahrhundert geschaut und immer ein bisschen laviert um die Frage Transformation, Zeitkonzept, wie auch immer. Warum sage ich Ihnen das? Mir geht es darum, sozusagen ein Problembewusstsein für eine Problemgeschichte Mittelalter und Moderne zu stärken. Das jeweilige Verständnis der Moderne und ihres Mittelalters, das ist die eigentliche Herausforderung, für die, glaube ich, der Nachwuchs steht, wenn er sich daran macht, neue Konzepte mit neuen Begrifflichkeiten zu formulieren. Ja, ich sage es noch mal ausdrücklich auf dem Tagungsflyer, ein schöner Text, Ellen Frank oder Uwe. Es heißt dort, da sich, ich zitiere, da sich so die Grundannahme, Fortschritt und Verspätung am eindrücklichsten in Transformationsprozessen offenbaren, soll dem Entwicklungsgrad der Mark Brandenburg im späten Mittelalter und früher Neuzeit anhand ausgewählter Transformationsprozesse nachgegangen. Aha. Das ist für mich konzeptionell sehr entlarvend. Aber ich habe das so gedeutet, das ist eben genau die Steilvorlage für die Diskussion, die Sie uns sozusagen angeboten haben. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Spiel. Wie gehen wir mit diesem ganzen Spielfeld also um? Und die Referenten haben, glaube ich, in ihren zwölf Vortragen zu dieser Grundannahme wesentliche Dinge gesagt und zu einer neuen Wahrnehmung der Geschichte der Mark, Schwaben, Hessens, Baden-Württemberg, Sachsens sozusagen im Spätmittelalter im Vergleich viel gesagt. Sie haben uns aber auch aufgerüttelt und darüber auch aufgeklärt. Also ausdrücklichen Dank an alle Referenten, also an die Referentinnen und an alle Referenten. Aber jene Ausgangsthese, die ja eigentlich Ellen, eine Hypothese meint, dass man eben nochmal Fortschritt und Verspätung am besten in diesen Kategorien Transformation sagen könnte. Also diese Hypothese meint, sie wurde aber nicht von allen Referenten und Referenten in gleicher Weise bestätigt. Und somit bleiben diese Fragen genau offen für die weitere Diskussion. Auffällig ist eher und dafür nicht, dass die Referentinnen und auch die Referenten sehr behutsam mit diesem Begriff umgegangen sind. Und vielleicht auch eine Skepsis in diesem Vokabular mit zum Fragen gekommen ist und damit also auch diese Art Leitbegriff für die weitere Frage nach Epochensignaturen noch vor uns steht und wir weiterhin über diese Zäsurenfähigkeit des Begriffes nachdenken sollten. Drittens. Ich deute diese Tatsache, die ich Ihnen gerade geschrieben habe, so, dass es im Erkenntnisfortschritt der Tagung selbst begründet ist, weiterhin die Plausibilität jener Hypothese und sozusagen ihre implizierten Annahmen von Fortschritt zu überprüfen. Es bleibt nachzufragen, mehr denn je, wie steht es um die analytische Schärfe des Begriffes Transformation beziehungsweise des gemeinten Transformationsprozesses. Mir geht es um die analytische Schärfe des Begriffes. Vor allem dann, wenn wir ihn konkret auf landesgeschichtliche Umstände transferieren wollen. Oder kurz gesagt, handelt es sich hier um eine gern oder momentan aus der Zeitgeschichte adaptierten Generalschlüssel oder eher um eine methodische Zwangsjacke. Nach meinem Dafürhalten führt dieser Begriff eher zu neuen Formaten strukturgeschichtlich angelegter vergleichender landesgeschichtlicher Vorgehung in Teilen auch in einer europageschichtlichen Konturen. Weshalb ich zwingend die Grenze der Reichweite dieses Begriffes inhaltlich und räumlich für die mittelalterliche Forschung wünschte mir, dass sie präzisiert werden könnte. Dazu bleibt im Rückblick weiteres festzuhalten. Erstens, der Begriff Transformation macht momentan Karriere bis in die Beschreibung zukünftiger Weltzustände hinein. Er ist aber erkennbar positiv besetzt und damit für die Analyse hochproblematisch. Eben dies weiß man, anders als in den Sozialwissenschaften, in den Geschichtswissenschaften sehr genau zu bedenken, sodass die entsprechende Forschungspraxis entscheidend davon bestimmt ist, wie weit dieser Leitbegriff adäquat einzugrenzen ist. Es geht um die Eingrenzung dieses Begriffes. Wenn die Zeitgeschichtsforschung, wir haben letzte Woche einen solchen Vortrag in der Angelegenheit der Verabschiedung, nach gutem Verabschiedung von Klaus Neitmann gehört, die zeitgeschichtliche Forschung benutzt ihn, um etwa einen Regimewechsel 1989 und in seinen Konsequenzen zu beschreiben und benutzt diesen Begriff eindeutig und ausgefrochenerweise damit als Pendant der Modernisierungstheorien. Sie mögen mir verzeihen, aber ich habe während dieser Tagung an keiner Stelle gehört, dass wir um 1500 einen Regimewechsel zu diagnostizieren hätten. Wir hatten bestenfalls, und da wird es wirklich spannend wiederum, wir sprachen über Unbrüche beziehungsweise wir haben Räume oder Sachverhalte, Personengefüge, Institutionen, Mentalitäten kennengelernt, in denen sozusagen eine Bereitschaft, eine Affinität mehr oder weniger entwickelt werden konnte für solche Vorgänge, dass man sich Neuerungen aufgeschlossen hat. Hier und da, und vielleicht wäre da noch ein wenig nachzuhaken, wären die Gegenkräfte an solchen Modernisierungsprozessen. Das andere ist, eine andere Grenze sehe ich darin für diesen Begriff in der Sprache unserer Quellen. Für die Begriffsgeschichte ist Sprache einerseits Indikator der vorgefundenen Realität. Andererseits, da sind wir dann wieder im Spiel, Faktor dieser Realitätsfindung. Ich meine damit das Verhältnis von Begriff und Sachverhalt. Keine Frage, ich bin nicht anders als Otto Brunner in dem Fall. Keine Frage, es ist allemal angemessen und erforderlich, mit modernen Begriffen an historische Quellen heranzutreten. Für den Begriff Transformation aber bleibt neben der inhaltlichen Passgenauigkeit und der zeitlichen Treffgenauigkeit die implizierte Deutung damit des historischen Prozesses selbst kritisch zu hinterfragen. Damit zweitens, was möglich erscheint, sozialer Wandel und Andersartigkeit, das wäre mein Gedanke zum Thema. Die Veranstalter präzisierten Diskussionsfördernd die Hypothese vom Fortschritt und Verspätung und womit sie sozusagen gleichzeitig aber auch das historische Geschehen und dessen normative Bedeutung in Erinnerung gerufen haben. Nichts gegen den Begriff Fortschritt etc. Aber genau das ist ja der Prüffall. Fortschritt. Nicht der Begriff an sich, sondern die Methode und die erkenntnisleitende Fragestellung ist für mich das Entscheidende, was der Historikerin und die Historiker aufzubringen haben. Die Referentin und die Referenten verstanden das sehr genau so und sie nutzten jenes Beschreibungsmodell von Fortschritt und Verspätung eher selten. Eher selten. Sehr deutlich arbeiteten sie aber damit die Kategorien auf den unterschiedlichsten Ebenen der Kategorien des sozialen Wandels heraus und damit die Handlungsoptionen, die die verschiedenen Akteuren in den jeweiligen Feldern aufbringen konnten. Und sie widersprachen damit der implizierten Vorstellung der Einheit oder soll ich sagen Einheitlichkeit des Fortschritts-Narratives. Das scheint mir der eigentliche Punkt zu sein. Seit den 1970er Jahren spielt in der Mittelalter-Forschung die Frage nach der Wahrnehmung und den Erklärungsmustern sozialen Wandels eine zentrale Bedeutung. Hervorgetreten ist darüber, was auch auf dieser Tatung eher nur fallweise als Problem angesprochen wurde, dass nämlich im Verständnis der Lebensbedingungen der Zeit ausdrücklich Fortschritt und nagegen wir auch Wandel eher als störender Faktor verstanden wurde. Stichwort göttliche Ordnung. Reformation und Revolution sind für den modernen Menschen sehr positiv begriffene, positiv besetzte Begriffe für den mittelalterlichen Menschen noch nicht. Insofern ist noch einmal die transformierte Bedeutung oder die transferierte Bedeutung in den Begrifflichkeiten, die wir benutzen, immer wieder kritisch zu hinterfragen. Und damit kommen wir zu den störenden Aufgaben, die darin stecken, gleichsam diese Dynamik angemessen in unser Vokabular aufzunehmen. Daran erscheint der Begriff Transformationsprozess und auf der anderen Seite die Reichweite dieses Begriffes als die eigentliche Bedeutung. In vielen Fällen jedenfalls ist das mein Eindruck als zu grob. Und viele Kolleginnen und Kollegen sind dann ausgewichen aus Parallelbegriffen, die ich eben mal schon zitiert hatte, um das gemeinte also auszudrücken. Und von der größeren Intensität waren in dem Fall die Bemerkungen Revolution, Reform, da stand gerade noch mal der schöne Beitrag jener Diskussion zum Thema Reformationsbegriff, der im Vordergrund stand. Und zum Zweiten muss man also merken, wenn man um die analytische Kraft dieser Begriffe ringt, wenn man dann von Medellisierung auch spricht, ja bitte schon bis zum Ende gedacht, welche Moderne ist denn hier eigentlich verhandelt? Die Moderne gibt es ja eigentlich nicht mehr seit etwa 20 Jahren schon. Auch dieses große Narrativ von der Erfolgsschütte der Moderne ist ja Legende. Selbst die Modernisierungstheoretiker sprechen entweder von Postmoderne, Erster, Zweiter, Dritter und wir alle sind gut ausgebildete Medivisten, wir wissen, dass die Moderne eigentlich im 12. Jahr zu definieren ist. Also was ist gemeint mit Modernisierungstheorien? Deshalb noch einmal die Bemerkungen zu dem Fortschrittsbegriff. Eine wesentliche Frage kommt nicht hinzu und damit bin ich aber auch gleich schon durch. Die in den vier Sektionen charakterisierten Konstellationen sozialen, technischen, administrativen, kirchlichen Wandels haben für die Akteure deutlich gemacht, dass deren Handlungsoptionen nicht gänzlich neu waren. Das war vor der Waltung, das war der Theologie im letzten Vorderstück angesprochen, dass diese Handlungsoptionen nicht gänzlich neu waren, aber bezeichnenderweise vielfältiger wurden. Das scheint mir das eigentliche Merkmal zu sein. Und wenn man daran festhält, dann gilt es darüber hinaus zu fragen, wann kann man denn dieses Anwachsen oder dieses Mehr zu registrieren als Handlungsoptionen, wo beginnt denn das? Und da stellt sich mir als Spätmittelhistoriker Seipzschüler zudem die Frage, sind das nicht Effekte der Überwindung der sogenannten Krise des Späten Mittelalters Sonst sind wir da nicht bei dem 14. Jahrhundert und nicht nur bei der Pest, sondern auch bei der Krise bei den Menschen in den Köpfen gesteckt hat. Und wir sind dann genauso gut bei der Dynamik oder bei diesen Effekten, Stichwort Finanzwirtschaft, Verschriftlichung, Papiererfindung, das sind alles Phänomene, die wir sagen können, ja, das gab es nicht nur vor dem 16. Jahrhundert, die Quellorte dieser Entwicklung liegen sehr oft im 14. Jahrhundert. Allein, und das war der schöne Ertrag, der besonders schöne Ertrag in der letzten Sektion, war die letzte Sektion, wo man glaube ich am intensivsten über den Begriff Transformation gesprochen hat, wobei ich spätum Nachsicht mit dem Begriff Kirchenwesen gar nicht operieren kann. was ist das Kirchenwesen und von daher haben auch die Beiträge hier gezeigt, entweder spricht man über die Bedeutung des Landesherrn, der sozusagen sich den kirchlichen Rechten zuwendet, Stichwort landesherrliches Kirchenregiment, oder wir sprechen um Frömmigkeit und Tradition, das hat Herr Stegmann angesprochen, oder wir sprechen eben um Ausdifferenzierung und auch von Opfern, diese Ausdifferenzierung, wenn man deren begegnen wollte und damit versucht, bestimmte Homogenisierungstendenzen aufrecht zu erhalten und an solchen Stellen, dann habe ich hier, klang das ein wenig an, die Judenverfolgung möchte man ja nicht unter Transformationsprozesse abschreiben, also da habe ich schlicht und einfach in der Sache her Probleme, solche Phänomene damit also einzuordnen und genauso, wenn ich die Frage der Frömmigkeit mir also anschaue, Stichwort Innerlichkeit ist ein Phänomen des 15. Jahrhunderts und findet sich dann im 17. Jahrhundert ausgeprägt wieder. Aber selbst wenn wir hier, wie gesehen, mit dem Blick Reformation partiell von einem Transformationsprozess sprechen könnten, hier und dort ist es auch mit guten Gründen getan worden, so bleibt es doch notwendig, diese Reformation zeitlich noch einmal adäquat abzubilden und damit auch in Rechnung zu stellen, dass es nicht nur unterschiedliche Mentalitäten gegenüber diesen Reformatoren und ihren Anliegen, Ordensreform ist gerade Döring ist noch einmal angesprochen worden, also nicht nur, dass man in der Lutherischen Reformation mit entsprechenden Erfahrungen heranging, sondern dass es auch im 14. und 15. Jahrhundert schon Träger gibt, die Erfahrungen mit Reformationen und Neuerungsprozesse haben und spätestens im frühen 14. Jahrhundert mit den Ketze-Auseinandersetzungen kann man das wunderbar berufen und nicht zuletzt wird deshalb auch schon von einer Reformation im 14. Jahrhundert gesprochen, ohne dass man jetzt noch einmal die Dinge auf die Böhmische Reformation anbinden muss, die ein wenig in aller Nachbarschaft zu wenig für mich herauskam, denn das Mutterland der Reformation ist ja nicht Sachsen, das ist Böhmen, um es mal ganz deutlich zu sagen und da wäre noch einmal daran zu erinnern, die sächsisch-brandenburgische Geschichte ist nicht nur nach Hessen hin zu erweitern, sondern eben auch nach Böhmen hin zu erweitern. Ich meine jedenfalls und Herr Scholz glaube ich hat das dann vorhin angesprochen, wir kommen dahin von einem Schwellencharakter, dieser Situation zu beschreiben, in denen Undeutigkeiten, Mehrdeutigkeiten vorherrschen, dass sozusagen Ordnungsdefizite auf der einen Seite vorhanden sind, aber auf der anderen Seite in dem Konzept der Weltaneignung ganz neue Horizonte aufgebrochen worden sind. Und damit sind wir wiederum bei den Meistererzählungen des Mittelalters, wozu eben auch die Erzählungen von der Streusandbüchse und Fontan und all seine lieben Gefährten und dazugehörten. Diese damit implizierte Abwertung des späten Mittelalters folgt dem seinerzeitigen Verständnis von linearen Aufstieg zumeist erfolgreich Preußens. Und die Geschichte ist aber selbst Geschichte geworden. Und damit plädiere ich dafür ausdrücklich und deutlich, als es hier gemacht werden konnte, die Wissenschaftsgeschichte und Historiografie Geschichte in das Thema aufzurufen. Herr Goese hat es nur angedeutet, aber wir kommen glaube ich nicht dahin zu sagen, dass wir mit verschiedenen Mittelalterbildern und verschiedenen Verständnisformen von Mittelalter operieren. Unser eigenes, das was sozusagen in den Büchern der Studierenden wiederzufinden ist, wir müssen sozusagen das Dritte daneben setzen. Es ist unglaublich viele intellektuelle Anstrengungen, aber das muss man leisten, wenn man dorthin kommen möchte, wo sie offensichtlich hinwollen. Was bleibt? Also noch zu sagen für mich vielleicht ganz zum Schluss dieses. Die Intensität von Ausdifferenzierung und zugleich von neuen Integrationsprozessen halte ich für das eigentliche Merkmal der Zeit und damit sind wir bei Kategorien auch der Mobilität von neuen Wissenskulturen und was hier ein wenig zu deutlich oder nicht für mich jedenfalls nicht deutlich genug herauskam, gelegentlich ist aber danach gefragt worden, woher sind denn die Impulsgeber gekommen, was sozusagen auf der übergelagerten Ebene sowohl bei der römischen Kirche oder alten Kirche oder was auf der Reichsebene vonstattengegeben ist, also die Rolle der Reichstage und genauso wie der Konzilien als Ort, in denen sozusagen neues Wissen, neue Personengruppen entwickelt worden sind, das wären sozusagen noch etwas Dinge, wo ich meine, die darauf hinausführen, die Sachverhalte, die hier diskutiert worden sind, gespiegelt zu wissen vor dem Hintergrund, dass dieses Reich ja auch eben in einem fragilen Zustand ist, wir sprechen von einem spätmittellichen Regionalismus, dass man also diese Dinge nicht ganz aus dem Blick nehmen kann, wo auch immer jetzt der jeweilige Kollege oder Kollege sagt, ich bin für dieses Referenzgebiet sozusagen der besonders kundige, aber mir scheint für Ihre These noch einmal, Herr Werke, mal zu überachten, was verläuft sozusagen auf den höheren Ebenen, einerseits Reich oder Kirche oder etwa internationalen Gruppen bei den gelehrten Reden ist es angesprochen worden, aber das gleiche könnte man genauso gut etwa für die Bettelorden sagen, die ja seit dem 12. eine eigene internationale Pressure Group bilden, um bestimmte Dinge in die Öffentlichkeit zu tragen. Anders gesagt, so haben Sie jeweils Facetten von Andersartigkeiten auch für den Markt, aber auch für andere Landschaften sichtbar gemacht und diese Andersartigkeiten, die erlauben es eben auch in einer anderen begrifflichen Form Asymmetrien, Provinzialisierung nicht sozusagen als Negativum von Fortschritt und Modernität, sondern als Zustandssituation zu beschreiben oder auch Umkehrungen, nennen wir es volkssprachlich Holzwege und Königswege, Stichwort Spiel, Sie selber haben es genutzt, man nutzt also solche Dinge auf und dazu würde ich ermutigen, um damit auch wegzukommen von diesem fortschrittsgebundenen Narrativ, wir müssen sozusagen alles messen in einem Zustand, von dem wir gar nicht wissen, welche moderne gemeint ist. Um diese Diskussion vielleicht auch für die Schlussdiskussion noch anzuregen, fand ich jedenfalls, sind diese neuen systematischen Begriffe, nach denen man dann auch über neue Zeitkonzepte nachdenken muss, das ist in der Tat schwierig, also wenig spricht sie dafür tatsächlich, um 5 zu 0 eine harte Zäsur einzubreffen. Diese neuen Begrifflichkeiten, damit auch Grenzen der Reichweite dieses Begriffes, die liegen ja zum einen in der Mobilität, deshalb Frage, wenn Sie daran denken, eine fortgesetzte Bausteine für solche Tagungskonzepte zu nutzen, wozu ich die Historische Kommission ausdrücklich ermutigen darf, dann wären etwa die Infrastruktur zu befragen. Oder für die Mark-Brandenburg, was ein hochaktueller Begriff ist, ist sozusagen die Ressourcenlandschaft. Ist der Wasserreichtum, ist der Holzreichtum, ich denke an die Arbeiten von Sascha Büthow, also solche Möglichkeiten der Transferleistung. Eine andere Begrifflichkeit, was momentan auch die Katastrophenforschung bietet, ist die Daseinsfürsorge. Da haben wir den Landesherrn, der für solche Dinge verantwortlich ist, das gute Regiment, die gute Polizei ist angesprochen worden. Da stecken also begrifflich auch der normativen Ordnung, Stichwort Gemeinwohl, wer ist verantwortlich für das Gemeinwohl, wer setzt es also um, oder anders gefragt, Stichwort Freiheit. Eines der großen Bemerkungen auch in der nachgelagerten Diskussion Sozialistin und frühe Neuzeit ist ja, ja das Spätmittelalter hatte alle noch viel größere Freiheiten als die frühe Neuzeit. Also führen die Dinge sozusagen dann in eine höhere Kontrolldichte, in eine neue Form von Homogenisierung. Ist das ein, das mögliche Narrativ, mit dem man sich sozusagen auch als Medivist mit der Moderne auseinandersetzen kann? Es gab dort noch diese Spielräume oder gab es sie nicht? Jedenfalls da würde ich Sie bitten, dass man, dass Sie oder Gelegenheit nehmen, darüber über solche Spielräume und neuen Begrifflichkeiten und damit auch über neue adäquate Zäsuren von Umbrüchen oder Zeitkonzepte nachzudenken und damit auch zu lösen von den gewohnten Begrifflichkeiten und von den gewohnten Epochensetzungen rund um die Reformation oder ob wir es nun ins frühe Fünfziger setzen. Dazu würde ich Sie bitten, dass Sie über diese Konsequenzen auch weiter arbeiten können und damit bin ich eigentlich, möchte ich Sie ermutigen, bleiben Sie bei diesen vier Bausteinen oder vier Sektionen nicht stehen. Ausdrücklich, ich habe mich bereichert, belehrt gefühlt und ich habe den Eindruck, dass diese Bausteine, die Sie hier uns bieten, alle mal reichen, um damit ein großes Haus zu bauen. Danke, dass Sie damit angefangen haben, ich vertraue Ihnen, dass es weitergeht. Applaus Ja, das ist jetzt Herr Werkhammer, das ist Jetzt bin ich so erschlagen von Ihren Worten, Herr Heimann, dass ich vergessen habe, die Maske aufzusetzen. Aber ich höre einige Monitor heraus, ich höre einiges raus an Hausarbeiten, was wir als Team quasi mitnehmen. Ich höre aber auch sehr viel Elan und Enthusiasmus raus und Dinge, die wir eben dann beim nächsten Mal mitnehmen können und vielleicht besser machen können, also Aufmunterung quasi in dem Sinne, dass das eine ganz gute Sache ist, in die Richtung, in die es geht. Ich will mich nicht im Sinne, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt einen Pingpong daraus mache, dass wir in den Dialog, Sie hatten ja eine ganze Menge Dinge genannt, ich picke vielleicht nur Kleinigkeiten raus, also ich möchte dann noch abschließend was Organisatorisches sagen, ich möchte die Geduld von allen, die ja nun hier seit neun Uhr auch sitzen, nicht überstrapazieren und ich fragte mich, ob wir noch eine insgesamt eine Diskussion daran anschließen wollen. Gut, machen wir also dann vielleicht einiges, was ich jetzt von Ihnen aufgenommen habe. Erstmal fiel mir oder vielleicht uns auch sträflich auf, das fiel mir auf, dass wir eigentlich eine thematische Einführung hätten machen müssen, das haben wir jetzt Frank Göse quasi überlassen, der das ja auch sehr schön gemacht hat, der mit Michael Bergeute den Vergleich, könnte man Mark Bloch eigentlich noch 100 Jahre davor anführen, der Vergleich ist für mich die Königsdisziplin eigentlich des Historikers und deswegen ist es auch so angelegt gewesen, dass das andere, dass unser Konzept hervorsieht, dass wir eigentlich, und ich danke, dass Sie die historische Kommission dahingehend auch aufgefordert haben, dass man das fortsetzt, nicht, dass es also nicht bei der Quadratur des Kreises oder wie auch immer bleibt, sondern dass es ein Polygon wird und vielleicht eben dann irgendwann auch immer runter und runter dadurch, wir wollen also diese Dinge, die Sie sagen, was weiß ich, Mobilität, Sascha Gütho, Infrastruktur, wir wollen Architektur, die Kunsthistoriker auch hinzunehmen, wir wollen Recht nochmal ordentlich stark machen, also diese Dinge haben wir uns eigentlich vorgenommen, dass wir verschiedene Sektoren, Bereiche und selbstverständlich hat so eine Tagung eben auch am Anfang, Grund und Ende und wir konnten jetzt nur diese vier Bereiche reinnehmen, wir wollen mehr nehmen, die sollen auch ineinander zahnen, so war es ja gedacht, also beispielsweise, wie Sie sagten, Adel und Militär, dass die miteinander zu tun haben, aber eben auch einzeln für sich wie ein Arzt sozusagen seziert, einzeln für sich seziert werden können, das war ein Versuch, das war auch ein Versuch und selbstverständlich, also ich bin in meinem frühen Jahr Musiker gewesen, habe Jazz gespielt, da hat man also Standards sozusagen, die man lernt und dann fängt man an zu improvisieren, das heißt also, man hat einen bestimmten Standard, den man erstmal hat und dann fängt man da an zu spielen und zu improvisieren und die Fragestellung, die ich jetzt oder die wir zusammen, ich stehe ja hier sozusagen stellvertretend überhaupt, das möchte ich an dem Punkt sagen, für Ellen Franke, für Uwe Tresps nicht, die wir uns dahingehend ausgedacht haben, diese Fragestellung, die gibt man dann den Referenten an die Hand und ob das so realisiert wird, eins zu eins, ist immer eine andere Sache, wenn das eins zu eins realisiert würde, dann bekäme man wie bei den Naturwissenschaftlern, also eine naturwissenschaftliche Methode, wo man dann sagen kann, das und das Atom reagiert genau so und das und das auch so und das, also diese sehr empirische Forschung, die liegt mir eigentlich immer, die würde ich gerne umsetzen für Historiker, aber es kommt natürlich nicht ganz hin, weil jeder Bereich dann doch ein bisschen anders, jede Region anders aussieht, wenn man das von Frank Göse aufnimmt, dass er sagt, also Ernst Schubert hatte mal gesagt, dass der Landeshistoriker den auf höherer Ebene operierenden Historiker oder Historikerinnen verärgern kann, dann kann man sagen, der Landeshistoriker aus dem einen Bereich kann den Landeshistoriker aus dem anderen Bereich verblüffen, er kann ihn zum Staunen anregen und er kann ihn dazu anregen, über den eigenen Tellerranden wegzudenken und das, das habe ich das Gefühl gehabt, also in gewisser Weise, dass man aus seinen eigenen Strukturen rauskommt, ein bisschen anders denkt, das habe ich das Gefühl gehabt, als ich dann Oliver Auge da zu den Ranzhauers lauschte, dass man sowas nicht ganz irgendwie für die Adeligen, die Alvensleben und Schulenbergs und so weiter umsetzen kann, aber man kann versuchen irgendwie zu suchen, wie ist das, also mit diesem ganzen Zug auch in die Städte rein, ich habe gehört, der Christian der Zweite, der Herr Schirmer sitzt jetzt gar nicht mehr unter uns, Christian der Zweite ist ein Alkoholiker gewesen um 1600 rum und dann hat plötzlich die Verwaltung gut funktioniert, also dass man so ein bisschen anders fängt zu denken und da diese Puzzleteile oder Sie hatten Bausteine gesagt, aber man könnte ja auch Puzzleteile nehmen, dass man die dann anders anordnen kann und dann das Ganze sozusagen was ergibt. Die Aktualität des Mittelalters, haben Sie auch gesagt, letztlich finde ich, ich bin teils an der TU Berlin, aber dann auch für die Doktorarbeit am Friedrich-Meidig-Institut groß geworden, da waren also auf dem Flur hatte man fünf, sechs große, Dieter, Dietrich Kurzes genannt worden, aber Elm, Elas, andere sind zu nennen, da waren also fünf, sechs, sieben große Medievisten und mittlerweile hat man da eben, ja, globale Geschichte, man hat chinesische Geschichte und so weiter, das ist gar nicht in Abrede, dass das interessant ist, das ist eine tolle Sache und dass man sich eigentlich durch dieses faszinieren lässt, aber das, was der Landeshistoriker so schön bringen kann und auch im Vergleich bringen kann, finde ich, ist den Studenten dann auch beizubringen, genau auf diesem Boden, auf dem wir hier stehen, war vor 500 Jahren war eine Alternität vorhanden, da war ein bisschen was anderes vorhanden, da hatten wir, was weiß ich, einen Reformator, Martin Luther oder da hatten wir die Adelsburgen und das ist das auch, was ich merke, was die Studierenden sozusagen fasziniert daran, dann kann man Geschichte wirklich runterbrechen, da ist sozusagen, man bleibt in der Landschaft drin, in der Geografie drin und nichtsdestotrotz sieht man, also es ist was ganz anderes sozusagen da vorhanden. Ja, die Reichweiten und auch die Frage, also Michael Menzel hat sein Geppertband Versuche oder Experimentieren, ich weiß es nicht genau, aber Experimentieren und ich hatte mal auch mit, also es geht ja darum, dass Ludwig der Bayer sehr, sehr viel anexperimentiert hat, was dann Karl IV. im Grunde genommen abernten konnte, also Stichwort goldene Bulle, das könnte man natürlich, auch das 14. Jahrhundert ist sehr viel, also wahrscheinlich hat jedes Jahrhundert und jede Zeit irgendwie ihren Fortschritt und insofern ist die Frage, wie weit kann man das Ganze ausdehnen. Uns ging es so ein bisschen da drum und da muss man natürlich auch aufpassen, dass man diese harte Grenze um 15 und neue Welt, Martin Luther Reformation, Umbrüche, ich habe übrigens, aber das nur in Klammern, hier und da wurden die Transformationen, eigentlich wurden sie bei den drei Sektionen und gerade bei der letzten Sektion sozusagen bei den Kirchenhistorikern habe ich dann immer doch den Umbruch gehört, die wollen sozusagen bei dem Umbruch bleiben, obwohl ich auch das Gefühl hatte, also so eine Reformationszeit dauert länger, bis sie denn dann sich wirklich durchsetzen kann und ich will jetzt nicht die Diskussion vom Anfang wieder aufnehmen, das ist völliger Quatsch, die Hausarbeit mit der Transformation nehmen wir alle drei mit nach Hause, dass wir uns nochmal um die Begriffsschärfe bemühen, aber also Stichwort Systemwechsel von den modernen Historikern oder von den Neusthistorikern, ja im Kleinen kann ja so ein Systemwechsel, egal ob man das jetzt von oben eine Reform oder von unten eine Revolution nennt, im Kleinen kann ja so ein Systemwechsel auch stattfinden und das haben wir gesehen anhand, Herr Schirmer hat es gut gezeigt, mit den Institutionen, die dann eingeführt werden, ob das egal, ob das Geldwesen, Gericht, Verwaltung ist, dann kommt ein Systemwechsel rein und dann plötzlich kann man sehen, aha, diese gesellschaftlichen Kreise, die befruchten sich da gegenseitig und dadurch kommt eigentlich auch was Neues rein, aber das muss man natürlich runterbrechen können, eigentlich, das hatte ich ein bisschen bei mir versucht, wenigstens mit der Zeit, hatte das versucht einzufordern von den Referentinnen, mal ist es so umgesetzt worden, mal ist es anders umgesetzt, wie gesagt, man kann es ja auch nicht wirklich, also man kann die Leute ja nicht in ein Korsett rein zwingen, aber nichtsdestotrotz glaube ich, also daran kann man dann gesellschaftlichen Wandel sehr schön runterbrechen und sehen, dass es auch andere Bereiche befruchtet. Die Reichweiten, wie gesagt, man muss sich irgendwo Grenzen setzen, im 15. und 16. Jahrhundert fanden wir da eigentlich ganz praktisch, mal sehen, ob wir so weitermachen werden und damit möchte ich es eigentlich belassen. Vielleicht nur eine Kleinigkeit noch, weil ich hatte Ihnen Ihren Worten jetzt entnommen, sehr stark diese Modernisierung, Postmodernismus in der Zeit, in der wir uns irgendwie befinden und dann gleichzeitig eben dazu korrespondierend die Retardierung oder also die Zurückgenommenheit. Ist das wirklich hier, was in der Mark Brandenburg ist, ist das also die Stichwort, also Streubüchse, Sandstreubüchse, ist das wirklich so eine retardierte Region? Wir haben zumindest festgestellt, also mit Arnold Esch gesprochen, die Quellenarmut. Die Quellenarmut ist da leider, also beim Militär haben wir das beispielsweise mit den Rechnungswesen festgestellt. Wir haben den Reichtum der Verwaltungs, jetzt nochmal, Kirchengeschichte für Sachsen vorgeführt bekommen. Daran kann man natürlich nicht viel ändern, aber man kann zumindest ergänzend gucken und dann eben transregional und auch wieder in Richtung einer modernen Landesgeschichte. Wie kann man sich da gegenseitig befruchten? Und ich glaube, das hat also ganz gut, meine ich jedenfalls, also hat ganz gut geklappt, dass man eben diese Region versucht, miteinander ein bisschen zu verbinden und zu schauen, was dabei rauskommt. Ja, und das Spiel ist offen sozusagen. Es geht dahingehend weiter. Ich hoffe da auf das, sozusagen auf die nächste, in zwei Jahren, auf die nächste Serie sozusagen von diesen Konferenzen. Ich will es mal dabei lassen. Also ich hatte mir ja noch mehr aufgeschrieben, aber die ersten Leute gehen und ich will auch nicht alle sozusagen langweilen damit. Eins aber auf jeden Fall habe ich mir natürlich aufgeschrieben und zwar, das ist ein ganz großer Dank an Sie alle, dass Sie sich da auf dieses Experiment eingelassen haben, auf dieses Spiel, um mal mit Gerd Althoff, auch mit den Spielregeln zu bleiben. Es hat mir selbst großes Vergnügen und großen Spaß bereitet. Ich habe sehr viel dazugelernt und nehme sehr viel mit und ja, noch mal, freue mich, dass das eigentlich auch unter diesen Umständen, wie gesagt, heute das Robert-Koch-Institut hat rausgegeben, sollte man sich nicht mehr treffen. Also wir haben das gerade noch so durchgezogen bekommen, könnte man fast sagen. Ja, gleich Abstand nehmen. Aber, also es hat gut geklappt unter diesen Umständen und zu diesem Dank gehört nicht nur gegenüber den Referentinnen, sondern es gehört selbstverständlich auch an Holger Schmidt, der da hinten die ganze Zeit also wirklich einen tollen Job geleistet. Es gehört an die für mich leider Namen, für mich namenlosen Techniker, die auch einen tollen Job geleistet haben, weil wir hier auch mit der Übertragung nicht. Und selbstverständlich an den Catering-Service, der auch also vorzüglich geklappt hat. Also auch da vielen, vielen Dank. Nochmal möchte ich mich im Speziellen an Herrn Schneider, ich weiß nicht, ob er mich hört, wenn die Technik gut funktioniert, sollte er, wenn er zugeschaltet sein sollte. Also an Joachim Schneider und an Herrn Michel für diese sehr kurzfristiges, wie soll ich sagen, nicht einspringen, sondern aufspringen auf den Zug und zu sagen, offensichtlich, das ist interessant, da mache ich mit. Also vielen Dank, vielen Dank dafür. Dann möchte ich der Historischen Kommission zu Berlin danken, die das so möglich gemacht hat. Ich möchte da gleich einpacken, die preußische Seehandlung, die noch hinzugeschossen hat, und meine Universität, die Chemnitzer Universität, hat auch noch Geld hinzugegeben, sodass das Ganze sozusagen finanziell hinzukommen konnte. Gut, dann habe ich noch einen Punkt hier, perspektivisch die Publikation. Dazu wollen wir uns äußern, also da kommt dann eine Mail an alle Referentinnen, die ja zum Teil jetzt auch schon los mussten. Also wir haben das vor, wir wollen das realisieren, und ich will mal jetzt die steile These wagen, dass die Historische Kommission selbst auch daran interessiert ist, aber es muss also durch den Vorstand durchgehen, also der Vorstand muss sich dann natürlich mit Einverstanden erklären, und auch dahingehend werden wir sie dann auf dem Laufenden halten. Da wird es also in absehbarer Zeit eine entsprechende Mail, eine entsprechende Bekanntgebung von uns geben. Ich würde sie aber bitten, also wir wollen das in jedem Fall machen, und ja, da wird also was von uns kommen. Ich glaube, ich habe alles auf meinem Zettel abgearbeitet, und ich freue mich, also es waren zwei intensive Tage. Ich danke nochmal allen ganz herzlich. Vielen Dank.